Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Lansgrid. Es ist vollbracht, die Liste aller Firmen im Fallout Universum ist beendet. Genauer gesagt muss ich sagen, handelt es sich hier nur um die Vorkriegsfirmen, denn es gibt auch eine Handvoll Nachkriegsfirmen, die erst nach dem Fall der Bomben gegründet wurden. Vielleicht behandeln wir die mal in einem eigenen Video. Dieses Video ist wirklich das Ergebnis von monatelanger Arbeit, es ist zwischenzeitlich viel durcheinander gekommen, aber letztendlich ist das Endergebnis finde ich wirklich gut geworden. Es kann sich sehen lassen. Wenn euch das gefällt und ihr mehr solche Mega-Projekte auf dem Kanal sehen wollt, dann vergesst bitte nicht das Video zu liken, abonniert den Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst und teilt dieses Video wirklich auch sehr gerne in euren sozialen Netzwerken. Das würde mir sehr helfen und würde mir ermöglichen, mehr diese Riesen-Projekte zu verwirklichen. Vielleicht auch in kürzerer Zeit, weil ich mich mehr darauf konzentrieren kann. Danke an der Stelle noch schnell an alle, vor allem englischsprachigen, aber einfach alle Wikis, die es da draußen gibt, alle Fan-Wikis, alle die daran mitarbeiten. Die haben mir sehr bei der Erstellung dieses Videos geholfen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit allen Vorkriegsfirmen der Fallout-Welt. Acapa Joe. Acapa Joe war vor dem Fall der Bomben eine Ladenkette in den USA, die höchstwahrscheinlich, kann man zumindest von ihrem Logo ableiten und auch so ein bisschen von ihrem Namen, Kaffee verkauft haben. Es gibt mehrere Acapa Joe Filialen, die man in Washington DC in Point Lookout und in New Vegas finden kann. In Washington DC und Point Lookout sind die Filialen allerdings verbarrikadiert und können nicht betreten werden. Wir können also nicht mehr über dieses gastronomische Unternehmen erfahren. Und in Fallout New Vegas finden wir lediglich das Aushängeschild, das Logo dieser Filiale in Michel Angelos Workshop rumstehen. Ob es sich bei dem Workshop um eine Ex-Filiale handelt oder ob dieser Schriftzug, dieses Logo bei einem Beutezug in der Nähe erbeutet wurde, ist unbekannt. Mehr kann man über Acapa Joe nicht sagen. Und deswegen gehen wir weiter zu Abraxodine Chemical oder einfach nur kurz Abraxodine oder auch mal Abraxo genannt. Abraxo war eine Firma, die vor dem großen Krieg Reinigungsprodukte in den USA produziert hat. Es handelt sich hierbei um ein Tochterunternehmen von Robco Industries und gehört Robco zu 100% Abraxo Cleaner dürfte mit Sicherheit das am weitesten verbreitete und bekannteste Produkt dieser Firma sein. Das man überall in Washington D.C., Boston, Appalachia und im Südwesten der USA vorfinden kann. Zu der Produktspanne von Abraxo gehörte allerdings auch ein Food Sanitizer, also ein Werkzeug mit dem man Nahrungsmittel sterilisieren kann. Besitzt man diesen in Fallout 3, heilen Essensgegenstände 20% besser. Das Gerät scheint also einen tatsächlichen Effekt zu haben. Das Gerät schützt allerdings nicht vor Radioaktivität. Ich finde die Existenz dieses Food Sanitizers ziemlich interessant, denn die deutet ja auch schon an, dass die Lebensmittelqualität schon vor dem Fall der Bomben vielleicht nicht unbedingt die beste und unbedenklichste in den USA war. Gehen wir weiter zu ACME. ACME war eine Firma, die nur in Fallout Tactics erwähnt wird, deswegen ist ihre Existenz nur so semi-canon. Wir wissen also nicht sicher, ob es diese Firma jemals wirklich gab, ob sie so hieß und ob sie genauso funktioniert hat. Wir müssen uns das vorstellen, wie die Geschichten eines betrunkenen Ex-Soldaten, der behauptet dabei gewesen zu sein und alles gesehen zu haben. So in etwa befindet sich Fallout Tactics aktuell in der Fallout-Law von der Verlässlichkeit her. Aber wenn es ACME denn so gab, wie wir die Informationen aus Fallout Tactics bekommen, handelte es sich um eine Waffenfirma, die Verträge mit den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem großen Krieg hatten. Und für diese haben sie eine ganze Armee von humanoiden Robotern hergestellt. Dass diese Killerroboter herstellende Firma den gleichen Namen trägt wie die Firma aus den Warner Brothers Looney Tunes ist übrigens kein Zufall, sondern in den USA ein Running Gag. Denn im frühen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nannten sich extrem viele neu gegründete Firmen in den USA ACME, oft mit irgendeinem Anhang hinten dran, damit sie im Telefonbuch möglichst weit oben gelistet werden. Und so gibt es auch im Fallout-Universum mindestens noch eine zweite Firma, die denselben Namen trägt. ACME Realty. Eine Immobilienfirma, die mindestens zwei Filialen in dem Gebiet hatte, das wir in der Fallout-Welt als New Vegas kennen. Die nächste Vorkriegsfirma auf unserer Liste ist Abadale Steiner. Abadale Steiner war vor dem großen Krieg ein Restaurant, das heute im Gebiet des postapokalyptischen Appalachias anzutreffen ist. Also heute aus Sicht der Spiele meine ich. Neben Essen und Kaffee bot das Restaurant auch Eiscreme an. Das Steiner wurde offensichtlich schon vor dem Fall der Bomben aufgegeben, so wie viele andere Gebäude in und um Bogtown. Eine Stadt, die nach der Fertigstellung der vollständig automatisierten Stadt Watago eine große Wirtschaftskrise und Abwanderung erlebte. Alder Sea Days Bar war ein Wellness Center, das vor dem Krieg in dem Bereich errichtet wurde, das heute als The Island aus dem Far Harbor DLC bekannt ist. Vor dem Fall der Bomben war Far Harbor, damals noch als Bar Harbor bekannt, eine Insel für die superreiche Elite des Landes. Dieses Luxus-Spa war eines von vielen Gebäuden, in denen die Superreichen hier ihr Geld lassen konnten. Mittlerweile wird dieses Days Bar nur noch von Supermutanten bewohnt. Emilia Espresso war ein weiterer Coffeeshop im Fallout-Universum, davon gibt es tatsächlich einige. Emilia Espresso fand man in Berkeley Springs in West Virginia vor, ein Ort, der heute als The Mire bekannt ist. Das Gebäude ist für uns allerdings nicht betretbar und es gibt nicht sehr viel mehr Lore über diesen Ort. Allerdings gibt es interessanterweise schon eine Textur für eben dieses Schild, das wir in Fallout 76 vorfinden können, in den Files von Fallout 4. Allerdings wird diese Textur im Spiel Fallout 4 noch nicht benutzt. Das Emilia Espresso Logo taucht allerdings in dem Buch The Art of Fallout 4, einem Artwork-Buch zu Fallout 4 auf. Ursprünglich sollte dieses Schild wahrscheinlich also irgendwo im Bereich Boston benutzt werden. wurde dann allerdings aus irgendwelchen Gründen gestrichen und für Fallout 76 wiederverwendet. Als nächstes haben wir alphabetisch auf unserer Liste den American Comics Code. Das Logo bzw. das Siegel dieser Organisation kann man auf mehreren Kopien der Unstoppable-Comic-Reihe von Hubris Comics vorfinden. Mehr Informationen im Spiel zu diesem American Comics Code können wir nicht finden. Laut dem Fallout Fandom-Wiki soll das allerdings eine Referenz auf die real existierende Firma Comics Code Authority aus den USA sein. Eine Organisation, die von 1954 bis 2011 tätig war und eine Art selbstregulierende Körperschaft der Comic-Buch-Verlage darstellte. Eine Art Qualitätsversicherung für die Kaufläden, die die Comics letztendlich in ihr Sortiment aufnahmen. Und tatsächlich verweigerten in den USA viele Comic-Anbieter, Comics in ihr Sortiment aufzunehmen, die nicht den damaligen Richtlinien der Comics Code Authority entsprachen. Außerdem finden wir in den Ruinen der postapokalyptischen Nachkriegswelt noch Anzeichen einer Firma namens Annettes Arrangements. Ein Laden, der ursprünglich in Whitespring tätig war. Annettes Arrangements war ein Laden für Gartenutensilien und hat von Blumentöpfen bis hin zu Dünger alles verkauft, was man so in seinem Garten brauchen kann. Heute ist von diesem Laden nicht mehr viel übrig. Aber man muss sagen, die Dünger scheinen sehr effektiv zu sein. Denn einige dieser in diesem schlecht beleuchteten Innenraum wachsenden Pflanzen scheinen die Apokalypse überlebt zu haben. Appalachia Antiques ist ein alter Antiquitätenladen, in dem eine Frau Antiquan von großem Wert an die Elite Watogas verkauft hatte. Die wohlhabenden Kunden und Kundinnen hatten allerdings keine Ahnung, dass es sich bei dieser hochprofessionell wirkenden Verkäuferin um eine Trickbetrügerin handelte. Und dass ihre hochgeschätzten Artefakte absolut wertlos waren. Wäre der große Krieg nicht dazwischen gekommen, hätte die angebliche Antiquitätenhändlerin ihr angehäuftes Vermögen genutzt, um sich selbst in Watoga niederzulassen und ihren Platz unter der Elite einzunehmen, die sie jahrelang betrog. Einige Jahre nach dem Krieg dient das Gebäude als Lager für die stählerne Bruderschaft. Diese lagern dort Bergungsgut zwischen, das ihre Soldaten und Soldatinnen aus Watoga sichern konnten. Die Operation wurde allerdings aufgrund der gefährlichen und zahllosen Roboter in Watoga eingestellt. Appalachia Freeze Appalachia Freeze Appalachia Freeze war eine Firma, die Kühlboxen hergestellt hat. Zwei davon können wir nach dem Fall der Bomben noch in der Region Appalachia im Einsatz sehen. Eine wird von dem Supermutanten Gram benutzt, der das Fleisch seiner Jagd darin kühlt. Und eine weitere wird von Protektron Gleeful Butcher am Festnacht Day verwendet. Apricot Apricot war eine Computerfirma, die vor dem großen Krieg, man könnte es fast meinen, Computer hergestellt hat. Diese Firma hat die Ölplattform, die der Enklave als geheime Basis dient, mit den Dataplex 2000 Smart Terminals ausgestattet. Der Name Apricot könnte höchstwahrscheinlich eine Parodie von Apple sein. Arc Chat Systems Arc Chat Systems hat Weltraumtechnologie für die Regierung der Vereinigten Staaten hergestellt. Das Unternehmen war sehr erfolgreich, aber bewegte sich gleichzeitig oft am finanziellen Limit. Der risikofreundliche CEO Thomas Reinhard hat so zum Beispiel schon vor Vergabe des Auftrags mit der Erforschung und Produktion von Antriebssystemen für die United States Space Administration begonnen. Er hatte Glück und hat die Aufträge tatsächlich bekommen. Die Arbeit an den Aufträgen liefen allerdings schleppend. Der CEO beschloss daher eine 7-Tage-Woche für alle Mitarbeitenden einzuführen und ein extremes Sicherheitssystem, damit nichts an Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit durchdringt. Diese Maßnahmen waren nicht gerade förderlich für die Moral und die Forschenden und Arbeitenden waren schnell ausgebrannt und frustriert. Die Krise in der Firma erreichte ihren Höhepunkt, als ein Reporter bei einer Vorführung des neuen Antriebssystems zu Tode kam. Als dann der Krieg ausbrach, zerbrach auch langsam aber sicher die Firma Arc Chat. Viele Angestellten wurden für den Kriegsdienst eingezogen und ein leitender Wissenschaftler drohte damit, den vertuschten Tod des Reporters zu veröffentlichen. Der Fall der Bomben kam ihm allerdings zuvor. Arctis Pharma Company Arctis Pharma Company ist eine biopharmazeutische Research and Development Firma, die verschiedene Chemikalien entwickelt hat, um Pflanzenwachstum zu beeinflussen. Einige ihrer Stoffe verursachen allerdings auch starke Mutationen, unter anderem auch bei Menschen. Eine Forscherin wurde so beispielsweise zu einem Ghoul. Ihre teils unterirdischen Forschungsfelder waren vollkommen automatisiert und arbeiteten noch lange nach dem Fall der Bomben ohne menschliches Zutun. Arlington Dental Foundation Die Arlington Dental Foundation ist ein Zusammenschluss von zahnmedizinischen Einrichtungen, die über die Wichtigkeit von Zahnhygiene aufklären wollten. Daher spendeten sie einen großen Betrag an die Arlington Bibliothek, damit diese ihr Arlington Reads Programm anpasst. Aus ihrem Reading, Education and Development System wurde daraufhin Reading, Education and Dental Supplies. ArmCo ArmCo ist ein Munitionshersteller, der die sogenannte Portable Reloading Bench, speziell für iBots erfunden hat, damit diese während des normalen Betriebs Munition herstellen können. Sowie die Ammunition Construction Application, die die Bunkerbewohnenden aus Vault 76 nutzen, um Munition herzustellen. ArmGo 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 ist eine Firma, die Schmieröl speziell für Power-Rüstungen hergestellt hat. Atomic Mining Service Atomic Mining Service wird manchmal fälschlicherweise auch als Automated Mining Service betitelt. Es handelt sich hier um ein Vorkriegs-Bergbau-Unternehmen, das unter anderem die Auto-Miner entwickelt hat. Protektron-artige Roboter speziell für den Bergbau. Sie waren es auch, die in Appalachia das sogenannte Ultrazit entdeckt haben. Radioaktives, glasartiges Gestein, das sich für die nukleare Energiegewinnung nutzen ließ. Als Atomic Mining Service ganze Kleinstädte enteignen wollte, da diese auf großen Ultrazitvorkommen saßen, kam es zu Ausschreitungen unter den Bewohnten der Häuser und Städte, die von der Nationalgarde gewaltsam niedergeschlagen wurden. Atomic Wrangler Casino Das Atomic Wrangler Casino, oder genau genommen Atomic Wrangler Bar & Casino, war schon vor dem Krieg ein Casino. Und ist das auch nach dem Krieg noch. Genau genommen sogar das einzige noch oder wieder aktive Casino in Freeside. Und bietet dort Blackjack, Roulette und einarmige Banditen an, bei denen die, die in Freeside leben, ihre letzten Kronkorken verspielen können. B&K Cleaners In Fallout New Vegas können wir gleich zwei Filialen dieser Reinigungskette bewundern. Was genau hier gereinigt wurde, wissen wir nicht, da leider keines der Gebäude für uns betretbar ist. Da sich allerdings alle drei Filialen um den Stripe herum in Freeside und Westside befinden und alle räumlich ziemlich nah beieinander sind, und wenn man berücksichtigt, dass im Fallout Universum so gut wie jede Firma so ein paar Leichen im Keller hat, würde ich fast mal vermuten, in erster Linie war es vielleicht Geld, das hier gewaschen wurde. Aber wer weiß. Bankom Bankom ist eine Software- und Computerfirma, die das Voice ID Log erfunden und produziert hat, das unter anderem in der People Bank in Point Lookout zum Einsatz kam. Barstow Express Dieses Transportunternehmen hat sich darauf spezialisiert, Personen und Güter per Schienenverkehr durch die Mojavewüste zu transportieren. Eine ihrer Lokomotiven kann nach dem großen Krieg noch am Bahnhof von Boulder City betrachtet werden. Barth's Guarana Corporation Eine texanische Energy Drink Firma, die bekannt dafür war, ein Getränk mit Guarana Geschmack herzustellen. Guarana ist eine Pflanze aus dem Amazonas, deren Inhaltsstoff ähnlich wie Koffein wirken soll und Hunger und Durstgefühle unterdrückt. Gegründet wurde die Firma von einem jungen Mann namens Hobby Buppert, der für ein Klassenprojekt nach einer Alternative für Koffein suchte. Bereits mit 20 gründete er basierend auf dieser Idee seine Getränkefirma. Das Produkt hatte gegen Nuka Kula zwar keine Chance auf dem freien Markt, in Teilen Texas war das Getränk allerdings sehr beliebt. Die Firma konnte sogar einen lukrativen Deal mit Vault-Tag an Land ziehen und wurde zum exklusiven Versorger für eine von Vault-Tag gebaute geheime Vault in der Region. Die Firma Balls gibt es wirklich und auch in unserer Realität stellt diese Firma Energy Drinks auf Basis von Guarana Pflanzen her. Ihr Erschein in Fallout Brotherhood of Steel ist das Ergebnis seines Werbedeals mit Interplay Entertainment. Die Existenz dieser Firma ist nicht offiziell Teil der Fallout Lore, da das Spiel Fallout Brotherhood of Steel nicht Kanon ist. Aber wenn ich hier in dieser kleinen Reihe schon alle Firmen vorstellen will, dann machen wir auch wirklich alle. Beatco Über Beatco ist nicht viel bekannt, aber wie der Name schon vermuten lässt, waren sie wohl auf Nahkampfwaffen spezialisiert. Ihr einziges bekanntes Produkt ist allerdings die Big Figure Mega Power Fist. Eine stärkere Variante der gewöhnlichen Power Fist, die man im Ödland da draußen finden kann. Beretta Ein italienischer Waffenhersteller, der die in Fallout Brotherhood of Steel vorkommenden Waffen 9mm M9FS Beretta und die Beretta 420 Silverhawk produzierte. Auch diese Firma gibt es im realen Leben und auch diese Firma ist im Fallout Kanon kein offizieller Bestandteil der Lore. Berkley Springs Spa Vor dem Krieg handelte es sich hier um eine Wellness Einrichtung, die von einer Frau namens Edna und ihr Mr. Handy Beckham geführt wurde. Um Kosten zu sparen, ließ Edna ihren Mr. Handy während der großen Wirtschaftskrise vor dem großen Krieg Honig aus den Bienenstöcken wild lebender Bienen sammeln, um daraus ihre überaus beliebten Honigkuren herzustellen. Nachdem Beckham bei seinen Arbeiten eine Palette von teuren Lutionen umstieß, machte sich Edna daran, seine Sensoren und seine Düse neu zu kalibrieren und aus einer Laune heraus, und wohl auch um ihn ein bisschen zu bestrafen, hat sie ihn darauf programmiert, Angst vor Bienen zu haben. Sein Gejammer und Geschrei beim Sammeln von Honig amüsierte Edna wohl. Doch Karma is a Bitch und aufgrund des großen Krieges musste ihr Laden schließen. Heute ist das Bar das Zentrum eines großen Lagers der Blood Eagles. Und der arme Beckham ist weiterhin in seiner Dauerschleife des panischen Honigsammelns gefangen, bis die Bunkerbewohnten aus Vault 76 ihm helfen können. Bernados 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 ist ein kleiner Laden nahe des Mothman Museums in Point Pleasant. Was der Laden einst verkaufte, ist allerdings unklar. Er ist verbarrikadiert und es gibt von außen keine Hinweise mehr darauf, was sich einst im Inneren befand. Beckins Barbershop Ein kleiner, ehemaliger Friseursalon im Laufont Bezirk des heutigen Ödlands der Hauptstadt. Der Laden ist von außen verbarrikadiert und unzugänglich. 1. Big Freds Barbecue Shack Big Freds Barbecue Shack war einmal ein Restaurant, das heute in dem Gebiet von Appalachia steht, das als Savage D. White bekannt ist. Es handelt sich hier um eine kleine, unscheinbare Hütte, die von einem Mann betrieben wurde, der sich selbst Big Fred nannte und der für sein exzellentes Barbecue weit und breit bekannt war. Nach dem Fall der Bomben hat sich hier der Anführer der Raiderbande Cutthroats, David Thrope, niedergelassen, der zur Zeit von Vault 76 bereits zu einem Verbrannten mutiert ist. 2. Big Al's Tattoo Parlor Big Al's Tattoo Parlor war ein Tätowiersalon, der von einer Frau namens Big Al, bürgerlicher Name Alice Loveless, geleitet wurde. Die Tattoo-Künstlerin war zwar preisgekrönt und durchaus bekannt, doch ihr Laden lief nicht besonders gut und er stand sogar kurz davor, geschlossen werden zu müssen. Doch dann erhielt Alice ein überaus lukratives Angebot von Judy Lowell, einer Studentin an der Vault-Tec University und Mitglied von Zeta Psi Epsilon Tau. Diese bot der Ladenbesitzerin an, ihren Keller zu mieten und alles, was sie machen müsse, ist keine Fragen zu stellen und nicht nachzusehen, was im Keller vor sich geht. Und der Keller würde genug Profit generieren, dass die Tätowiererin nie wieder in ihrem Leben arbeiten müsste. Alice nahm das Angebot sofort an und machte sich auf nach Tahiti. Währenddessen verwandelte Lowell den Keller des Tätowiershops in einen Ort, der als The Nuka Shine bekannt ist. Nuka Shine ist ein selbst gemixtes alkoholisches Getränk auf Basis von Nuka Cola, das von der Studentischen Vereinigung erfunden wurde und am Campus der Vault-Tec University überaus beliebt war. Dieses wurde nun im Keller des Tattoo Shops, natürlich schwarz und unlizenziert, massenproduziert. Und durch einen Mitstudierenden namens Louis ist die Studentenvereinigung wohl an ein Robo-Brain gekommen, da dessen Mutter bei General Atomics arbeitete. Das Robo-Brain namens Biff wurde als Tester für die verschiedenen alkoholischen Getränke eingesetzt. Das Big MT war vor dem großen Krieg ein sogenannter Think Tank, also eine Einrichtung, in der die klügsten Köpfe der Nation sich relativ frei ihrer Gedanken und Ideen hingeben konnten. Dieser Think Tank wurde von der US-Regierung finanziert, um neue Technologien zu entwickeln, die den USA den entscheidenden Vorteil im chinesisch-amerikanischen Krieg bringen sollten und langfristig eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit. Die Forschenden hatten hier freie Hand und vertieften sich in ihre Theorien und Entwicklungen, die für andere traditionelle Vertragspartner des US-Militärs wie Robco, Westec oder General Atomics undenkbar waren. Dabei wurden sehr oft ethische und menschenrechtliche Grenzen überschritten. So wurden zum Beispiel auch Experimente an Kriegsgefangenen durchgeführt. Die Liste der Erfindungen des Big MT ist lange. Man könnte, glaube ich, schon alleine ein eigenes Lorecore Video nur über diese machen. Aber zu ihren größten und teilweise auch schrecklichsten Errungenschaften gehören unter anderem der Autodoc, der wohl zu den fortschrittlichsten medizinischen Errungenschaften der Vorkriegswelt seit Erfindung des DIMPAC zählen dürfte. Ein vollautomatisches medizinisches Gerät, das in der Lage ist, komplexe medizinische Eingriffe durchzuführen, ohne dass diese von medizinischem Personal überwacht werden müssten. Die K9000 Cyberdog Gun, eine Waffe, die mit einem Hundegehirn ausgestattet wurde und mit der Fähigkeit zu hören und zu riechen, um die mit dieser Waffe ausgestatteten Einheit schon frühzeitig vor Feinden in der Nähe zu warnen. Die Kasador, neben den Todeskrallen wohl die tödlichsten Biowaffen, die vor dem großen Krieg entwickelt wurden. Und der Y-17 Trauma Override Harness, der die Person im Inneren vor Schäden schützen und vollautomatisch in Sicherheit bringen sollte, wenn diese verwundet oder bewusstlos war. Aufgrund eines Fehlers übernahmen viele Anzüge allerdings die volle Kontrolle über die Bewegungsabläufe der Insassen, während diese noch bei vollem Bewusstsein und unverletzt waren. Und die Anzüge wurden zu wandernden und überaus tödlichen Särgen, die die Knochen ihrer einstigen Piloten und Pilotinnen noch im Jahr 2281 in sich tragen. Die Experimente innerhalb des Big MTs wurden scheinbar immer extremer und extremer und aufgrund der Wirtschaftskrise wurde ihnen das Budget gekürzt. Daraufhin mussten sie sich neue Methoden überlegen, um an ausreichend Testsubjekte für ihre Experimente zu kommen. Und auch die Methoden der Beschaffung dieser Testsubjekte wurde immer skrupelloser. So erfahren wir zum Beispiel beiläufig von einem sogenannten Project Hair, also Projekt Hase, das die Liquidierung von nicht-militärischen Zielen zur Subjektbeschaffung vorgesehen hat. Um ihre Forschung unabhängig von ihren menschlichen Körpern fortsetzen zu können, implantierten die im Big M-T forschenden Personen ihre eigenen Gehirne in eine Art Mr. Handy Robo-Brain Hybrid. Und so forschten sie noch hunderte von Jahre nach dem Fall der Bomben an ihren mittlerweile immer skurriler und surrealer werdenden Experimenten. Einer der dort Forschenden, Dr. Möbius, erkannte die Grauen seiner eigenen Arbeit und errichtete das sogenannte Radar-Guided Repulsive Field um das Big M-T herum, eine Art Kraftfeld, um das fragile Ödland vor den Schrecken des Big M-Ts zu bewahren. Als es daraufhin zu einem Streit zwischen ihm und Dr. Klein, dem Leiter seines Teams kam, heckte Möbius sich in die Datenbänke seiner Kollegen und Kolleginnen und veränderte ihr Verständnis von Geschichte, Zeit und der Welt außerhalb des Big M-Ts so sehr, dass diese nichts mehr über die Geschehnisse außerhalb des Big M-Ts wussten. Und so ihre Experimente auf das abgeschirmte Areal innerhalb des Big M-Ts begrenzten. Er schuf außerdem die Robo-Skorpione, um sicherzustellen, dass seine Kollegen und Kolleginnen die zentrale Forschungseinrichtung nie verlassen würden. Er schaffte es sogar, seinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen glauben zu machen, dass die Robo-Skorpione die Intelligenz aus den Gehirnen absaugen könnte. Doch durch all diese Manipulationen der Gehirne der anderen Forschenden beschädigte er auch deren Gedächtnis und Verstand. Aus Schuldgefühlen heraus löschte er daraufhin auch Teile seines eigenen Gedächtnisses und isolierte sich vom Rest der Forschenden. Aber vielleicht aufgrund dieser Manipulationen seines eigenen Gehirns, vielleicht aufgrund des Drogenkonsums über Jahrhunderte hinweg, wurde auch Möbius bitter und verrückt. Und zwischen ihm und den anderen Forschenden des Big M-Ts entbrannte eine Art Superhelden-Super-Schurken-Beziehung. Und die beiden Lager waren in einem Zyklus des ewigen Konflikts miteinander gefangen, der erst durch das Eintreffen der Hauptfigur aus Fallout New Vegas durchbrochen werden konnte. Blamco Blamco Ich finde den Namen irgendwie einfach lustig. Blamco war ein Lebensmittelhersteller für Fertignahrung. Genau gesagt hat Blamco nur Mac & Cheese hergestellt. Eine spezielle Variante von Käsenudeln, die in den USA besonders beliebt sind. Das Mac in Mac & Cheese steht für Macaroni. Scheinbar hat sich Blamco tatsächlich auf dieses eine Produkt spezialisiert. Zumindest ist es dieses eine Produkt, das man auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben immer noch in den USA auffinden kann. Scheinbar war dieses sehr beliebt und oder auch einfach nur sehr lange haltbar. Und so ist es auch zu Zeiten von Fallout 4 noch eine wichtige Nahrungsquelle für die im Ödland wohnenden Menschen da draußen. Blue Ridge Caravan Cooperation Die Blue Ridge Caravan Cooperation war vor dem großen Krieg ein Transportunternehmen, das Frachten per LKW transportierte. Nach dem Fall der Bomben hat die Erbin des ursprünglichen Gründers das Unternehmen wieder aufgebaut. Jetzt transportiert die Blue Ridge Caravan auf dem Rücken von Brahmin statt mit Hilfe von LKWs, um Wahn durch die gesamte postapokalyptische Welt von Appalachia zu transportieren. Selbst die meisten großen Raider Gangs lassen diese Organisation in Ruhe, damit sie mit ihnen handeln können. Denn der Handel über diese Karawane ist für die Menschen in Appalachia existenziell notwendig geworden. Nur die Blood Eagles dulden das ständige Durchqueren ihrer Territorien durch diese Karawane nicht und sie reagieren oft sehr aggressiv auf ihre Händler und Händlerinnen. Der Name dieses Transportunternehmens geht wahrscheinlich auf die Blue Ridge Mountains zurück, einem Gebirge in Appalachia, die auch in dem bekannten Song Country Roads vorkommen. Blue Ridge Gallery Einer von vielen Läden in Whitespring, Appalachia. Die Blue Ridge Gallery gehört zu Artisan's Row Shops und hat sich darauf spezialisiert, Kunst zu verkaufen. Boscom oder auch ausgeschrieben Boston Communications war ein Telekommunikationsunternehmen, das die Region in und um Boston mit Telefon- und TV-Netz versorgt hat. Zu ihren größten Innovationen gehört das Bild-Telefon, das sich vor dem Fall der Bomben allerdings nicht mehr sehr weit verbreitet hat. Boston Bugle Eine Vorkriegszeitung, die in Boston veröffentlicht wurde. Die Zeitung wurde bereits 50 Jahre vor dem Fall der Bomben gegründet und hat in dieser Zeit mehrere Preise für ihre Kolumnen erhalten. Wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Zeitung in Boston überhaupt. Boston Direct Boston Direct war ein Frachtunternehmen. Ihre LKW-Anhänger findet man heute noch überall im postapokalyptischen Ödland des Commonwealths. Boston MTA Ein öffentlich finanziertes Personaltransportunternehmen in Boston. Diese Firma hat im Grunde das gesamte U-Bahn-System Bostons gemanagt. Bot Shop Ein Unternehmen, das Appalachia mit einer Reihe von Roboterproduktionsapparaturen ausgestattet hat. Diese Stationen konnten vor dem Krieg vollautomatisch eine Vielzahl an verschiedenen Robotern vor Ort produzieren. Darunter Mr. Handys, Mr. Gutzes und sogar Assaultrons. Immer auf die Wünsche der Kundschaft zugeschnitten. Nach dem Fall der Bomben sind diese Apparaturen allerdings in manchen Orten Appalachias zu einer Gefahrenquelle geworden, die nicht enden wollende Horden an blutrünstigen Robotern produzieren. Braxons Quality Medical Supplies Ein sich in Appalachia befindender Hersteller von hochqualitativen medizinischen Schulungsunterlagen für medizinische Bildungseinrichtungen im ganzen Land. Seit dem Fall der Bomben ist dieses Gebäude allerdings leerstehend. Brigham Brigham stellte vor dem Fall der Bomben viele Gerätschaften her, um die Methodik und die Abläufe wissenschaftlicher Experimente zu vereinfachen. Nach dem Fall der Bomben sind die meisten davon allerdings nutzlos geworden. Nur die von ihnen hergestellte Niedler Pistol ist an der Westküste immer noch weit verbreitet und dient dort als relativ beliebte Waffe. Theoretisch lässt sich die Niedler Pistol allerdings auch als Werkzeug benutzen, auch wenn wir sie in den Spielen nie so eingesetzt sehen. Big Boss Big Boss ist eine Vorkriegszigarettenfirma. Vor dem Krieg scheint diese Marke recht beliebt gewesen zu sein, da sie in vielen Teilen der Nachkriegs-USA noch immer auffindbar ist. Vor allem im Ödland der Hauptstadt und New Vegas scheint Big Boss die dominante Marke gewesen zu sein. Allerdings ging die Firma dennoch schon vor dem großen Krieg pleite. Vielleicht führten aber auch gerade hohe unverkaufte Lagerbestände zur hohen Nachkriegspopularität und sie war vor dem Krieg noch gar nicht so populär wie nachher. Der Name der Zigarettenfirma Big Boss könnte eine Anspielung auf den bekannten Metal-Gear-Charakter Big Boss sein, der bekannterweise gerne raucht. Big Chief Big Chief war vor dem Krieg eine Munitionsmarke für 359er Magnumkugeln. Das Verpackungsdesign und der Name dieser Marke repräsentieren den respektlosen Umgang der Vorkriegsgesellschaft mit der Kultur der beinahe ausgelöschten amerikanischen Ureinwohner. Aus alten Werbeplakaten geht außerdem hervor, dass Big Chief wohl auch explosive Munition für die Submachine Gun verkauft hatte. Diese ist allerdings in den Spielen nie tatsächlich zu finden. Big Daddy Billiards Big Daddy Billiards war ein Vorkriegs-Billiardtisch-Hersteller. Seine Produkte waren im Ödland der Hauptstadt und New Vegas sehr verbreitet. Welchen Zusammenhang es da wohl gibt zwischen diesen beiden Orten, dass ausgerechnet im Ödland der Hauptstadt und in New Vegas so viele der gleichen Produkte populär waren? Die echte Antwort darauf ist natürlich Acid Recycling. New Vegas hat einfach die bereits gebauten Teile aus Fallout 3 benutzt. Aber in der Lore gibt es dafür scheinbar keine bekannte Erklärung. Big Papamo's Lip Smacking Sandwich Shack Erstens, was für ein cooler Name für einen Sandwichladen. Denn genau das war Big Papamo's Lip Smacking Sandwich Shack vor dem großen Krieg. Dessen Überreste kann man immer noch in Bakley in Ash Heap in Appalachia bewundern. Der Laden wurde ursprünglich von einem Mann namens Charlie betrieben, der für seine Cranberry Sandwiches bekannt war. Somit machte er dem Laden direkt gegenüber Sal's Grinders direkte Konkurrenz, da auch dieser Laden auf Cranberry Sandwiches spezialisiert war. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Sal Jefferson von Sal's Grinders und Charlie waren schon seit frühester Kindheit Rivalen. Big Papamo's Lip Smacking Sandwich Shack, ich sag das so gerne, wurde sehr schnell extrem populär und drohte Sal's Grinders vollständig zu verdrängen. Selbst Sal's Angestellte wurden von Charlie abgeworben. Sal versuchte daraufhin herauszufinden, was Charlie's Sandwiches so populär machte und er entdeckte, dass die Cranberries, die Charlie für seine Sandwiches benutzte, durch einen nahegelegenen Steinbruch radioaktiv verseucht waren, was ihrem Geschmack wohl seltsamerweise zukömmlich war. Big Pops Big Pops war eine Kaugummi-Marke vor dem Krieg. Auch nach dem Fall der Bomben ist diese Marke noch weit verbreitet. Big Ranch Nevada State Lotto Hierbei handelte es sich um eine staatliche Lotterie. Die Lotterie des Staates Nevada, um genau zu sein. In der realen Welt darf es im Staat von Nevada interessanterweise schon seit 1864 überhaupt keine staatliche Lotterie geben. Das ist im Fallout-Universum offensichtlich anders. Big Steve's Sporting Goods Dieses Vorkriegsunternehmen war auf dem Verkauf von Sportartikel spezialisiert. In Appalachia können wir gleich zwei Filialen dieser Kette besuchen. Dort kann man immer noch ein breit gefächertes Repertoire von Baseboards bis hin zu Golf-Equipment vorfinden. Und weil wir gerade von Golf reden, kommen wir zu Bing. Bing war nämlich ein Golf-Equipment-Hersteller. Bekannt für sein Zweiereisen, den Bing-Sling und den Putter genannt Bing-Rush. Im Nachkriegs-Appalachia wird zwar nicht mehr besonders viel Golf gespielt. Als Nahkampf-Waffe taugen die robusten Sportgeräte allerdings immer noch. Der Name ist wahrscheinlich eine Parodie des echten amerikanischen Sportartikel-Herstellers Ping. BKM Recording Company hierbei handelte es sich um ein Vorkriegs-Plattenstudio. In dem Fallout-Spielen wird diese Firma nur in Dead Money erwähnt. Das Unternehmen schickte zwei seiner Star-Musiker, Danny Parker und Paul Kloons, samt Orchester in der Sierra Madre, um dort aufzutreten. Blades, eine Vorkriegsfirma, die Rasiermesser hergestellt hat. Von einem Werbeplakat der Firma Blades hat die Gang Blades aus dem Boneyard auch ihren Namen abgeleitet. Broadway Cinema Eine US-amerikanische Kinofiliale mit mehreren Sälen. Am Salt Square, am Broadway Boulevard in Washington DC. Auch wenn das Gebäude scheinbar von den Gezeiten über die Jahrhunderte hinweg schwer mitgenommen wurde, sind die Namen der letzten Filme, die man in diesem Kino noch sehen konnte, immer noch gut erhalten. Und diese Filme waren One Wife Hold Meatball I Married a Maddest Raz Bastion and the Amazons of Xarn Und Hush Sweet Senator Hush Das Gebäude ist nach dem Fall der Bomben leider nicht mehr zugänglich. Buck's Steakhouse Buck's Steakhouse war ein Restaurant in Las Vegas. Seine Ruinen können im Nachkriegs-Freeside, nahe dem Nordtor, besucht werden. Das Steakhouse hat mit seinem Sonntagsbuffet geworben. Das Gebäude ist für uns leider nicht mehr zugänglich und auch sonst gibt es keine weiteren Informationen zu dieser Einrichtung. Bambalows Burnett & Associates Eine Vorkriegsfirma, die Kunst hergestellt hat. Sie haben zum Beispiel die Landschaftsbilder erstellt, die im Rahmen der Treasure of Jamaica Plains Veranstaltung als Geschenk verteilt wurden. Burnside Bake & Loan Vor dem Krieg handelte es sich hier um ein Finanzinstitut in Washington D.C. am DuPont Circle. Das massive Gebäude ist auch nach dem Fall der Bomben noch ziemlich beeindruckend und wirkt fast wie eine industrialisierte Version eines gotischen Schlosses. Über die Bank selbst ist allerdings leider nichts bekannt. Baischi Company Eine Vorkriegsfirma im Energiesektor. Zu ihren Tochterfirmen gehörten Baischi Energy Partners und Baischi Energy Gas Corporation. Sie betrieben das Forschungsgefährt USS Ozymandias und erworben Rechte, um im Point Lookout nach natürlichem Gas zu bohren. Die Tatsache, dass dieses Gas von Massengräbern aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg stammten, verschwieg die Firma gegenüber der Regierung. Neben der Gasgewinnung stellte die Firma auch eine besonders mächtige Version eines Assaultron her, den Imposter Sheep Squatch. Dieser sollte die Region Louisburg in Angst und Schrecken versetzen, damit die Firma die Stadt dann möglichst billig aufkaufen kann. Der Sheep Squatch entriss sich allerdings der Kontrolle der Firma und lief Amok. Ein Mitarbeiter mit dem Codenamen Big Bad Wolf wurde daraufhin losgeschickt, um den Assaultron unschädlich zu machen. Er scheiterte und der Imposter Sheep Squatch machte Appalachia auch nach dem Fall der Bomben noch unsicher. Zudem verpflichtete sich diese Firma freiwillig dazu, den Denkmalschutz des Harpers Ferry Tunnels zu übernehmen und diesen zu pflegen und zu erhalten. Eine scheinbar altruistische Tat, die die Firma PR wirksam und weitreichend verkündete, nur um dann illegalerweise ihre eigenen Gaspipelines im Inneren der alten Tunnel zu verlegen. Calico Calico Vor dem großen Krieg ein Waffenhersteller. Von der Firma stammt die Calico Liberty 100 und die 9mm Calico M950, die im Ödland immer noch zum Einsatz kommen. Die Firma basiert auf dem echten Waffenhersteller Calico Light Weapons Systems und kommt nur in Fallout Tactics vor, was die Firma zum Semi-Kanon macht. Das heißt, man kann so lange davon ausgehen, dass diese Firma in der Fallout-Welt tatsächlich existiert, bis weitere Informationen aus einem der Hauptspiele diese Firma oder die Informationen zu dieser widerlegen. Calpower Eine Firma, die sich auf hochtechnologisierte Einzelteile spezialisiert zu haben scheint. Ihr einziges bekanntes Produkt ist die 283B Nuclear Power Unit, die von General Atomics International lizenziert wurde und die zentrale Energieversorgungsquelle für die Mr. Handys und all ihre Variationen darstellt. Cambridge Polymer Labs LLC Ein Vorkriegsunternehmen, das sich auf die Erforschung neuer Materialien und Nanotechnologien spezialisiert hat und dass sich viele Aufträge für das US-Militär sichern konnte. Durch seine Beziehungen zum US-Militär erfuhr der Leiter dieser Laboreinrichtung auch schon früh vom Angriff auf die USA und er wusste auch, dass er und sein Team nur evakuiert werden würden, wenn es ihnen gelänge, ihr neuestes Projekt, die Piso Nuclear Power Armor, abzuschließen. Um Panik zu vermeiden, erzählte der Leiter seinen Angestellten nichts von der Gefahr, die außerhalb des hermetisch abgeregelten Labors drohte und zwang sie stattdessen offiziell dazu, unfreiwillige Überstunden zu machen, bis hin zu der Erklärung, dass sie das Labor erst verlassen dürfen, wenn das Projekt abgeschlossen sei. Dies führte zu Unruhen innerhalb des Labors. Das Projekt war tatsächlich kurz vor seiner Vollendung, doch niemand der Angestellten erlebte die tatsächliche Fertigstellung der speziellen Power-Rüstungslegierung. Cambridge Savings and Loan Ein Finanzinstitut in Cambridge, Massachusetts Die kleine Geschichte, die uns diese Bank erzählt, ist ein schönes Mahnmal für die Auswüchse des Kapitalismus in der Welt von Fallout. Denn in einer Filiale in Washington wurden vor dem Krieg Broschüren zum Thema Gewerkschaft auf dem Schreibtisch eines Mitarbeiters namens A. Holbrook gefunden. Er geriet daraufhin unter Verdacht, eine Gewerkschaft gründen zu wollen, woraufhin die beiden Broschüren mit dem Namen Your Rights at Work und Unionize Today an die Polizei weitergeleitet wurden. Und der Angestellte wurde allein durch den Besitz dieser beiden Broschüren wegen aufwieglerischem Verhalten festgenommen. Capital Post war eine Vorkriegszeitung mit Sitz in Washington D.C. Le Enfant Plaza. Die Zeitung wurde bereits seit 1877 veröffentlicht. In dem Capital Post Gebäude können wir nach dem Fall der Bomben noch die letzten großen Artikel auf den Terminals der ehemaligen Angestellten lesen. Darunter finden wir auch einen Bericht über die Rückeroberung Alaskas. In dem über die Schlacht von Anchorage berichtet wird. Außerdem können wir über die Ausschreitungen wegen Nahrungsmittelmangel lesen. Und wir erfahren, dass der Pressesprecher des Weißen Hauses dazu sinngemäß sagte, die Leute sollen sich wegen ihres Hungers nicht so aufführen. Alle würden aktuell sparen müssen. Selbst der Präsident verzichtet aktuell auf seine nächtlichen Prime Ribs und benügt sich mit Cube Steak. Und er würde sich auch mit dem scheußlichen Wein Chateau Montreux 2043 begnügen. Er schließt sein Statement zur Nahrungsmittelkrise in den USA mit den Worten, wir sind Amerikaner, wir lösen unsere Probleme nicht mit Gewalt. Was, wenn man sich die amerikanische Geschichte ansieht, schon ziemlich lustig ist. Außerdem finden wir noch einen Artikel, in dem die Annexion Kanadas regelrecht bejubelt wird. Es wird beschrieben, dass die Übernahme Alaskas längst überfällig gewesen sei. Und dass Little America, wie Kanada in diesem Artikel genannt wird, doch schon immer Teil der USA gewesen sei. Nur noch nicht offiziell. Was die militärische Annexion rechtfertigen würde. Ein Vorwand für Krieg, den wir ja leider auch aus der realen Welt nur zu häufig schon gehört haben. Zudem können wir von einem geheimen Superwaffenprojekt lesen, für das die US-Regierung mit General Atomics und Robco Industries zusammenarbeitet. Wahrscheinlich dürfte es sich hier um Liberty Prime handeln. Zudem können wir von der Auflösung der Vereinten Nationen lesen. Nachdem es diesen einfach nicht gelang, den Ressourcenkrieg zwischen dem European Commonwealth und dem Mittleren Osten zu beenden. Und dann finden wir noch einen Artikel über eine alte Urban Legend, den sogenannten Pin-Sized Slasher. Ein angeblicher Massenmörder, der sich in amerikanischen Vorstädten seine Opfer gesucht haben soll. Und dieser soll nun wieder unterwegs sein. Viele dieser Artikel sind auch auf den Ladebildschirmen von Fallout 3 zu lesen. Aufgrund der hohen Inflation vor dem Krieg kostete die Zeitung scheinbar 56 Dollar, bevor die Bomben fielen. Carl Liesel Ein Schreibmaschinenhersteller, der die berühmte und weitverbreitete Carl Liesel Typewriter hergestellt hat. Casa Madrid Apartments Ein alter Vorkriegs-Apartment-Komplex im Nachkriegs-Westside, das nach dem Krieg von einem Mann namens Marco vermietet wurde. Seit dem Fall der Bomben wohnen hier diejenigen, die sich den New Vegas Strip nicht leisten können. Außerdem dient der Apartment-Komplex als Bordell, das von Pretty Sarah geleitet wird. Mean Son of a Bitch arbeitet für das Gebäude in dieser unsicheren Gegend als Türsteher. Catpaw Eine Firma, die im Erotikbereich tätig war. Sehr bekannt und auch nach dem Fall der Bomben noch weit verbreitet, sind die Catpaw-Erotik-Magazine. Die Fotos für diese wurden wahrscheinlich im Catpaw auch schon vor dem Fall der Bomben gemacht. Kerulian Robotics Ein verlassenes Gebäude im Nachkriegs-Freeside. Einst ein großes Bürogebäude, heute eine Ruine, die von einigen mutierten Ratten und verrückt gewordenen Protectrons bewacht wird. Was genau bei Kerulian Robotics hergestellt wurde, ist nicht mehr hundertprozentig nachzuvollziehen. An diesem Ort findet man allerdings den Sex-Roboter Fisto. Die Gegend um das Gebäude herum wird von der Gang Mords-Magaz heimgesucht. Charleston Herald Eine Zeitung aus Charleston, West Virginia. Investigativer Journalismus hatte bei dieser Zeitung oberste Priorität. Immer treu der Wahrheit und den Quellen, das war das Motto. So deckte diese Zeitung unter anderem auf, dass Grafton Steel illegalerweise Abwasser in Flüsse West Virginias einleitete. Und sie waren auch für die Schließung des örtlichen Asylums verantwortlich, nachdem sie die barbarischen Zustände dieser Anstalt aufdeckten. Die Zeitung fiel allerdings in Ungnade, nachdem sie ein Interview mit Sam Blackwell veröffentlichten, in dem dieser sehr beliebte Senator, weil er sich um die Rechte des arbeitenden Volkes und um Gewerkschaften bemühte, verkündete, dass die USA kurz vor dem Ende stünde und dass die Bevölkerung sich schnellstmöglich sichere Unterschlüpfe außerhalb den großen Städten suchen solle. Dass der Senat zwar Recht behalten sollte, änderte nichts daran, dass er nach dem Interview als Panikmacher und teilweise sogar als Verräter gegenüber den USA gesehen wurde. Chase R&D Hierbei handelte es sich vor dem Krieg um eine biochemische Forschungseinrichtung, die vor allem an Pharmazeutika forschte. Gegründet und geleitet wurde dieses Unternehmen vom hochrangigen US-Militäroffizier General Constantine Chase. Das bekannteste Produkt der Firma dürfte wohl Psycho sein. Vor dem Krieg wurde dieses Mittel erschaffen, um die Kampfkraft von Soldaten und Soldatinnen im Einsatz zu stärken. Nach dem Fall der Bomben wurde Psycho zu einer beliebten und weit verbreiteten Droge. Obwohl es vor dem großen Krieg keine klinischen Tests zu dieser Droge gab, kam sie dennoch bei der Rückeroberung Alaskas zum Einsatz. Chateau Montreux Ein Weinproduzent vor dem großen Krieg. Vor dem Fall der Bomben war Wein für die meisten Menschen nicht mehr zugänglich. Selbst die reichsten und mächtigsten mussten auf Weine zurückgreifen, die von minderwertiger Qualität waren. So wurde der Chateau Moreau 2043 vom Sprecher des Weißen Hauses einmal als abscheulich bezeichnet. Cherry Liquor Eine Vorkriegsgetränkeladenkette mit mindestens zwei Filialen in Las Vegas. Eine Ruine dieser Kette steht noch im Nachkriegs-Freeside-Northgate, die andere neben dem Atomic Wrangler-Casino. Diese Kette verkaufte beliebte Getränke alkoholischer sowie unalkoholischer Natur, wie beispielsweise Wein, Bier, Nougar Cola und Sunset Sarsa Perilja. Leider ist keines der beiden Gebäude noch zugänglich. Chromax Genetics Eine Biotechnologiefirma spezialisiert auf Gentechnik. Gegründet wurde diese Firma 2071 von Nina Welleya, einer ehemaligen Angestellten bei Oressa Polytechnic und Westtech. Ihr sehr niedriger moralischer Standard hat für viel Aufsehen gesorgt und ihr Ziel war es scheinbar schon lange, Hybridwesen zu züchten. Chrysler's Motors Corporation Ein Automobilhersteller, der vor dem Krieg die sehr beliebten Autos der Marke Corvega produzierte und verkaufte. Die Firma hat mehrere bekannte Bürogebäude und Produktionsstätten in den gesamten Vorkriegs-USA verteilt. Darunter das Chrysler's Building, das nach dem Krieg zu einer Festung von Supermutanten und Zentauren wurde. Und die Corvega Factory, die zu einer riesigen Ameisenkolonie geworden ist, beide in Washington D.C. beheimatet. Und das Chrysler's Assembly Plant in Boston, das mittlerweile als Raider-Hochburg in Lexington dient. Obwohl die Autos wegen der starken Inflation kurz vor dem großen Krieg extrem teuer waren, verkauften sie sich aufgrund der extrem hohen Spritpreise trotzdem sehr gut. Denn die knapp 200.000 Dollar teuren Autos wurden durch neuartige Fusionsenergie angetrieben. Unter der Marke Corvega wurden unter anderem die Fahrzeuge Analog Coupé, ein klassisches zweitüriges Sportauto, das von 0 auf 100 in 0,5 Sekunden beschleunigen konnte, der Atomic V8, der höchst kostümisierbar war, der Sedan, ein sehr massives Auto, der Blitz, ein familienfreundlicher Coupé mit vier Sitzen und hoher Energieeffizienz, der Flying Car, ein tatsächliches fliegendes Auto, und der Megaloader, ein Multifunktions-Baufahrzeug, veröffentlicht. Doch auch außerhalb der Corvega-Reihe hatte Chrysler einige sehr erfolgreiche Autos, wie beispielsweise den Cherry Bomb, ein Einsitzer, der designt wurde, um die Schallmauer durchbrechen zu können, der übrigens auch als Easter Egg in Forza Motorsport 6 fahrbar war, dort allerdings unter dem Namen Rocket 69, als Anlehnung auf den gleichnamigen Song, der ja auch im Fallout 4 Soundtrack vorkommt, und mein persönlicher Liebling, wenn es um Fallout-Autos geht, der Highwayman, der vollkommen analog daherkam, also ohne elektrische Systeme, weswegen er auch nach dem Krieg noch gelegentlich fahrtüchtig gemacht werden konnte und der ja auch vom berühmten auserwählten Wesen noch gefahren wurde. Zu ihrem bekanntesten Werbeslogan gehören For those who want more, also für die, die mehr wollen, Driving Paradise, also fahrendes Paradies, Nothing Can Stop a Highwayman, also nichts kann einen Highwayman stoppen, was sich in Fallout 2 auch tatsächlich so ein bisschen bewahrheitet, nicht mal die Apokalypse kann dieses Auto aufhalten, und Life is a Race Win, also das Leben ist ein Rennen, Gewinne als Slogan für ihre superschnelle Cherry Bomb. Der Name Chrysler ist höchstwahrscheinlich eine Anspielung an den amerikanischen Autohersteller Chrysler. Canepass Antiques, einer von vielen Antiquitätenläden in Appalachia, ein Familienbetrieb, der seit 2055 mit seltenen Sammelgegenständen und Antiquitäten handelt. Circle G, ein Munitionshersteller, der unter dem Markennamen High Velocity viele verschiedene klassische Munitionsarten herstellte. Von Kaliber 308 über die 10mm Munition bis hin zur 7.62 Munition. Im Grunde fast alles außer Schrotladungen und Energiezellen. Claws & Co., ein Laden, der auf Weihnachtsdekoration und Spielzeug spezialisiert war. Dieser Händler hatte seinen Sitz in Whitespring Appalachia. Er war Teil der ehemaligen Artisans Row Shops, einer kleinen Reihe von Geschäften in Whitespring. In den Überresten dieses Ladens kann man noch einige der Spielzeuge finden, die es vor dem Fall der Bomben hier zu kaufen gab. Darunter Nuka-Cola-Trucks, Spielzeugautos, Spielzeugraketen, Holzklötzchen und verschiedene Brettspiele. Clayton's Drive-In Ein All-Night-Kaffee. Also ein Kaffee, das die ganze Nacht geöffnet hat. Der Standort dieses Cafés und nähere Informationen zu diesem bleiben uns verschlossen. Wir können lediglich Neon-Reklamen finden, die einst zu diesem Laden oder dieser Ladenkette gehören sollten. Wir können darauf schließen, dass diese in Zapps Neon Signs hergestellt und gelagert wurden. Möglicherweise hat Clayton's Drive-In vor dem Fall der Bomben den Betrieb noch nicht einmal aufgenommen, da die Schilder noch nicht ausgeliefert waren. Clippership Eine weit verbreitete Marke von Zigarettenautomaten. CMR Ein Transportunternehmen, das vor dem Krieg mehrere Züge und Anhänger für die Monorail in Washington D.C. hergestellt hat. Kodak Ein Kamerahersteller vor dem großen Krieg. Auch Jahrhunderte nach dem Krieg kommen die Kodak R9000 noch immer zum Einsatz, um das Ödland abzulichten. In Fallout 1 können wir schon ein Farbfoto von Necropolis bewundern, das mit einer Kodak R9000 geschossen wurde. In Fallout 3 und Fallout New Vegas machen wir dann Bekanntschaft mit dem dazugehörigen Kameramodell. Clark Interior & Furniture Ein Möbelhersteller, der vor dem Krieg mit Van Loov Taxidermy zusammengearbeitet hat und das von einem Mann namens Gregory Timmerman geleitet wurde. Mehr ist zu diesem Unternehmen nicht bekannt. Coffee King Ein Hersteller einer überaus weit verbreiteten Vorkriegskaffeemaschine Cole & Parker Holdings LTD Dieses Unternehmen hat Lagerräume und Giftmüllbeseitigung angeboten. Ihr Sitz war in Black Mountain in Appalachia. Das kleine Unternehmen hat mit einigen großen Kunden zusammengearbeitet, darunter Green Costume Defense Systems, die Nuka-Cola Corporation und das US Department of Defense. Letzteres hat das Unternehmen allerdings schon vor dem Krieg geschlossen. Doch scheinbar noch vor dem Fall der Bomben kam es dennoch zu einer großen Katastrophe in dieser Einrichtung und es explodierten einige gelagerte Säurebottiche in den Lagerräumen. Coltonis Pizzeria Eine Vorkriegspizzeria, dessen Ruinen man noch in Point Lookout sehen kann. Colt Ein Waffenhersteller vor dem großen Krieg. Die Waffen dieses Herstellers erscheinen in sehr vielen Fallout-Teilen. Zu ihren Waffen gehören die Colt 6520 10mm Pistole, der Kaliber 223 Colt Rangemaster, die Colt 6504 9mm Autoloader, die allerdings nur in Van Buren hätte vorkommen sollen und somit nicht wirklich offiziell Kanon ist, die Colt 45, auch Colt M19111A1 genannt, der Colt Single Action Revolver und die gute alte Gatling Gun. Colt basiert auf dem echten Waffenhersteller Colts Manufacturing Company. Commonwealth Savings and Loan Eine Vorkriegsbank im Commonwealth, von der wir auf einem Terminal des South Boston Police Departments lesen können, dass diese Bank, dessen genauer Standort uns nicht bekannt ist, vor dem Fall der Bomben scheinbar von einer Person namens R. Duncan überfallen wurde. Dieser war dabei mit einer Gasmaske und einer 10mm Pistole ausgestattet. Computechtron Eine Firma, über die wir nur sehr wenig wissen. Sie war Teil der SKEX Corporation, die wiederum zu Diamond Incorporated gehörte. Beides Unternehmen, von denen wir ebenfalls kaum etwas wissen. Über Computer Tektron wissen wir eigentlich nur, dass sie an einem Programm namens Integrated Human Resource Management System Version 2.3 mitgearbeitet haben, das vom District of Columbia Office of Software Management und dem United States Office of Computational Organization in Auftrag gegeben wurde. Concord Savings and Loan Kurz CLS Ist eine ehemalige Bank in Concord mit direkter Verbindung zu den Concord Service Tunneln. Cordex Der Markenname eines Plastiksprengstoffs, der vor dem Großen Krieg vom US-Militär hergestellt wurde. Cornucopia Fresh Groceries Eine Kette von Lebensmittelläden, dessen Ruinen wir noch im gesamten Ödland der Hauptstadt auffinden können. Sie hatten Filialen in Georgetown, im Tacoma Park, im Severed Square und an der North-East Seneca Station. Cow Spots Creamery Eine kleine Farm, die Eiscreme in Appalachia selbst herstellte und verkaufte. Das Farmland verfügt unter anderem über eine eigene Fabrik zur Eisherstellung. Crab Shack Eine Kette von Restaurants, die auf Fische und Meeresfrüchte spezialisiert war. So bot diese Restaurantkette unter anderem ein All-You-Can-Eat-Krabben-Buffet an. Eine bekannte Filiale dieser Kette kann im Commonwealth, im überschwemmten und mit Gulen überrannten Forest Grove Marsh gefunden werden. Die andere im Toxic Dried Lake, im Toxic Valley in Appalachia. Die Miller & Sons Ein Unternehmen, das vor dem Krieg Juwelen herstellte, reparierte und verkaufte. Sie haben aus Werbezwecken einige ihrer Juwelen als Teil des Jamaika-Plains-Gewinnspiels verschenkt. Daddy Boy Apples Hierbei handelt es sich um Nahrungsmittel, die vor dem Krieg im Bereich der Westküste weit verbreitet waren. Um welches, höchstwahrscheinlich apfelbasierte Nahrungsmittel es sich genau handelt, ist unbekannt. Aber laut Fallout The Role-Playing Game, also dem Pen-and-Paper-Spiel, das in der Fallout-Welt spielt, handelt es sich dabei um kandierte Äpfel. Das ist zwar nicht offiziell Kanon, aber das Maskottchen auf der Verpackung könnte wirklich als kandierter Apfel gedeutet werden. Dornshire Pottery Incorporated Dekorate Eine Vorkriegstöpferei, deren einziges bekanntes Produkt die Dornshire Vase ist, die vor dem Fall der Bomben an Jamaika-Plains gespendet wurde. Dekorate Ein Laden der Artisan Row Shops in Whitespring, der dekorative Gegenstände wie beispielsweise Vasen verkaufte. Deep Freeze Kitchen Storage Corporation Diese Firma hat vor dem Krieg industrielle Gefrierschränke hergestellt. Diese finden wir allerdings nach dem Krieg nur noch im Ultra-Lux-Casino. Deep Powder Ski Equipment Ein Sporthändler, der Wintersport-Equipment hergestellt hat, mit Hauptsitz in Appalachia. Deluxe Hierbei handelte es sich um eine Staubsaugermarke vor dem Krieg. Diese Staubsauger waren im Bereich von New Vegas und dem Ödland der Hauptstadt sehr weit verbreitet. DeMarco Boyle Housewares Eine Möbelladenkette mit Filiale in Appalachia, die für einige ihrer Produkte, wie beispielsweise Kühlschränke, kostenlose Lieferung angeboten hat. Dent & Sons Construction Eine Baufirma, die vor dem Großen Krieg eine Baustelle im Bereich des Gebiets errichtet hatte, das nach dem Fall der Bomben als Savage D. White bekannt wurde. Dort sollten vor dem Fall der Bomben Grabungen für die geplante State Route 101 durchgeführt werden. Nach dem Fall der Bomben wurde der Bauwagen dieser Firma von Raidern besetzt. Diamond Incorporated Diese Firma hat in irgendeiner Form mit Computern oder Computertechnologie gehandelt. Die Firma wird nur auf einem Terminal im Office of Urban Planning Office Building erwähnt. Vieles ist über die Firma daher nicht bekannt, außer dass sie Teil von Computer Tektron war. Einer ebenso schwer zu greifenden Firma, über die wir kaum etwas wissen. Diggity's Es gibt, wie schon mal gesagt, Namen, die spricht man einfach gerne aus. Und dazu gehört für mich auch Diggity's. Diggity's war vor dem Fall der Bomben ein Hotdog-Stand am Hafen von Point Lookout. Der Name ist wahrscheinlich eine Ableitung der in den USA üblichen Redewendung Hot Diggity Dog. Dainys Hotel Vor dem Fall der Bomben ein Hotel oder eine Hotelkette im Bereich Las Vegas. Der genaue Standort dieses Hotels oder der Hotels ist allerdings nicht bekannt. Wir können aber mehrere Neonschilder im Bereich der Mojave-Wüste finden, die als Barrikaden eingesetzt werden. Und zwei Schilder befinden sich noch bei Zapps Neonsign, wo sie wohl hergestellt, aber nie ausgeliefert wurden. Also entweder wollte hier ein Hotel viel Leuchtreklame, fünf oder sechs Schilder sind es insgesamt, oder aber es gab wirklich fünf oder sechs Filialen irgendwo in und um Las Vegas verteilt. DC Transit Authority Hierbei handelte es sich vor dem Krieg um eine städtische Organisation, die die Washington DC Metro vor dem großen Krieg managte. Das massive Netzwerk aus Schienen und Bahnhöfen und teilweise auch Bussen wurde teils automatisiert. Und so waren Protektrons aller Art im Einsatz, um Bereiche wie Ticketverkauf bis hin zur Sicherheit abzudecken. Als gegen Ende der alten Welt neue Kriegsregulationen eingeführt wurden, wurden die menschlichen Angestellten der Security der U-Bahn mit Laserpistolen ausgestattet. Anscheinend wurde die U-Bahn vor dem Fall der Bomben noch geschlossen. 2277, also 200 Jahre nach dem Fall der Bomben, sind zumindest immer noch sehr viele Bereiche abgeriegelt. Das Innere wirkt teilweise weitgehend ungeplündert, wenn auch sehr verfallen. Und es sind immer noch mittlerweile verrückt gewordene und gefährliche Protektrons unterwegs, die die unterirdischen Tunnel durchstreifen. Doghouse Ein Vorkriegshersteller von Hundefutter. Das Beef Stew Dog Food ist auch nach dem großen Krieg noch ein beliebtes Nahrungsmittel für Mensch und Hund gleichermaßen. Donaustahl GmbH Hierbei handelte es sich vor dem großen Krieg um einen Waffenhersteller aus Bayern. Eine der ganz wenigen Echtweltfirmen, die tatsächlich offiziell Teil der Fallout-Welt, des Fallout-Kanon besser gesagt sind. Und nicht nur in irgendwelchen Spin-Offs oder Brettspielen auftauchen. Donaustahl kann als Hersteller der 9mm Paramunition in Fallout New Vegas identifiziert werden. Don't Be Bored Games Company Ein bekannter Vorkriegs-Brettspielhersteller, der Spiele wie Autopsy, Blast Radius, Catch the Commie, Red Poker, The Legendary Run und das Comic-Lizenzspiel Unstoppable Shining veröffentlichte. Dots Diner Vor dem Krieg eine Kette von typisch amerikanischen Diners, dessen Ruinen im Ödland der Hauptstadt besucht werden können. Die Restaurants waren allesamt 24 Stunden am Tag geöffnet und weit verbreitet. In Fallout 3 können wir ganze 7 Gebäude finden, die noch eindeutig als Dots Diners Filialen identifizierbar sind. So einladend diese Läden vor dem Krieg auch gewesen sein mögen, nach dem Fall der Bomben sollte man diese Orte nur gut vorbereitet besuchen. Oft haben sich hier aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aufgrund von offenliegenden und übrigen Nahrungsmitteln, wilde Kreaturen eingenistet und die meisten Gebäude sind von Fallen übersät. Bei dieser Firma handelt es sich um ein Bergbau- und Grabungsunternehmen, das vor dem Krieg in diesem Bereich tätig war. Zumindest offiziell. Denn Danich Boras Geheimnisse gehen tiefer als alles, was wir über die Firmen in der Fallout Welt normalerweise ans Tageslicht bringen. Die Firma hat es geschafft, erfolgreich einen neuen Bohrkopfstandard zu etablieren. Und konnte diesen auch erfolgreich vermarkten. Die Firma pflegte auch mit der Regierung der USA regen Handel. Doch der Verkauf von Bohrköpfen und das Betreiben von Bergwerken war nicht das einzige, woran Danich Boras interessiert war. Die Ruinen, die dieses alte mysteriöse Unternehmen zurückgelassen hat, lassen auf die Schrecken schließen, die Danich Boras LLC vor dem Krieg ans Tageslicht gebracht hat. Im Ödland der Hauptstadt erzählt man sich Geschichten über das sogenannte Danich Gebäude, den ehemaligen Hauptsitz dieser Firma. Geschichten, die so abenteuerlich sind, dass sie viele für Aberglauben halten. Doch selbst Raider meiden diesen Ort. Und nur sehr wenige, die ihn betreten haben, sind lebend zurückgekehrt. Und die, die es geschafft haben, waren nach ihrem Besuch dieses unscheinbaren Bürogebäudes nicht mehr dieselben. Die Leute meiden den Ort. Sagen, von ihm gehe schlechtes Mojo aus. Ihr Gefühl täuscht sie nicht. Und doch können sie wahrscheinlich nicht einmal erahnen, was tief unter den Ruinen des unscheinbaren Bürogebäudes lauert. Betritt man dieses Gebäude, merkt man sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Die wilden Ghule, die diesen Ort bewohnen, sind für Ödlandverhältnisse noch recht normal. Doch manchmal hört man Schritte, die definitiv keinen Ghulen zugeordnet werden können. Andere sehen Objekte schweben. Türen fallen plötzlich zu oder öffnen sich von alleine. Abgetrennte Gliedmaßen erscheinen und verschwinden dann wieder. Und sollte man es wagen, tiefer in die Eingeweide der Vorkriegswelt einzudringen, findet man am Ende seines Weges ein uraltes Artefakt unter dem Danetschgebäude, das jeden, der sich ihm näher durch flüsternde Stimmen und Visionen der Vergangenheit in den Wahnsinn zu treiben scheint. Welche Macht geht von diesem Ort aus? Ist es nur eine bestimmte Art der Strahlung, die von diesem Artefakt ausgeht und Halluzination verursacht? Oder sind es andere, unaussprechliche, gotteslästerliche Mächte, die sich in den Ruinen des alten Firmengebäudes eingenistet haben und die die Vorstellungskraft des limitierten menschlichen Verstandes überschreiten? Das Danetschgebäude ist nicht der einzige Ort, der mit dieser Firma in Verbindung gebracht werden kann, den wir in der Fallout-Reihe erkunden dürfen. Denn Danetsch Boras LLC betrieb auch einen recht großen Steinbruch im Gebiet des Nachkriegs Commonwealth. Hier wurden Grabungen durchgeführt und tiefe Tunnel gegraben, um an wertvolle Rohstoffe zu gelangen. Doch auch hier trügt der Schein. Raider, die sich nach dem Fall der Bomben in dem alten Bergwerk eingenistet haben, berichten von seltsamen Vorkommnissen. Einige scheinen den Verstand verloren zu haben und fangen an, Selbstgespräche mit finsteren Inhalten zu führen. Andere trauen sich nicht mehr in die Minen, obwohl ihr Anführer mit schlimmen Strafen droht. Doch selbst die hartgesottensten Raider scheinen es nicht zu schaffen, die untersten Ebenen zu betreten, ohne selbst im Wahnsinn zu verfallen und eine unnatürliche Angst vor der Dunkelheit zu entwickeln. Was genau diese Raider erlebt haben, ist unklar. Doch auch hier, ähnlich wie im Danetsch Gebäude, wird jeder, der diesen Ort betritt, von seltsamen Visionen heimgesucht. Glaubt man diesen Visionen der Vergangenheit, wurden in diesen Minen unheimliche Rituale durchgeführt. Und die Belegschaft des Bergwerks wurde zu Menschenopfern für eine uralte Macht namens Ukquaitoth, die sich in einer Kammer am Ende des Tunnelsystems in einem seltsam anmutenden Dolch manifestiert, der inmitten einer uralten Tempelruine thront. Wie schon angedeutet, könnte man viele dieser Halluzinationen einfach als natürliches Vorkommnis werten. Vielleicht hat Danitz Boras LL sie mit bewusstseinsverändernden Gasen oder Strahlungen experimentiert, die an ihren Standorten immer noch existieren. Und die Visionen der Vergangenheit entstammen wirklich nur dem Gehirn unserer Hauptfigur. Vielleicht gibt es hier allerdings tatsächlich eine übernatürliche Komponente. Immerhin gibt es genügend andere Quests, wie beispielsweise die um die Cabot Familie, bei der übernatürliche Komponenten kaum von der Hand zu weisen sind. So oder so kann man ziemlich sicher sagen, dass sich im Team von Bethesda wohl einige Lovecraft-Fans befinden. Denn der Name Danitz Boras ist eine deutliche Anspielung auf Lovecrafts Kurzgeschichte The Danitz Horror. Und die uralten Artefakte dunkler vorzeitlicher Gottheiten, die Menschen durch ihre bloße Existenz in dem Wahnsinn treiben, sind ständiges Thema in H.P. Lovecrafts Cthulhu Mythos, der hier wohl als Vorlage diente. Auch der Name Al-Hazred wird in Fallout 3 immer wieder von mysteriösen Stimmen wiederholt und wir finden ihn in Aufzeichnung. Dieser Name trägt auch Lovecrafts Autor des verbotenen fiktiven Buches Necronomicon. Im Fallout 3 DLC Point Lookout erfahren wir außerdem vom Griff Beckney, einem Buch, das Menschen in den Wahnsinn treibt und das nur am Altar unter dem Danitz Gebäude zerstört werden kann. Dieser weckt den Anschein, als ob die Welt von Fallout tatsächlich voller mysteriöser legendärer Gegenstände von alten Zivilisationen und uralten gottgleichen Wesen ist. Die genauen Pläne von Danitz Boras LLC sind in diesem ganzen übernatürlichen Wirrwarr allerdings leider vollständig unbekannt. Wahrscheinlich wurde die Firma von Kultisten geleitet, die sich die uralten Mächte zunutze machen wollten oder davon besessen waren, uralte Kräfte wieder auferstehen zu lassen. In leider aus voller drei herausgeschnittenen Dialogen wäre erklärt worden, dass es eine enge Verbindung zwischen dem Questgeber Obadiah Blackwall, der uns auf die Suche nach vorher genanntem Buch schickt und der Danitz-Familie gibt. Und der Gründer von Danitz Boras soll Richard Danitz gewesen sein, der zusammen mit seiner Schwester Constance Blackhall, einer Vorfahrerin von Obadiah Blackhall, schon seit langer Zeit nach Artefakten mit mächtigen Eigenschaften sucht, die ihnen übermenschliche Kräfte und ein unnatürlich langes Leben schenkten. Leider wurde diese Version der Quest allerdings gestrichen und durch eine andere Story ersetzt, die sich sehr viel weniger bzw. gar nicht wirklich auf Danitz bezieht. So wissen wir also offiziell nichts über die Verantwortlichen hinter diesem mysteriösen Unternehmen. Dreamboat Yachts Hierbei handelt es sich um eines von vielen betrügerischen Unternehmen, die von einer Frau namens Jolie McPearson gegründet wurden. Ihre Masche war es, extrem teure Luxusprodukte anzubieten, die im Voraus bezahlt, aber sehr, sehr, sehr verspätet oder vielleicht sogar nie ausgeliefert wurden. So hatte sie es bereits erfolgreich geschafft, mit ihren bisherigen Unternehmen DreamSky Airplanes, das Flugzeuge verkaufte, und DreamTastic Homes, das Häuser verkaufte, hohe Geldsummen einzunehmen und plante nun mit Dreamboat Yacht Boote zu verkaufen und so den reichen Touristen von Top of the World das Geld aus den Taschen zu ziehen. Drumlin Diner Eine weitere von vielen Diner-Ketten der Vorkriegs-USA In Fallout 4 können wir fünf Lokale dieser Kette auffinden. In Fallout 76 eines. Allesamt waren 24 zu 7 rund um die Uhr geöffnet. Duncan & Duncan Robotics Ein Roboterladen, gegründet von zwei Brüdern. Nach dem Tod eines der beiden verlor sich der andere immer mehr in seinen wirren Wahnvorstellungen. Er glaubte, sein Bruder wäre noch am Leben und würde heimlich den Laden und die Roboter manipulieren. Er modifizierte seinen Mr. Handy, Skinner, nachdem dieser erklären wollte, dass sein Bruder tot sei. Er entwickelte außerdem eine seltsame Obsession zu der Zahl 8. Dunwigs Eine Makel eines irischen Red Ales, das vor dem Großen Krieg scheinbar vor allem oder sogar ausschließlich in und um Las Vegas bekannt war. Man findet allerdings weit und breit keine Flaschen mehr, sondern lediglich Bierdeckel, die dieses Ale bewerben. Der teilweise automatisierte Chemiekonzern, dessen Ruinen wir nach dem Fall der Bomben in Appalachia besuchen können, hat vor dem Krieg Viehnahrung und Düngemittel hergestellt und die örtliche Agrarwirtschaft damit versorgt. Was die Leute allerdings nicht wussten, war, dass der Leiter der Firma, Stanley Dyer, regelmäßig Giftmüll in die Umgebung entließ und somit die Böden verseuchte. 2075 wurde Dyer dann allerdings gezwungen, seine Produktionsanlage umzustellen, um am geheimen Militärprojekt Project Clean & Clear teilzunehmen, das das Ziel hatte, chemische Lösungen zu finden, um Gewässer im Falle einer nuklearen Katastrophe zu reinigen. Da Informanten des Militärs die Umweltverschmutzung Dyers aufdeckten und damit drohten, an die Presse zu gehen, würde er nicht an dem Projekt teilnehmen, blieb diesem keine Wahl. Nach dem Fall der Bomben wurde das Chemiewerk von einer Gruppe Ghulen bewohnt, die von Jägern verfolgt wurden, die sich wiederum für einen Überfall durch wilde Ghule rächen wollten, mit denen die Ghule hier natürlich nichts zu tun hatten. Was eigentlich als Missverständnis begann, eskalierte zu einer mörderischen Schlacht in dem Fabrikgebäude, die leider niemand der beiden Parteien überlebte. Dynamite Animation Company, ein Vorkriegsanimationsstudio, das dem beliebten Vorkriegscartoon Armored Ace and the Power Patrol produzierte. Im Grunde kann man sagen, sehr erfolgreiche Kriegspropaganda für Kinder, in der der ideale amerikanische Held Armored Ace gegen die bösen Redwipers in den Kampf zieht. Im Grunde sowas wie G.I. Joe aus unserer Welt nur mit einem noch klareren Feindbild, das vermittelt wird. Neben diesem Zeichentrickfilm verbreitet die Firma auch die beiden bekannten offiziellen Armored Ace-Brettspiele. The March of Freedom, also der Freiheitsmarsch, und Cold Steel, also kalter Stahl. Eckart Ultimated, ein Transportunternehmen mit Hauptsitz in New York, das allerdings nur in Cut-Content von Fallout 76 erwähnt wird und nie offiziell Teil des Fallout-Kanons wurde. Also Eckart Unlimited, diese New Yorker Transportfirma, existiert vielleicht gar nicht wirklich. Egret Tours, eine Vorkriegsfirma, die Bootsfahrten für Touristen am Charles River in Massachusetts veranstaltete. Die Tour dauerte eine Stunde und wurde von 8 bis 16 Uhr angeboten. Zudem bot das Unternehmen spezielle Angelausflüge an. El Dorado Gas and Service Hierbei handelte es sich vor dem Fall der Bomben um eine Tankstelle und Autowerkstatt in der Mojave-Wüste, die scheinbar zu Poseidon Energy gehörte. Interessanterweise bietet diese Tankstelle noch Benzin an, anders als die Red Rocket Stations, die mittlerweile schon komplett auf Kühlflüssigkeit für die Reaktoren der neuen Kernfusion betriebenen Autos umgestellt waren. El Periodico de la Aburidas Und höchstwahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen. Eine mexikanische Zeitung, der Name übersetzt so viel bedeutet wie die Zeitung der Grenze. Die sich entgegen dem, was der Name vermuten lassen würde, vor allem mit Promiklatsch und Tratsch beschäftigte. Vor dem Krieg interviewte diese Zeitung eine weibliche Berühmtheit, die behauptete Robert House habe ihr Gehirn gescannt, um ein digitales Abbild ihrer Persönlichkeit zu erschaffen und dieses in verschiedene Gegenstände und Kleidungsstücke zu implantieren. Enforcer Eine Waffenfirma, die bleifreie Munition für Luftdruckpistolen herstellte. Everett Building and Garden Supplies Hierbei handelte es sich um einen Laden für Einrichtungs- und Gartenutensilien im Raum Lasse Vegas. Über die Firma ist nicht viel bekannt, außer dass sie vor dem Fall der Bomben drei neue Leuchtschriftreklamen bei Saps Neon Science bestellt hatte. Excelsior Ein Hersteller von Musikinstrumenten, in der Region Appalachia besonders bekannt für das dort weit verbreitete Grand Piano. Falcon Northwest Ein Vorkriegs-Computer-Hardware-Hersteller. Über diese Firma ist nicht sehr viel bekannt. Und die Reavers, ein religiöser Kult im Zentrum der USA, der Technologie verehrt, scheint allerdings unter anderem auch diese Firma bzw. ihre Produkte als religiöse Artefakte zu verehren. Diese Informationen stammen allerdings aus Fallout-Tactics, sind also mit Vorsicht zu genießen, eher so Semi-Kanon und man sollte die nicht für hundertprozentig vollnehmen. Felons Eine Kaufhauskette mit mehreren Läden im Bereich des Nachkriegs Commonwealth. Gebäude, die noch eindeutig als Felons Kaufhäuser identifizierbar sind, findet man sowohl in Concord, Roxbury, Diamond City, in der General Atomics Galleria und am Monsignor Plaza. Außerdem gehört wohl ein Kiosk in der Fenwell Hall im Financial District zu der Ladenkette. Die Kaufhauskette war für ihre preiswerte und doch qualitativ hochwertige Ware bekannt. Da sich auch Luxusgüter wie teurer Schmuck im Angebot von Felons befanden, wurden sie häufiger Opfer von gezielten Diebstahlattacken, hinter denen der örtliche Gangsterboss Eddie Winters steckte. Aufgrund dessen wurde die Security in den Läden vor dem Fall der Bomben drastisch erhöht. Bei der umstrittenen Installation einiger Securitrons in der denkmalgeschützten Faneuil Hall kam es zu einem Zwischenfall, bei dem mehrere Personen getötet wurden, was dazu führte, dass die Firma vor dem Fall der Bomben kurz vor dem Konkurs stand. Doch während die meisten Firmen den großen Krieg nicht überstanden, hat die totgeglaubte Firma Felons tatsächlich auch nach dem Krieg noch Handel betrieben. Und so können wir auch 200 Jahre später noch einen aktiven Felons Store in Diamond City auffinden, der von Becky und Charlie Felon betrieben wird. Wahrscheinlich tatsächlich Nachfahren der ursprünglichen Gründerfamilie. Laut aus Fallout 76 herausgeschnittenem Content soll die Gründerin der Kette eine Frau namens Emma Fallon gewesen sein. Das ist allerdings nicht offiziell bestätigt. Falmouth Winery Ein Weinhersteller, der einen auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben noch im Ödland auf dem Bahn Merlot herstellte. Fancy Lads Die Herstellerfirma der sehr beliebten Fancy Lads, Neck Cakes, die auch 200 Jahre nach dem großen Krieg noch weit verbreitet sind. Ihr Werbeslogan vor dem Krieg war, a big delight in every bite, also eine große Freude in jedem Bissen. Fantastic Tours Eine Firma, die das Tormaster 3000 System für die Grand Mystery Mansion entwickelte. Das ehemalige Familienhaus der Grand Chesters, das in ein vollautomatisiertes Geisterhaus für Nuka World umgewandelt wurde. Federal Cartridge Ein Vorkriegsmunitionshersteller, der die Kaliber 45 Auto Hohlspitz Munition herstellte. Fission Pal Ein Hersteller von nuklearen Reaktoren. Mehr wissen wir über diese Firma nicht. Fizzy Fountain Drinks War vor dem Krieg entweder eine Getränkmarke, so wie Nuka Cola oder Weim, oder der Name eines Getränkestandes, der Getränke nicht hergestellt, sondern lediglich verkauft hat. Alles, was nach dem Fall der Bomben noch auffindbar ist, ist ein Schild auf einem Gebäude mit mehreren Imbessständen in Point Lookout. Fabric National Fabric National, auch FN genannt, war ein Waffenhersteller, der die an der Westküste sehr beliebten Nachkriegswaffen FN Fall und FN P90C herstellte. Hierbei handelt es sich wieder mal um eine der wenigen realweltlichen Firmen, die ihren Auftritt im offiziellen Fallout-Kanon haben. Freddy Fears House of Scares Die Firma hat vor dem Fall der Bomben Halloween-Kostüme hergestellt, verkauft und Kostümwettbewerbe veranstaltet. Ihre bekannten Läden befinden sich in Paradise Falls im Ödland der Hauptstadt und in Appalachia. Zu ihren nach dem Krieg noch bekannten Kostümen gehörten der American Soldier, ein T-51B-Power-Rüstungskostüm, die Sock-Hop-Susie, ein Outfit passend zu dem in den 1950er Jahren in den USA sehr beliebten Sock-Hop-Tanz, Lady Liberty, ein Freiheitsstatuenkostüm, Vampire, ein Vampirkostüm, Red Chinese in Vader, ein Kostüm eines chinesischen Soldaten, sowie ein Hexenkostüm, ein Skelettkostüm und ein Clownskostüm sind noch auffindbar. Fresh Soil Restaurant Ein Restaurant in Watoga, dessen ehemaliges Gebäude nach dem Fall der Bomben nicht mehr betretbar ist. Freysha's House Restaurant Ein Vorkriegsrestaurant in Helvetia in Appalachia, das zur sogenannten Festnacht besondere Angebote für Nachspeisen anbot. Famigas, ein Hersteller von Metallverarbeitungswerkzeugen, wie zum Beispiel dem Schweißbrenner, der im Bereich Commonwealth und Appalachia auch viele Jahre nach dem Fall der Bomben immer noch weit verbreitet ist. Garden Feed, eine Marke für Gartenutensilien vor dem Krieg. Besonders in Appalachia und in der Region des heutigen Commonwealth waren ihre Düngermittel sehr weit verbreitet. Gentleman Gear, eine Firma, die Poliermittel herstellt. Der ironischerweise schon wenige Jahre nach dem Großen Krieg stark verrostete Container kann noch überall in Appalachia aufgefunden werden. GDA Fusion, ein Fusionsenergieerzeuger der Vorkriegs-USA. Nachdem diese beschuldigt wurden, durch ihre Energieproduktion das Grundwasser zu verseuchen, errichtete das Atomstromunternehmen einen Windpark auf der Insel, die später Far Harbor beherbergen würde. In erster Linie mit dem Ziel, ihr Image reinzuwaschen. Nicht nur das in der Öffentlichkeit, sondern auch das bei einigen wichtigen Senatoren. Dieser Windpark sollte allerdings möglichst schnell wieder eingestellt werden, da die Firma eigentlich nicht in konkurrierende Technologien investieren wollte. Der Fall der Bomben kam diesem Vorhaben allerdings zuvor. Garaham Mining Company Eine auf Bergbau spezialisierte Firma, die vor dem Krieg in der Region Appalachia tätig war. Graham Mining war eines von zwei Bergbauunternehmen, die in der Region in enger Konkurrenz zueinander standen. Um den Hornwrights, die Leiter der konkurrierenden Firma, einen Schritt voraus zu sein, entwickelten die Garahans eine spezielle Powerrüstung, die für den Bergbau konzipiert wurde. Und die Effizienz des Bergbaupersonals um ein Vielfaches steigern sollte. Die Konkurrenz entwickelte währenddessen sogenannte Auto-Miner, eine vollautomatisierte Bergbau-Arbeitskraft auf Basis eines Protektrons. Während die Konkurrenz auf Automatisierung setzte, wollte Garaham an menschlichen Arbeitskräften festhalten, um die Ausschreitungen der arbeitslos gewordenen Minenarbeiter und Arbeiterinnen einzudämmen. Beide Firmen waren von ihren Lösungsansätzen zur Effektivitätsmaximierung überzeugt. Und so ließen sich beide auf einen Wettbewerb ein. Die EX-17 Exploration Powerrüstung gegen die Auto-Miner. Wer würde innerhalb von 24 Stunden mehr Mineralien abtragen können? Am Ende des Tages verlor die Garaham Mining Company knapp gegen den vollautomatisierten Kontrahenten, der sich durch Industriespionage insgeheim einen kleinen Vorteil verschafft hatte. Ob nun fair gewonnen oder nicht, so oder so waren die Auto-Miner nun das Thema der Stunde in Appalachia. Und das EX-17 Projekt von Garaham wurde eingestellt. Der Aktienkurs der Garaham Mining Company fiel daraufhin umgebremst in den Boden und die Konkurrenz machte sich für eine feindliche Übernahme bereit. Mit dem Ziel, die EX-17 Powerrüstungstechnologie zu nutzen, um vollautomatische und unzerstörbare Minenarbeitskräfte zu erschaffen, die vollkommen ohne menschliches Zutun arbeiten können. Die amtierende CEO von Garaham Mining Company wäre für einen Deal mit der Konkurrenz bereit gewesen und wollte danach zurücktreten, um ihren Kindern die Leitung der Firma zu überlassen. Diese Pläne wurden allerdings vom großen Krieg vorzeitig vereitelt. Galaxy News Network Vor dem Krieg handelte es sich hier um ein gewaltiges Nachrichten-Imperium in den USA. Unter dem Schirmnamen Galaxy News wurden mehrere Radio- und TV-Programme betrieben, wie zum Beispiel auch Galaxy News Radio. Die Berichterstattung dieser Sender war in der Regel faktisch nicht unbedingt falsch, tendenziell wurde allerdings immer extrem pro-amerikanisch, pro-Regierung und pro-Wirtschaft berichtet. So zum Beispiel auch im Falle der militärischen Annexion Kanadas durch die USA, die als friedensschaffende Maßnahme für das kanadische Volk bezeichnet wurde. Oder auch im Falle des besorgniserregenden Fundes, dass die Verseuchung der Flüsse zu massiven Mutationen in Krustentieren führte, welcher mit einer Schlagzeige aufgegriffen wurde, die das Wachstum von Hummern in der Region feierte. Die Ruinen dieses ehemaligen Nachrichten-Imperiums können immer noch im Ödland der Hauptstadt und im Commonwealth besucht werden. Im Galaxy News Radio Building Plaza im Ödland der Hauptstadt wurde 2277 das Galaxy News Radio von einem Mann, der sich Three Dog nennt, als Community Radio mit den neuesten Nachrichten der Region und Musik wiederbelebt. Future Tech Future Tech war eine geheime Vorkriegsdivision von Vault-Tag, die sich darauf spezialisiert hatte, extrem fortschrittliche Technologien und Waffen herzustellen. Die von Stanislaus Braun geführte Vault-Tag-Abteilung war vor dem Krieg Vault-Tags strengst gehütetes Geheimnis. Zum einen, um die High-End-Produkte vor der Konkurrenz zu schützen und zum anderen wahrscheinlich auch um die teilweise kontroversen Mittel von Braun zu verschleiern. Future Tech hat an einigen Energiewaffen und an Virtual-Reality-Simulationen mitgearbeitet. Ihre größte Leistung dürfte wahrscheinlich aber das Geeg sein, das Garten Eden-Erstellungskit, das in der Lage war, Materie in seiner Umgebung aufzuspalten und nach Belieben neu zu konfigurieren. Der Prototyp dieses Geegs war allerdings zu fortschrittlich und kostspielig, um es an die Walls weiterzuleiten, damit diese im Falle einer nuklearen Katastrophe das Land neu besiedeln könnten. Deswegen wurde eine einfachere Version erforscht, die verschiedene Anleitungen, Rezepte, Samen und einen internen Energiespeicher enthielt. Diese Version des Geegs konnte leichter Massen produziert und verteilt werden. So viel wir wissen zumindest. Manche der Infos über das Geeg sind mit Vorsicht zu genießen. Sie stammen großteils aus der Fallout Bible und teilweise auch aus dem Fallout Pen & Paper Rollenspiel. Beides Quellen, die nicht offiziell Teil des Kanons sind. Die Videospiele haben diesen Quellen bisher allerdings noch nicht widersprochen, weshalb sie für viele Fans und auch für mich immer noch so semi-Kanon sind, bis zukünftige Spiele mal eindeutig widersprechen. General Atomics International General Atomics International war vor dem Krieg eine breit aufgestellte Firma, die sowohl im Bereich der Robotik, der Waffenentwicklung, der Energieversorgung als auch im Softwaresektor tätig war. Die Firma hatte ihren großen Durchbruch im Jahr 2037, als sie den ursprünglichen Mr. Handy auf den Markt brachten. Einen vollautomatischen Multifunktionsroboter, der Haushalt und Wartungsarbeiten ausführen konnte. In den USA und Mexiko war dieses Produkt auf Anhieb ein voller Erfolg. Nicht zuletzt durch das große Erdbeben von 2042, das Mexico City fast vollständig zerstörte und das mit Hilfe von Mr. Handys wieder aufgebaut wurde. Ihr robustes und zuverlässiges Design hat die Mr. Handys schnell zu der erfolgreichsten Roboter-Marke gemacht, die es auf dem Markt zu der Zeit überhaupt gab. Vor allem, nachdem ihre Software 2039 geupdatet wurde und ihre Koordination der multiplen Arme besser funktionierte als bei Release. General Atomics hatte für lange Jahre den Roboter-Markt voll unter Kontrolle. Vor allem im privaten Sektor. Bis Robco Industries in den 2070ern mit ihrem hochmodernen neuronalen Netzwerk das alte, sehr beschränkte Roboter-Gehirn, das noch auf Technologie aus den 2030ern basierte und das nicht lernen konnte, obsolet machte. General Atomic erkannte schnell, dass ihr Mr. Handy, so populär er auch war, schnell ins Hintertreffen geraten würde, wenn erste Haushaltsroboter mit den neuen, viel leistungsstärkeren Gehirn von Robco Industries den Markt betreten würden. Und um ihren Marktanteil zu sichern, schlossen sie sich kurzerhand mit Robco zusammen. Gemeinsame Verträge wurden gemacht und eine neue Generation von Mr. Handys wurde in Kooperation dieser beiden Firmen entwickelt. Das Design wurde überarbeitet. Die neuen Modelle waren schlanker und eleganter und verfügten nur noch über drei statt sechs Armen, was die Koordination wesentlich leichter machte. Und das durch Robco Industries entwickelte künstliche neuronale Netzwerk verlieh den neuen Mr. Handys eine künstliche lernfähige Intelligenz, die die herkömmlichen Mr. Handys wie Toaster wirken ließ. Diese Gemeinschaftsunternehmen der beiden Roboter-Konzerne war so erfolgreich, dass das US-Militär auf sie aufmerksam wurde und die beiden Firmen arbeiteten 1972 gemeinsam am Liberty Prime Projekt und entwickelten nebenbei die Technologie, um organische Gehirne mit Maschinenteilen zu verbinden, was zu der Erschaffung der Robo-Herne führte. Auch wenn die Roboter der größte Erfolg von General Atomics gewesen sein dürften, war die Firma, wie anfangs erwähnt, auch in vielen anderen Bereichen tätig. Und das durchaus auch sehr erfolgreich. So entwickelten sie zum Beispiel nukleare Reaktoren, die unter anderem von Vault-Tec genutzt wurden, um einige der Vaults mit Energie zu versorgen. Und sie entwickelten den Wellenpartikel-Umlenker, der ein integraler Bestandteil von modernen Energiewaffen aller Art ist. Sie gehörten außerdem zu den ersten Unternehmen, die vollkommen automatische komplexe Systeme erschaffen haben, die ohne jegliches menschliches Zutun auskommen sollten. So wie die General Atomic Galleria. Diese empuppte sich allerdings als komplettes Desaster. Es kam zu einigen Todesfällen durch die automatisierten Roboter. In der Fallout-Reihe sind vier Standorte im heutigen Commonwealth bekannt, die zu General Atomics gehören. Die General Atomics Factory, in der die Mr. Handy-Variante Miss Nanny hergestellt wurde. Die geheime USA Robotics Technology Facility RB2851, in der Robo-Brains hergestellt wurden. Sowie die genannte General Atomics Galleria, die familienfreundliche Unterhaltung für jedes Alter bot und in der General Atomics Produkte aller Art verkauft wurden. Zu ihren beliebtesten Produkten gehörte neben den Mr. Handys, der ersten sowie zweiten Generation, auch die militärische Variante eines Mr. Handys, Mr. Gutsy genannt, die Robo-Brains, die organische Gehirne als Prozessoren nutzten, die Miss Nanny, die im Gegensatz zu den haushaltshelfenden Mr. Handys auf Kinderbetreuung spezialisiert war, und die Mr. Orderly, medizinisch einsetzbare Mr. Handys, die komplexe Operationen durchführen konnten. Letztere wurden allerdings explizit nur für das Big MT produziert und nie für den Markt freigegeben. Zudem kann man in der Nachkriegswelt noch auf Mr. Farmhands treffen, Mr. Handys, die auf die Arbeit auf Farmen, also in der Landwirtschaft in Appalachia spezialisiert waren, und Mr. Frothy, der aus einer Kooperation mit Nuka-Cola hervorgegangen ist. Wie schon erwähnt, entwickelte General Atomics auch die für Energiewaffen benötigte Technologie der Wellenpartikelumlenker, die sie aber auch gleich in ihrer eigens produzierten Energiewaffe, dem AER-9 Laser Rifle, benutzten. Und neben schon genannten nuklearen Reaktoren entwickelten sie außerdem noch Haushaltsgeräte wie Radios, Geschirrspüler oder auch Trockner. Zudem entwickelten sie noch einige Softwareprogramme, wie zum Beispiel das In-Home-Servant-Interface, das bis zur Version 3.1 entwickelt wurde und welches dazu diente, eine einfache Programmierung der Mr. Handys durch den Endverbraucher zu ermöglichen. Das Director Management System, das einem Meisterroboter die Kontrolle über ein ganzes Netzwerk von untergebenen Robotern ermöglichte, wie es in der General Atomics Galleria zum Einsatz kam, und das Ask-for-Help Helper System, das eingehende Mails bei Robco automatisch beantworten konnte. Der Name der Firma ist wahrscheinlich eine Anspielung an General Atomics Technologies Corporation und General Electrics, eine real existierende Firma, die in den Sektoren Energieverteidigung und Luftfahrt tätig ist. Gilman Lumber Mill, eine Sägemühle, deren Ruinen im Nachkriegs The Forest in Appalachia stehen. Das Werk hat in den letzten Jahren massiv Stellen abgebaut und durch vollautomatische Arbeitskräfte ersetzt. Speziell für die Holzverarbeitung umgebaute Protektrons haben die Mühle zu einer der ersten in Appalachia gemacht, die fast vollständig automatisiert lief. Und auch nach dem Fall der Bomben kann man die mechanisierte Waldarbeit noch immer bewundern. Glaston House Incorporated, ein ehemaliger Hersteller von Waffen- und Roboterteilen in dem Vorkriegs-Ursa. Von dieser Firma stammt der Securitron Gatling Laser. Glock, ein Waffenhersteller, der von dem österreichischen Ingenieur Gaston Glock gegründet wurde. Dieser hat im 21. Jahrhundert sein Bewusstsein in eine künstliche Intelligenz übertragen, um über seinen natürlichen Tod hinaus Waffen zu designen. Zu diesen Waffen gehörte die Glock 86 Plasma-Pistole. Glock basiert auf dem gleichnamigen Waffenhersteller der realen Welt, der ebenfalls von einem Mann namens Gaston Glock gegründet wurde. Bisher hat sich der 93-Jährige allerdings noch nicht in eine KI übertragen lassen. Zumindest so viel wir wissen. Gold Ribbon Grocers, ein kleiner Supermarkt nordwestlich der Chury Street Metro Station im Ödland der Hauptstadt. Der Laden wurde nach dem Krieg zu einer einzigen großen Rube Goldberg Maschine umgebaut. Also eine unnötig komplexe Kettenreaktion, die am Ende zu einer recht simplen Aktion führt. Wie man das aus den Looney Tunes kennt. Das Gebäude war höchstwahrscheinlich als Falle konzipiert. Gomorra Das Gomorra war vor dem Krieg ein Hotel und Casino in Las Vegas, das zu den wenigen Gebäuden gehört, die den Fall der Bomben und den darauffolgenden Zusammenbruch der Gesellschaft relativ unbeschadet überstanden hat. Wobei es durchaus möglich ist, dass es auch von House und seinen Securitrons renoviert wurde. Das Casino ist nach dem Krieg vor allem bei der RNK sehr beliebt. Der Laden wird von der Omerta-Familie geleitet. Eine der drei großen Familien, die New Vegas unter sich aufteilen. Wie der Name verspricht, macht das Casino-Hotel keinen Hehl daraus, sich auf exzessive Ausschweifungen spezialisiert zu haben. Neben Glücksspiel und Schlafmöglichkeiten bietet das Gomorra Prostitution, harte Drogen, Alkohol, gutes Essen und vielleicht einige der edelsten Betten im ganzen Ödland. Das Casino ist anders als die anderen bestehenden Casinos in New Vegas ghoulfreundlich und gewährt diesen nicht nur Zutritt, sondern stellt auch einige ein. Scheinbar war das real existierende Dunes-Casino die Vorlage für das Gomorra. Der Name Gomorra ist dagegen eine biblische Referenz und kommt von einer der in Sünde lebenden Städte, die von Gott zerstört wurden. Da der Name Gomorra so schwer zu schreiben war und das immer wieder zu Missverständnissen und Problemen im Entwicklungsteam geführt hat, wurde in Erwägung gezogen, den Ort in Sodom umzubenennen, der biblischen Schwesterstadt von Gomorra. Grafton Discount Realty Ein Immobiliengeschäft in Grafton, West Virginia Gramercy and Ulster Hierbei handelte es sich um eine juristische Kanzlei in Appalachia. Sie wurde von James Duncan beauftragt, um seinem Bruder vor Gericht zu zerren, der angeblich die Roboter in ihrem gemeinsamen Laden manipulierte. Was die Kanzlei allerdings nicht wusste, während sie ermittelte, war, dass James' Bruder schon lange tot war und der allein gebliebene Auftraggeber daraufhin schwere psychische Probleme entwickelt hatte. Grand Dads Ein Munitionshersteller der Vorkriegs-USA Dieser hat die 208-Kaliber-Kugeln hergestellt, die man im Raum des Nachkriegs New Vegas noch finden kann. Granite Incorporated Laut der Fallout 1-Item-Beschreibung eines gewöhnlichen Wurfsteins handelte es sich bei dieser Firma um die Hersteller von verbesserten, handgroßen, rundlichen Steinen, die ideal als Wurfgeschoss eingesetzt werden könnten. Wahrscheinlich ist der Text allerdings nur ein kleiner Scherz des Entwicklungsteams. Grape Pearl Soda Ein Vorkriegs-Softdrink-Hersteller, der ein Getränk mit Traubengeschmack verkaufte. Das Unternehmen wurde vor dem Krieg von Nuka-Cola aufgekauft. Und aus Grape Pearl Soda wurde Nuka Grape. Gravianos Italian Eatery Eine Kette von italienischen Restaurants in West Virginia. Einen der beiden Läden kann man in Berkeley Springs bewundern, den anderen in Morgentown. Interessanterweise waren die Schilder für dieses Restaurant schon in den Fallout 4 Gamefiles enthalten, aber sie wurden erst in Fallout 76 genutzt. Beinahe wäre diese Restaurantkette also im Commonwealth statt in Appalachia heimisch gewesen. Greasy Prospector Eine amerikanische Vorkriegsfirma, die Pork & Beans herstellte. Green Custom Defense System Hierbei handelte es sich um ein militärisches Unternehmen, das von Mike Green gegründet wurde und vor dem Fall der Bomben mit Alien-Technologie experimentierte. Greenway Hydrophonics Eine Vorkriegsfirma, die vor dem großen Krieg von Daryl Greenway gegründet wurde, nachdem dieser Poseidon Energy verlassen hatte. Die Firma produzierte vor allem landwirtschaftliches Equipment. Im Gegensatz zu Poseidon Energy benannte die Firma ihre Produkte nach römischen mythischen Gestalten statt griechischen. Ihr Logo war ein Strichmännchen mit einer Rübe als Kopf. Die Firma war für das gestrichene, nie erschiene Fallout 3, das unter dem Projektnamen Van Buren entwickelt wurde, geplant und ist nicht offiziell Teil des Fallout-Kanons. Grey & Galt Ein Juwelengeschäft in der Valley Galleria in Appalachia. Grey Tortoise Eine beliebte und weit verbreitete Zigarettenmarke, die man auch nach dem Fall der Bomben noch überall im Commonwealth und in Appalachia vorfinden kann. Es ist außerdem auch die Zigarettenmarke, die der mysteriöse Fremde in Fallout 4 mit sich herumträgt. Griller Tan Eine Vorkriegsfirma, die in der Region von Appalachia die Hightech Barbecue Grills herstellte. Hairstyle Eine Vorkriegs-Haarspray-Marke Die Dose dieses Produkts wurde nach dem Fall der Bomben als Behälter für die Droge Turbo benutzt. Haccio Ein Hersteller von Werkzeug wie der Hatchet, dem Hackebeil, die man im Raum Appalachia nach dem Fall der Bomben noch zuhauf finden kann. Alle Beile, die man finden kann, haben die Seriennummer GP50636-0. Grafton Steel Ein Stahlwerk, das von CEO Arthur Wood geleitet wurde. Es war vor dem Krieg wohl die wichtigste wirtschaftliche Kraft und größte Arbeitgeber in Grafton. Als das Stahlwerk aufgrund des Sinoamerikanischen Krieges zu einem wichtigen Verteidigungsvertragspartner wurde, nutzte das Unternehmen die neue Freiheit, die sie durch den Ausnahmezustand und die Verbindung zur US-Regierung erhalten hat, um Arbeiterschutzregulierungen und Umweltschutzvorschriften zu ignorieren. Eine 72-Stunden-Woche wurde eingeführt. Zwölf Stunden Schichten mit einer halben Stunde Mittagspause. Und Krankentage wurden nicht mehr bezahlt. Der gesundheitliche Zustand der Angestellten verschlechterte sich kritisch. Doch die Regierung war gewillt wegzusehen, solange das Stahlwerk seine Quote erfüllen konnte. 2077 war die Umwelt der Region in katastrophalem Zustand. Da der hochtoxische Giftmüldeanlage einfach in die umliegenden Flüsse abgelassen wurde. Zudem nahm die Zahl der Fälle von tödlichen Umfällen, schweren Verletzungen und chronischen Krankheiten bei der Belegschaft in alarmierendem Maße zu. Um einen Aufschrei bei Behörden und in der Öffentlichkeit zu verhindern, wurden intern erhobene Statistiken deutlich geschönt. Und es wurden zum Beispiel nur Fälle gezählt, die vom hauseigenen Betriebsarzt behandelt wurden. Was zum Beispiel die Todesfälle von 31 auf 2 verzerrte. Innerhalb der Firma wurde sehr schnell bedroht und eingeschüchtert, wenn Unzufriedenheiten öffentlich kundgetan wurden. Einem besonders aufmüpfigen Arbeiter namens Otis Pike wurde zum Beispiel damit gedroht, dass er bei der Regierung als kommunistischer Spion gemeldet werden würde, wenn er weiterhin für Unruhe am Arbeitsplatz sorgen würde. Oder auch nur kündige. Im September 2077 explodierte die angespannte Stimmung dann letztendlich. Nach mehreren Sabotageakten im Stahlwerk kam es zu einem aggressiv geladenen Streik in Verbindung mit Ausschreitungen. Otis Pike empführte sogar den Sohn des CEOs von Grafton Steel, um besseren arbeitenden Schutz zu erpressen. Währenddessen ermittelte die Regierung gegen die Strippenzieher der Proteste, die als kommunistische Saboteure des Hochverrats beschuldigt wurden. Der CEO Winter reagierte nicht auf die Erpressung seines Sohnes, da bessere Schutzmaßnahmen ein vorübergehendes Herunterfahren des Werkes erfordern würden und der Stahl dringend im Krieg gebraucht werden würde. Laut eigener Aussage würde er lieber seinen eigenen Sohn verlieren, als sein Land an den Kommunismus. Und wie so oft in der Vollortwelt war all das Leid, all die harte Arbeit und all der Schmerz, all die Toten, all der Hass, alles sinnlos. Denn kurz darauf fielen die Bomben. Grafton Steels Lieferungen waren im Großen und Ganzen absolut bedeutungslos für den Verlauf des Krieges. Das Einzige, was diese kriegsgetriebene Wirtschaft der Region und die darauf folgenden Ausschreitungen für die Nachwelt zurückgelassen haben, ist ein extrem verseuchtes und tödliches Areal, das im Nachkriegs Appalachia als Toxic Valley bekannt wurde. Die Gwinnett Brewery, die Gwinnett Brewery oder auch Button Gwinnett Brewery genannt, ist eine Brauerei, die das im Vorkriegs Commonwealth sehr beliebte Button Gwinnett herstellte. Eine Reihe an verschiedenen Bieren, die mehrere Preise gewonnen haben. Ein Bier dieser Brauerei wurde sowohl im Jahr 2051 als auch im Jahr 2062 zu Bostoms bestem Bier gewählt. Das Bier und die Brauerei war so beliebt, dass diese sogar mehrere Touren abhalten konnte. Und das zu einem nicht gerade günstigen Preis. Fast 60 Dollar kostete es, sich eine halbe Stunde lang die Arbeitsprozesse der Brauerei selbst anzusehen. Und das betraf nur einige Nebenanlagen. Wollte man die Hauptanlage sehen, hat das sogar 120 Dollar gekostet. Dafür hat man dann immerhin auch freie Kostproben bekommen. Doch nicht nur bei Privatkunden waren die Biere dieser Brauerei sehr beliebt. Sie gehörte auch zu den Hauptlieferanten von Hotel Redford, dem Shamrock Tap House und dem Boston Baseball Stadion. Zu ihren Produkten, die man auch nach dem Fall der Bomben noch im Ödland finden kann, gehörten das Pale Ale, das Peabody Pilsner, das Dead Red Coat Ale und das Bunker Hill Brew. Greg's Mine Supply Greg's Mine Supply hat sich, wie der Name vermuten lässt, vor dem Großen Krieg darauf spezialisiert, den Menschen, die in den Minen von Appalachia arbeiten, also beziehungsweise besser gesagt den Firmen, die diese beschäftigen, Bergbauequipment aller Art zu verkaufen. Als der Bergbau der gesamten Region allerdings automatisiert wurde, ging es dem Laden 2077 nicht mehr besonders gut. Der Besitzer dieses Ladens, ein Mann namens Greg Harris, versuchte daraufhin, sein Repertoire umzustellen und sich auf automatisiertes Equipment zu spezialisieren. Allerdings verstand er nicht viel von Computern und Elektronik und Technik allgemein und deswegen hatte er ein Problem hier mit der Konkurrenz mitzuhalten. Nach dem Fall der Bomben wurde das Gebäude zum Teil einer Festung der Verbrannten. Hank's Electronical Supplies Hierbei handelt es sich einfach nur um einen kleinen Elektroladen in der Turry Street Metro Station, der heute nach dem Fall der Bomben von Raidern bewohnt wird. Mehr ist über diesen kleinen Laden nicht zu sagen. Happy Liberty Imports war ein Importeur, der in den USA ausländische Waren importierte und diese weiterverkaufte. Zumindest war das der Anschein dieser Firma, denn in Wirklichkeit handelte es sich hierbei um eine Scheinfirma, die Spionage für die chinesische Regierung betrieb. Zusammen mit ihren Waren schmuggelten sie viel Equipment in die USA, um ihre Agenten und Agentinnen auszurüsten. Darunter auch die Zurok V418 chinesische Pistole, die in der Lage war, brennende Munition zu verschießen. Hardware Town Bei Hardware Town handelte es sich vor dem Fall der Bomben höchstwahrscheinlich um den beliebtesten Baumarkt in ganz Boston. Nach dem Fall der Bomben wurde das solide Gebäude mit dem immer noch sehr nützlichen Werkzeug von einer Raiderbande übernommen, die sich darauf spezialisiert hat, gutgläubige, hilfsbereite Außenseiter in ihren Laden zu locken, um diese dort zu ermorden und auszurauben. Hauer Premium Hauer Premium Hierbei handelte es sich um einen Hersteller von Vorkriegsmunition, genauer gesagt den 12.7mm Kugeln, die man in Fallout New Vegas im Ödland der Mojavewüste auch nach dem Fall der Bomben noch überall auffinden kann. Heckler & Koch ist ein deutscher Waffenhersteller. Dieser stellte unter anderem die in Fallout 1, 2 und Fallout Tactics auffindbaren Waffen MP9 10mm SMG, L30 Gatling Laser, H&K Claws, H&K P90C, H&K G11 und H&K G113 her. Die H&K Claws kommt lediglich in dem Spiel Fallout Tactics vor und ist daher nicht so richtig hundertprozentig Teil der Fallout Lore. Auch in der realen Welt existiert ein Waffenhersteller mit dem selben Namen, dieser hat allerdings keinen Gatling Laser hergestellt. Zumindest so viel wir wissen, bis jetzt noch nicht. Hestors Consumer Robotics hierbei handelte es sich um einen kleinen Laden im Theater District in Boston, der vor dem Fall der Bomben Haushaltsroboter reparierte und modifizierte. Dabei war der Laden vor allem auf Mr. Handys spezialisiert. Euer Dolce war der Hersteller von Zigarren vor dem Fall der Bomben, die man nun auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben immer noch im Ödland vorfinden kann. Die Holland Chase Concrete Company war eine Firma, die sich auf den Transport von Zement spezialisiert hat. Sie waren unter anderem am Bau von Vault 79 beteiligt, ohne dies zu wissen. Mehr ist über diese Firma allerdings nicht bekannt. Horizon Airlines oder auch Horizon Skyways genannt, war ein Flugzeugunternehmen in den Vereinigten Staaten vor dem Fall der Bomben. Die Überreste ihrer Flugzeuge können überall im Commonwealth und in Appalachia aufgefunden werden. Hallucigen Incorporated oder manchmal auch einfach nur Hallucigen genannt, war eine Vorkriegsfirma mit Sitz in Boston, die sich darauf spezialisierte, nicht-tödliche biochemische Waffen herzustellen, um die Armee der USA sowie die Polizeikräfte bei der Kontrolle von Aufständen und Ausschreitungen unterstützen sollte. Hallucigen entwickelte im Jahr 2055 das sogenannte Hallucigen Gas. Dieses nicht-tödliche, außer Gefecht setzende Gas war überaus beliebt. Und so wurde Hallucigen zum weltweiten Marktführer, wenn es um nicht-tödliche Waffen für Polizei- und Militäreinsätze ging. Doch nach ihrem großen Erfolg 2055 blieben weitere Innovationen aus. Die Forschung lief schleppend und die Erfolgsrate war extrem gering. So kam das Unternehmen bis zum Jahr 2077 in ernsthafte finanzielle Probleme. Hallucigen nutzte Freiwillige als Testsubjekte für ihre nicht-tödlichen Waffen. Die Sterblichkeitsrate unter diesen war allerdings außergewöhnlich hoch. Doch trotz der vielen Misserfolge konnte Hallucigen doch noch einige weitere recht erfolgreiche Produkte auf den Markt bringen. So hatten sie unter anderem einen Vertrag mit Vault-Tag, um ein psychoaktives Gas zu entwickeln, das Vault-Tag für seine Experimente nutzen konnte. Außerdem entwickelten sie das sogenannte Dispersent, das am 18. Oktober 2077 noch getestet wurde. Das Testsubjekt hat diese Tests fast schon ausnahmsweise für Hallucigen-Maßstäbe überlebt und reagierte stattdessen mit extrem starken Angst- und Panikreaktionen, so sehr, dass es panisch die Flucht ergriffen hat, als es sein eigenes Kind im Wartezimmer gesehen hat. Die Polizei verfolgte das Testsubjekt daraufhin zwei Tage lang. Auch wenn die Reaktion des Testsubjekts erstmal ein Erfolg war, galt das gesamte Experiment samt der Flucht und der tagelangen Verfolgung als gescheitert. Das berühmte und sehr erfolgreiche Hallucigen-Gas verursachte bei allen, die ihm ausgesetzt waren, Halluzinationen, plötzliche Anfälle von extremer Aggressivität und manchmal auch Herzversagen. Beim Test dieses sehr erfolgreichen Produktes kam es zu mehreren Todesfällen. Testpersonen gingen aufeinander los und töteten sich gegenseitig. Obwohl keine einzige Person die Tests mit Hallucigen-Gas überlebte, wurde das Gas trotzdem als nicht-tödliche Waffe eingestuft. Denn das Gas selbst war nur in seltenen Fällen der Verursacher des Todes. Es war das auffällige, seltsame und aggressive Verhalten der Betroffenen, die sich selbst oder andere töteten. Hallucigens Eridicator, ein weiteres Produkt, das von dieser Firma getestet wurde, war letztendlich auf eine andere Art und Weise erfolgreich, als es ursprünglich gedacht war. Eigentlich sollte dieses Gas chemische und biologische Versäuchung aus gewissen Gebieten entfernen. Und das sogar erfolgreich. Testsubjekte, die dem Gas ausgesetzt wurden, starben allerdings beinahe augenblicklich an unglaublich schwerer radioaktiver Verstrahlung. Somit wurde der Eridicator von einer nicht-tödlichen Waffe, oder besser gesagt in dem Fall vielleicht sogar einer Möglichkeit, um schwer verseuchte Gebiete wieder zu reinigen, zu einer tödlichen Waffe aufgestuft. Das Gas war in der Tat so gefährlich und so tödlich, dass sämtliche Kammern, die für Experimente mit diesem Gas benutzt wurden, nach den Tests sofort versiegelt werden mussten und es wurden neue Kammern erbaut, um weitere Experimente durchzuführen. Ein weiteres Produkt, das Herr Lucigen Incorporated in ihrem Repertoire hatte, war die sogenannte In-Wizzy-Wave. Mit diesem Produkt versprachen sie dem US-Militär, eine bessere, effektivere Methode der Unsichtbarkeit zu bieten, als es der Stealth-Boy jemals könnte. Lucigen führte dem US-Militär ihre neue Errungenschaft vor und diese waren extrem beeindruckt von den Möglichkeiten dieses Produkts. Was die Repräsentanten des US-Militärs allerdings nicht wussten, ist, dass die ganze Show ein Riesen-Fake war. Das Produkt in Wizzy-Wave war bei weitem noch nicht marktreif. Deswegen wurden für die Präsentation in Wirklichkeit zwei verschiedene Stealth-Boys, fünf Spiegel und eine Falltür benutzt, um den Anschein von Verschwinden und Wiederauftauchen herzustellen. Nachdem die US-Navy 200 Stück dieser experimentellen Waffe kaufte, merkte sie schnell, dass sie nicht den Versprechen des Herstellers gerecht werden konnte. Unter anderem kam es zu schwerwiegenden Nebenwirkungen bei denen, die der In-Wizzy-Wave ausgesetzt waren. Einige Testsubjekte wurden immateriell. Sie waren noch sichtbar und lebendig, konnten allerdings nicht mehr mit fester Materie interagieren, also nichts mehr berühren und nicht mehr berührt werden. Andere wurden unhörbar. Sie gaben keine Geräusche mehr ab und konnten scheinbar keine Schallwellen mehr erzeugen. Die Teilchen um sich herum nicht mehr in Schwingung versetzen, waren aber ansonsten noch vollkommen lebensfähig. Und zu guter Letzt hatte Hallucigen Inc. noch den Suppressor erfunden. Ursprünglich ein Gas, mit dem selbst schwer gepanzerte Aggressoren paralysiert werden sollten. Dies geschieht dadurch, dass das Gas elektrische Ladungen an alle Lebensformen abgibt, die sich in der Wolke des Gases befinden. Die häufig auftretenden Nebeneffekte dieses nicht-tödlichen Gases waren allerdings schwerwiegend. Teile des Körpers oder vielleicht sogar der ganze Körper konnten gelähmt werden und das permanent. Außerdem verbreitete sich das Gas ziemlich schnell und war nicht nur eine Gefahr für den, gegen den es angewendet werden sollte, sondern auch für unschuldige Passanten und Passantinnen. Man kann also hier schon deutlich ablesen, dass Hallucigen große Probleme mit der Entwicklung von nicht-tödlichen Waffen hatte. Die meisten waren durchaus sehr tödlich oder aber absolut unausgereift und nicht bereit für den Markt. Es ist fast ein Wunder, dass Hallucigen es für so lange Zeit geschafft hat, zum Weltführer für nicht-tödliche Waffen zu werden und dieses zu bleiben, obwohl sie genau genommen nicht wirklich eine effiziente, nicht-tödliche Waffe in ihrem Repertoire hat. Hornright Industries Auf Hornright Industries werde ich nicht zu viel eingehen, denn wir haben Hornright Industries schon ausführlich gesprochen, als wir über Graham Mining geredet haben. Die beiden Firmen sind untrennbar miteinander verbunden, denn sie standen in direkter Konkurrenz, wenn es um den Bergbau in Appalachia ging. Hornright Industries setzte bei diesem Konflikt zwischen den beiden Familienunternehmen auf vollautomatisierte Grabungsroboter, während die Konkurrenz, die Graham's, auf menschliche Arbeitende setzte, die Powerrüstungen trugen, die speziell auf den Abbau in den Minen spezialisiert war. Es kam zu einem Wettbewerb zwischen den beiden Firmen, den Hornright Industries mit ihren vollautomatisierten Mining-Bots für sich entscheiden konnte. Und so konnten sie die Graham's mit ihren menschlichen Arbeitenden vollständig aus dem Bergbaugeschäft verdrängen. Hornright Industries nutzte daraufhin seinen Einfluss, um die Automatisierung von Appalachia noch weiter voranzutreiben. Somit waren sie mitverantwortlich, dass sehr viele Menschen in der Region Appalachia ihre Arbeit verloren und die Proteste der nun durch Automatisierung arbeitslos gewordenen Menschen sich verschärften. Hubris Comics Hubris Comics war ein sehr großer und bekannter Comic-Verleger, der vor dem Fall der Bomben einige der beliebtesten und bekanntesten Comic-Marken vertrieb. Die Reichweite dieser Firma reichte weit über bloße Comic-Bücher hinaus. Die Silver Shroud Franchise beispielsweise war so beliebt, dass aus den Geschichten des Meisterdetektivs ein eigenes Radiodrama auf Galaxy News Radio sowie eine eigene TV-Sendung gedreht wurden. Außerdem hat Hubris Comics im Jahr 2062 das Hubris Comics Game Studio gegründet, das auch Videospiele zu den beliebten Comic-Marken produzierte. Der Comic-Vertrieb hat außerdem mit Firmen wie zum Beispiel Vault-Tag zusammengearbeitet und den Vault-Boy in einige ihrer Comics als Figur integriert oder aber auch in Zusammenarbeit mit der US-Regierung Propaganda-Comics hergestellt. Außerdem arbeitete Hubris Comics vor dem Fall der Bomben mit der Brettspielfirma Don't Be Bought Games Company zusammen, um einige ihrer Marken als Brettspiel zu vermarkten. Zu ihren beliebtesten, auch nach dem Fall der Bomben noch bekannten Marken gehörten Ihre Softwareabteilung entwickelte die Spiele Groknack and the Ruby Ruins und Wasteland. Außerdem war noch ein Spiel namens Rain of Grellock in Entwicklung, dieses wurde allerdings vor dem Fall der Bomben nicht mehr veröffentlicht. Und zu den auch nach dem Krieg bekannten Brettspielen gehörten Unstoppable Shiding Board Game und The Unstoppable vs. The Diabolicals Board Game. Filialen des Hubris Comics Verlags waren überall in den USA auffindbar. Für uns in den Fallout-Spielen z.B. noch in Virginia, in Boston und in Watago. Die H&H Tools Company war eine Firma, die von Anthony und Robert House geerbt wurde, nachdem deren Vater verstarb. Anthony und seine Anwälte schafften es allerdings, Robert House aus diesem Erbe auszuschließen. Und so erhielt Anthony House die volle Kontrolle über die Firma des Vaters der beiden Brüder. Unter der Führung von Anthony ging es H&H Tools erst mal relativ gut. Die Firma machte große Gewinne und die Angestellten erhielten für die Fallout-Welt extrem ungewöhnliche Sonderleistungen und Bonuszahlungen. Dennoch hatte Anthony House das Gefühl, den Erwartungen seines strengen Vaters nie gerecht zu werden. Er tröstete sich damit, dass sein Vater nicht wirklich Teil seiner Familie war, da die Hausfamilie schon lange zerbrochen ist. Währenddessen hat der ausgeschlossene Robert House seine eigene Firma entwickelt, Robco Industries. Diese wurde schnell zu einer der erfolgreichsten und größten Firmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anthony konnte den Erfolg seines von H&H Tools ausgeschlossenen Bruders Robert nur schwer ertragen. Über die Jahre hinweg wurde er immer paranoider und psychisch instabiler. Da Robert House mittlerweile eine der mächtigsten Figuren in der Vorkriegswelt war, fürchtete Anthony, dass irgendwann die Rache seines mächtigen Geschwisternteils kommen würde. Aus dieser Angst heraus hat er einige seiner eigenen Angestellten überwachen lassen, da er dachte, diese würden mit Robert House unter einer Decke stecken und er begann lächerlich strenge Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Und dann tatsächlich war es soweit. H&H Tools wurde von Robco Industries am Aktienmarkt attackiert. Offensichtlich plante Robco Industries eine feindliche Übernahme. In dem Moment erlitt Anthony einen kompletten mentalen Zusammenbruch. Einige Monate vor dem Fall der Bomben versiegelte er das Hauptquartier von H&H Tools komplett und aktivierte das übertriebene und hochgefährliche Sicherheitssystem. Und die einstige Produktionsanlage wurde zu einer Todesfalle, die auch noch viele Jahrhunderte nach dem Fall der Bomben aktiv war. Imperial Records Imperial Records war eine Vorkriegsplattenfirma. Die Existenz dieser Firma wird nur im Fallout New Vegas Add-on Dead Money erwähnt. Sehr viel mehr wissen wir über diese Firma nicht. Implied Hypnotics Die Implied Hypnotics Incorporated war eine Vorkriegsfirma, die nicht tödliche Waffen herstellte. Einige ihrer Produkte ist der Messmetron. Diese Waffe sendete Magnetwellen ins menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn versuchte daraufhin diese zu interpretieren, würde beim Versuch dessen allerdings überlasten und würde sämtliche höheren Gehirnfunktionen abschalten, was die betroffene Person sehr anfühlig für Suggestionen machen würde. Eine Waffe, die für das US-Militär von hohem Interesse war, da sie für Verhöre genutzt werden konnte. Independent Arm Group Bei der Independent Arm Group handelte es sich um einen Waffenhersteller, der Schalldämpfer für die US-Regierung herstellte. Jessica's Beauty Salon Über Jessica's Beauty Salon wissen wir im Grunde nichts. Wie bei vielen anderen Firmen im Bereich der Mojave-Wüste auch, können wir lediglich das Reklameschild bei Zapps Neon Science vorfinden. Anscheinend wurde dieses Schild also für einen Laden, der diesen Namen tragen sollte, bestellt. Allerdings wurde er wohl nie abgeholt. Jetstream Bei Jetstream handelte es sich um eine vollautomatische Tankstelle, die vor dem großen Krieg in den USA installiert wurde. Zumindest gab es dieses Konzept für Fallout 3. Es wurde im fertigen Spiel allerdings nicht umgesetzt und somit handelte es sich bei dieser Firma wahrscheinlich nicht wirklich um offiziellen Kanon. Ansonsten wäre Jetstream als Konkurrenzfirma für Red Rocket gedacht gewesen. Jokos Bob & Gas Stop Hierbei handelte es sich vor dem Fall der Bomben wahrscheinlich um ein kleines Nebengebäude, der nahen Red Rocket Station. Nach dem Fall der Bomben kann man in diesem kleinen Schuppen noch einige Verkaufsautomaten vorfinden, sowie eine Gefriertruhe und einige leere Regale. Was also genau in diesem kleinen Laden angeboten wurde, bleibt für uns ein Rätsel. Allerdings ist naheliegend, dass es sich halt einfach um einen kleinen Tankstellenverkaufsraum handelte. Joe's Bucky's Bei Joe's Bucky's handelte es sich um ein Vorkriegsrestaurant, das auf Sandwiches spezialisiert war. Aus dem, was in der Nachkriegswelt von diesem Restaurant noch erhalten ist, können wir ableiten, dass es damals ein Meatballs Bucky, also ein Sandwich, und ein Large Tonic für 55 Dollar gab. Ein ordentlicher Preis, der wohl wie so oft in der Fallout-Welt auf die hohe Vorkriegsinflation zurückzuführen ist. Spucky ist scheinbar ein Begriff, der von Italien-stämmigen Amerikanern benutzt wird, vor allem im Raum Boston, um Sandwiches zu beschreiben. Wusste ich auch nicht. Joe's Bucky's ist nach einem Real-Welt-Restaurant namens Joe's Sandwiches benannt, dass es tatsächlich mal in Boston gab oder gibt. Chunk and Chief Diese Firma hat vor dem Fall der Bomben Jukeboxes hergestellt, die man überall im Commonwealth und in Appalachia auch lange nach dem Krieg noch finden kann. Und einige dieser Musikboxen funktionieren sogar noch. Man kann über die unmenschlichen, raubtierkapitalistischen und geradezu kriminellen und mörderischen Machenschaften der Vorkriegsfirmen der USA sagen, was man will. Ihre Produkte haben selbst eine Apokalypse und mehrere hundert Jahre überdauert. Zumindest teilweise. Zumindest die Qualität hat gestimmt damals. Chungchen Motel Wie bei vielen anderen Firmen auch, wissen wir im Grunde nichts. Außer dass Reklameschilder für dieses Motel bei Zapps Neon Science hergestellt wurden. Kennawa Psychiatric Hierbei handelt es sich um eine Psychiatrie, die ihren Sitz in West Virginia hatte. Die Menschen, die in dieser Psychiatrie behandelt wurden, waren hauptsächlich Politiker oder Staatsangestellte. Allerdings wurden vom führenden Psychiater Dr. Joseph auch einige andere Einzelfälle behandelt, die er besonders interessant fand. Wie beispielsweise ein Mann, der sich Daniel Boone nannte und sich selbst für einen legendären Volkshelden hielt. Interessanterweise wurde diese Psychiatrie auch noch einige Zeit nach dem Fall der Bomben weiterbetrieben. Zu der Zeit zählten zu den Patienten und Patientinnen in dieser Einrichtung zum Beispiel eine Person namens L. Terrence, die besonders stark unter ihren Mutationen litt, sowie Melody Larkin, eine führende Position bei den Responder. King's School of Impressionation Hierbei handelte es sich ganz explizit um eine Schule für Elvis Presley-Imitatoren, die vor dem Fall der Bomben im Bereich Las Vegas operierte. 200 Jahre nach dem Fall der Bomben kann sich an Elvis Presley niemand mehr erinnern. Dieser Name ist in der Geschichte verloren gegangen. Dennoch wird unbewussterweise sein Abbild am Leben gehalten. Denn eine Gang namens die Kings hat sich in dieser ehemaligen Impressionistenschule niedergelassen und die dortige Kleidung als Gang-Kleidung gewählt. King Man's Barbecue Bei King Man's Barbecue handelte es sich um ein Restaurant in Freeside. Wir wissen über King Man's Barbecue nicht besonders viel, außer dass eine Angestelltenperson namens Felix Weaver dafür verantwortlich war, das Reklameschild bei Zapps Neonsigns zu bestellen. Quick and Safe Geschrieben K-W-I-K-N-S-A-V-E War ein Tante-Emma-Laden vor dem Fall der Bomben. Auch nach dem Fall der Bomben wurde das Gebäude noch als Laden weiter betrieben, dann allerdings unter dem Namen Flix. Dieser ist im Jahr 2241 in The Dan in Fallout 2 auffindbar. LOB Enterprises Dieses Unternehmen stellte vor dem Fall der Bomben Waffen her. Wie einige andere Unternehmen, über die wir ja auch schon geredet haben, handelte es sich bei diesem Unternehmen in Wirklichkeit um eine Scheinfirma, die für die chinesische Regierung arbeitete. Die Firma steckte viel Zeit und Ressourcen darin, die chinesische Standardpistole zu verbessern und entwickelte so schließlich das Produkt mit Su-Rong V-418 Chinese Pistol. Da die Firma allerdings eng mit Happy Liberty Imports zusammenarbeitete, eine weitere chinesische Scheinfirma, der die Regierung der USA allerdings bereits auf der Spur war, geriet auch LOB Enterprise in Verdacht. Die Angestellten dieser Firma wurden deswegen dazu aufgerufen, stets Schusswaffen mit sich zu führen und sie erhielten spezielles militärisches Training, das ihnen beibrachte, wie sie sich gegen einen Überfall der US-Regierung verteidigen könnten. Nur wenige Stunden vor dem Fall der Bomben wurde das Hauptquartier dieser Firma tatsächlich von FBI-Agenten überfallen. Das einzige, was von diesem Überfall übrig ist, sind die Assault-Tron-Roboter, die eingesetzt wurden und die auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben noch darauf programmiert sind, das Gebäude zu sichern. Lady Frumpertons Fashions Lady Frumpertons Fashions ist ein kleiner Kleiderladen, dessen Ruinen man im Ödland der Hauptstadt auffinden kann. Sehr viel mehr gibt es über diesen kleinen Laden nicht zu erzählen. Aber die Liste soll ja vollständig sein, deswegen landen natürlich auch solche Läden hier. Lady Ternet Soft Surf Hierbei handelt es sich um einen Lebensmittelladen, der Eiscreme verkaufte. Der Laden war vor dem Fall der Bomben überaus beliebt. Und das sowohl bei Leuten, die in der Region wandern gingen, als auch bei den ansässigen landwirtschaftlich tätigen Familien. Nach dem Fall der Bomben wurde der kleine Eiscremeladen von Gould übernommen und aus den Eiscreme-Containern wurden Alkohol-Container. Lakeside Grill Hierbei handelt es sich um ein typisch amerikanisches Diner im Toxic Valley in Appalachia. Laser Grafter Diese Firma war darauf spezialisiert, vollautomatische Maschinen herzustellen, die im Bereich der Schönheitschirurgie Eingriffe vollführen konnten. Zu ihren Produkten gehörten die Skin Resurface Unit, genauso wie der Zinc Autodoc. Laser Sack Systems Diese Firma hat optische Sensoren und Stolperdrahtfallen vor dem Krieg hergestellt. Laser Sack Systems wird in Fallout 4 lediglich erwähnt. Le Canard Apartments Hierbei handelt es sich um einen Gebäudekomplex mit mietbaren Zimmern im Bereich Las Vegas. Learapid Pharmaceuticals Diese Firma hat medizinische Produkte hergestellt, die besonders schnell wirken sollten. Zu ihren Produkten gehört der Health Dispenser, der ganz ähnlich einem Stimpak funktionierte. Lewis & Sons Farming Supply Hierbei handelt es sich vor dem Fall der Bomben, wie der Name schon vermuten lässt, um einen Laden, der Ausrüstung und Gerätschaften für Landwirte und Landwirtinnen verkaufte. Lexington Pharmacy Lexington Pharmacy Hierbei handelt es sich vor dem Fall der Bomben ganz einfach um eine Apotheke in Lexington im Bereich des Nachkriegs Commonwealths. Mehr kann man über diese Apotheke nicht sagen. LGJG 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 war eine Firma, die Vorhängeschlösser herstellte. Lightlife Hierbei handelt es sich um eine Firma, die in Zusammenarbeit mit Vault-Tec Stromversorgungssysteme für die Vault-Tec Vaults herstellte. Lucky 38 Das Lucky 38 Resort & Casino war ein Casino am New Vegas Stripe, das von Mr. House errichtet und betrieben wurde. Nach dem Fall der Bomben wurde das Lucky 38 zum Zentrum und zum Palast von dem, was von Las Vegas übrig war und Mr. House regierte von dort aus über New Vegas, gemeinsam mit seinen Securitrons. Das Lucky 38 wurde im Jahr 2024 errichtet und war Mr. Houses Version von einem neuen Las Vegas, das zugleich luxuriös, aber dennoch nicht dekadent sein sollte. Robert House, der bereits ahnte, dass es zur atomaren Apokalypse kommen müsse, hat das Lucky 38 nach und nach darauf vorbereitet, auch in der Nachkriegswelt überstehen zu können. So installierte er beispielsweise Langstrecken-Laserkanonen auf der Spitze des Gebäudes, um das Gebiet gegen anfliegende Nuklearraketen zu verteidigen. Außerdem wurde ein massiver Untergrundbunker gebaut, um dort eine ganze Armee von Securitrons zu lagern, die später die Kontrolle und die Sicherheit im Ödland wiederherstellen sollten. Und zudem errichtete er im Kern des Gebäudes die sogenannte Preservation Chamber, eine Kryo-Schlafkammer, die Mr. House quasi ewig am Leben halten konnte, während er direkt mit den Computern des Gebäudes vernetzt war, um dieses auch weiterhin steuern zu können. Das letzte, was Mr. House noch fehlte, um sein Gebäude voll und ganz in Betrieb zu nehmen, samt seiner eigenen kleinen Roboterarmee, war der sogenannte Platinum-Chip. Dieser hat es vor dem großen Krieg allerdings nicht mehr ins Lucky 38 geschafft. Und so musste Mr. House mit einem minderwertigen Betriebssystem arbeiten. Mr. House schaffte es allerdings dennoch manuell, fast alle Atomraketen, die über die Mojave flogen, abzuschießen und er rettete das gesamte Gebiet vor der nuklearen Zerstörung. Allerdings überlastete dieses Vorhaben den Mainframe vom Lucky 38 und Mr. House fiel in ein tiefes Koma und das Gebäude in eine Art Shutdown-Zustand. Als Mr. House im Jahr 2138 erwachte, schickte er seine Securitrons vereinzelt los, um die Umgebung zu erkunden. Über 100 Jahre später, im Jahr 2274, wurde der Turm dann schließlich reaktiviert. Ein Armee von Securitrons strömte aus dem Lucky 38 und vernichtete sämtliche feindliche Stämme, die sich in der Nähe des Stripes angesiedelt hatten. Mit den drei größten Stämmen schloss Mr. House einen Deal. Er versorgte sie mit Kleidung, Werkzeug und allen notwendigen Vorräten dafür, dass sie in den Stripe zurückkehren. Und ihm dabei halfen, die Stadt für die Ankunft der NCR, der Neu-Kalifornischen Republik, vorzubereiten. Das Lucky 38 ist auch nach dem Fall der Bomben noch ein wirklich beeindruckendes Gebäude, das über einen eigenen riesigen Casino-Bereich, eine Cocktail-Lounge, ein Penthouse und eine Presidential Suite verfügt. Loveline Bei Loveline handelt es sich um eine Firma, die in Fallout 2 lediglich erwähnt wird. Eine Person namens Dr. Troy hatte einst die Chance, dort einen Job zu bekommen. Das ist absolut alles, was wir über diese Firma wissen. Long Branch Arsenal Long Branch Arsenal war ein Waffenhersteller aus Kanada. Das einzige bekannte Produkt dieser Firma ist das Survivalist's Rifle. Dieses wurde in einer Firma hergestellt, die nach der Annexion Kanadas von dem US-Militär übernommen wurde. Lockreed Industries Bei dieser Firma handelte es sich vor dem Fall der Bomben um einen Luftfahrtbetrieb. Was genau diese Firma hergestellt hat, ist unbekannt. Man weiß nur, dass sie den Tower of Terror-Bereich im Museum of Technology gesponsert haben. Lobster Grill Hierbei handelt es sich um ein Familienunternehmen, das in West Virginia Hummer verkaufte. Und das nicht etwa in einem normalen Restaurant, sondern in einer Reihe von Vans, die mobil durch das Land fuhren. Interessanterweise wurden viele dieser Fahrzeuge der einstigen Nahrungsmittelfirma von großmutierten Hermit Crabs besiedelt. Man könnte fast annehmen, dass Lobster Grill irgendetwas mit den Hermit Crabs zu tun hat. Vielleicht ist das alles aber auch nur ein Zufall. Und die Vans, die Lobster Grill benutzte, sind eventuell einfach nur perfekt geeignet für so eine Hermit Crab. Und deswegen werden sie gerne ausgewählt. Wer weiß. Livemore Bronson Laboratories Diese Forschungseinrichtung wird lediglich in Fallout erwähnt. Bei dieser Einrichtung handelt es sich wohl um den Geburtsort des Forced Evolutionary Virus. Little Amplight Die meisten von uns kennen Little Amplight wahrscheinlich als Siedlung. Ein Ort, an dem nur Kinder unter 16 leben. Das Höhlensystem war vor dem Fall der Bomben allerdings eine beliebte Touristenattraktion. Und das schon im Jahr 1920. Teile dieser Höhle wurden dann allerdings von Vault-Tec aufgebaut, um dort die Vault 87 zu errichten. Little Italy Bei Little Italy handelte es sich um ein Restaurant in Appalachia. Wie sich das für so ein italienisches Restaurant gehört, konnte man dort sehr gut Pasta oder auch Pizza essen. Madden's Boxing Gym Madden's Boxing Gym war ein Fitnessclub vor dem Fall der Bomben. Wir können zwei Gebäude in Boston im Commonwealth vorfinden, die einst zu dieser Kette von körperlichen Ertüchtigungseinrichtungen gehörten. Das Boxing Gym und Madden's Gym. Der automatisierte Madden's Gym in der General Atomic Galeria ist auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben noch aktiv. Die dort eingesetzten Mr. Handys fordern Überlebende auf, gegen den Champ anzutreten. Einen Mr. Handy, der in einem Zweikampf nur mit Boxhandschuhen besiegt werden sollte. Unsere Hauptfigur aus Fallout 4 kann sich dazu entscheiden, der oder die neue Champion von Madden's Gym zu werden. Madame Tylers Madame Tylers war eine Vorkriegsfirma, die ihren Sitz in Whitespring in Appalachia hatte. Das Kleidergeschäft gehört zur sogenannten Artisan's Row, einer Reihe von Läden in Whitespring. Madame Gilles ist ein Laden, den wir im Ödland der Hauptstadt vorfinden können. Er gehört zum Le Refond Plaza. Vor dem Krieg handelte es sich bei diesem Laden um einen pornografischen Bücherladen, der Leseräume für die diskreten Gentleman anbot. Und von innen ist dieser ehemalige Bücherladen vollkommen ausgeräumt. Man findet also keine Hefte, Magazine oder was auch immer, die vor dem Fall der Bomben genau führten. Allerdings findet man darin nach dem Fall der Bomben ziemlich viele Supermutanten, was das Betreten dieses einstigen pornografischen Ladens zu keiner sehr guten Idee macht. Microsoft war eine Vorkriegscomputerfirma, die im Bereich Software- und Betriebssystementwicklung tätig war. Kommt einem ein bisschen bekannt vor. Zu ihrem auch nach dem Fall der Bomben noch bekannten Produkten gehören das Microsoft Spreadsheet, Venestra 98, Windows 99 und Winblows 57. Microsoft mit Windows 99 ist natürlich offensichtlich eine Parodie von Microsoft und Windows. Witzig, dass sich Fallout 2 damals noch über Microsoft lustig gemacht hat und nun gehört die Fallout-Franchise eben genau dieser Firma. So kann es gehen. MacDougal Bernard Company. Die MacDougal Bernard Company war eine Firma, die sich auf die Lebensmittelverarbeitung spezialisiert hat. Sie hatte ihren Sitz vor dem Fall der Bomben in Boston, Massachusetts. Die Firma hatte sich darauf spezialisiert, für die US-Regierung und das US-Militär Wasser zu reinigen und in weiße, einfache Dosen abzufüllen. Wenn man außerhalb der USA lebt, weiß man das vermutlich nicht, aber tatsächlich ist MacDougal und Bernard eine Parodie einer sehr bekannten Firma in den USA. Nämlich McDonald & Burnier, eine Firma, die auch in der realen Welt ihren Hauptsitz im Boston hat und die auch in der realen Welt für die US-Regierung im Jahr 1953 lang haltbares und steriles Notfalltrinkbares Wasser abfüllte. M&M Construction. Bei M&M Construction handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Baufirma. Sie war vor dem Fall der Bomben für die Konstruktion des Sierra Madre Casinos verantwortlich. Im Gegensatz zur zweiten, nicht namentlich erwähnten Firma, die an den Privatdomizilen des Sierra Madre Bereichs arbeitete, war M&M Construction tatsächlich ziemlich gut organisiert. Sie waren sehr viel weniger korrupt als die andere Firma und ihre Angestellten litten auch nicht unter Cam-Abhängigkeiten. M&A Gun Manufacturers. M&A Guns Manufacturer war eine Vorkriegsfirma, die sich auf die Produktion von Waffen spezialisiert hat, wie der Name schon vermuten lässt. Zu ihren Produkten, die man auch nach dem Fall der Bomben noch auffinden kann, gehören die M&A 9mm Pistole, die Mariah, eine sehr spezielle 9mm Pistole mit dem Aufdruck der heiligen Jungfrau Maria auf dem Griff, die M&A Binoculars, also ein Fernglas und das Trail Cabinet Scope, also ein Zielvisier. Luxo Brew. Bei Luxo Brew handelt es sich um eine Firma, die Gerätschaften herstellte, die wiederum zur Herstellung von Kaffee dienten. Ihr einziges bekanntes Produkt, das auch in der Nachkriegswelt noch auffindbar ist, ist der Luxo Brew Coffee Pot. Eine einfache Kaffeekanne. Die Lucky Hole Mining Company. Die Lucky Hole Mining Company war eine Firma, die sich auf dem Bergbau spezialisierte. Sie betrieb die in Appalachia bekannte Lucky Hole Mine. In dieser Mine ließen sich allerdings schon vor dem Fall der Bomben keine nennenswerten Ressourcen mehr finden und so zog die Lucky Hole Company weiter. Kurz vor dem Fall der Bomben wurden die Angestellten der Lucky Hole Mine vom Kult des Mottenmanns angesprochen. Sie wollten sich schon lange Zugang zu dieser Mine verschaffen und nachdem die Lucky Hole Mining Company die Mine endlich verlassen hat, hat sich der Kult des Mottenmanns, des Mothmans, dann letztendlich in der Lucky Hole Mine niedergelassen. Lucky's Bei Lucky's handelte es sich vor dem Fall der Bomben um eine Art Einkaufsladen, der nicht mehr näher identifizierbar ist. Nach dem Fall der Bomben kann man in diesem Laden noch Sonnenbrillen, Magazine, verschiedene Werkzeuge, Spielzeuge, Gartenzwerge und Nuka Cola vorfinden. Es war also anscheinend wirklich so ein bisschen ein Gruschladen für alles mögliche. Heute wird der Laden nur noch von Scavengern bewohnt. Die Little Devil Company Little Devil stellte vor dem Fall der Bomben Feuerwerkskörper her. Die Firma wird lediglich am Terminal der Polizeistation Quinty erwähnt. Mehr ist über sie nicht bekannt. Little Cop Creamery Hierbei handelte es sich um eine Milchproduktionsfirma in Boston. Zu dieser Firma gehörten eine Vielzahl von Milchautomaten, die man überall im Bereich Boston anfinden kann. Mauser Mauser ist ein Vorkriegs-Waffenhersteller, der die im postapokalyptischen Ödland auffindbare 9mm Mauser und 9mm HSI Mauser herstellte. Mauser ist ein Waffenhersteller, den es auch in der Realität gibt. In der Fallout-Welt kommen Mausers Waffen nur in Fallout, Fallout 2 und Fallout Tactics vor. Masterson Masterson war ein Hersteller von Munition. Genauer gesagt, Schrotflinten-Munition. Diese können wir in dieser Form in Fallout New Vegas finden. Massachusetts Bay University Hierbei handelte es sich vor dem Fall der Bomben um eine Universität, deren Überreste wir in Fallout 4 im Commonwealth besuchen können. Früher handelte es sich hier wirklich um eine angesehene Universität, an der unter anderem ein Mann namens Stuart Campbell forschte, der sehr stark in die Erforschung von Energiesystemen involviert war. Seine Entdeckungen haben beim US-Militär für Aufsehen gesorgt und so beauftragten sie ihn, neue Energiewaffen zu entwickeln. Der Professor hat zwei Studierende hinzugefügt, die ihm bei seinen Forschungen halfen. Leslie Matthews und Curtis Marsh. Die drei arbeiteten direkt für einen Mann vom US-Militär namens Sergeant Rivera. Als der nukleare Angriff auf die USA begann, waren Leslie und Curtis gerade im Untergrundlabor der Universität. Zusammen mit Sergeant Rivera. Der Sergeant verließ das Labor und wies die beiden an, weiter zu forschen, während er weg war. Er würde sie später abholen. Wie man sich denken kann, kehrte er natürlich nie zurück. Genauso wenig wie Stuart Campbell, der Professor, der das Projekt beaufsichtigte. Stattdessen forschten Leslie und Curtis viele Wochen und waren letztendlich erfolgreich. Sie haben es geschafft, die Wellenlänge ihres Systems auf 75 Nanometer zu verkleinern. Was ihre Erfindung zu einer der destruktivsten und mächtigsten Energiewaffen machte, die die Vorkriegswelt kannte. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings ihr Vorrat an Lebensmitteln und Wasser bereits ausgelaufen. Daher waren die beiden jungen Verlobten zwungen, das Labor zu verlassen. Ihr abgeschlossenes Projekt, den Prototyp UP77 mit dem Codenamen Limitless Potential, ließen die beiden allerdings im Labor zurück. Hätten sie die Waffe mal lieber mitgenommen, wäre ihnen draußen im Ödland sicher nützlich gewesen. Aber um die soll es heute nicht gehen, es geht um Firmen. Also machen wir weiter mit Mass Gravel and Sand. Hierbei handelt es sich um ein Bergbauunternehmen, das im Norden von Cambridge Sand und Gestein abbaute. Nach dem Fall der Bomben wurde das Gelände zu einer Radarbasis umfunktioniert. Mass Fusion war vor dem Fall der Bomben ein Energiehersteller. Die Firma hat mit ihren Kraftwerken ganz Massachusetts mit Energie versorgt. Ein ehemaliger Poseidon Energy Ingenieur namens Karl Oslo hat diese Firma im Jahr 2043 gegründet. Er hatte genug davon, dass Poseidon Energy noch so sehr an fossilen Brennstoffen festhielt und wollte ein Energieunternehmen der nächsten Generation einführen. Ein Energieunternehmen, das sich auf Kernfusion spezialisierte. Sein Leitspruch war Power to the People, was man sowohl als Macht für das Volk als auch mit Energie für das Volk übersetzen kann. Das ist der Wortwitz. Im Jahr 2053 entwickelte Mass Fusion die erste Fusion Distribution Box. Ein transportabler Kernenergie-Reaktor, der saubere, wenn auch nicht besonders ungefährliche Energie an die Bevölkerung der USA lieferte. Und auch wenn sie es schwer hatten, gegen den Energiegiganten Poseidon Energy anzukommen, hat es Mass Fusion bis ins Jahr 2070 tatsächlich geschafft, den Bereich Massachusetts und Umland für sich zu sichern und exklusive Verträge mit den lokalen Verantwortungsträgern und Trägerinnen abzuschließen. Bei der angeblich sauberen und sicheren Kernfusionstechnologie von Mass Fusion handelte es sich allerdings in Wirklichkeit lediglich um versteckte, im Geheimen durchgeführte Kernspaltung. Der technologische Stand, auf dem wir heute auch sind. Ein Vorgang, der sehr viel gefährlicher, umweltschädlicher und problematischer ist als Kernfusion. Viele Kunden und Kundinnen zwingen sich durch Produkte von Mass Fusion daher auch schwere Strahlenvergiftungen ein. Mass Fusion bestritt allerdings, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen Schwindelübelkeit und dem Verlust von Haaren aufgrund ihrer sauberen Produkte gab. Tatsächlich dauert es aber bis ins Jahr 2066, bis Mass Fusion tatsächlich der Durchbruch gelang und sie echte Fusionstechnologie herstellten. Darunter der Fusionskern, der vor allem benutzt wurde, um die militärischen Powerrüstungen anzutreiben, der allerdings auch im zivilen Bereich Anklang fand und benutzt wurde, um Generatoren zu betreiben. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte Mass Fusion in vielen Bereichen Massachusetts bereits geheime Einrichtungen und Müllhalden gegründet, um dort ihren radioaktiven Abfall zu verstecken. Letztendlich, kurz vor dem Fall der Bomben, nahm Mass Fusion allerdings den ersten sauberen und sicheren echten Fusionsreaktor in Betrieb. Der ganz Massachusetts mit sauberer, kostengünstiger Energie versorgen sollte. Selbst der ehemalige Konkurrent Poseidon Energy wurde durch dieses Unterfangen aufmerksam auf die kleinere Firma Mass Fusion und versuchte diese aufzukaufen. Sowohl die Inbetriebnahme des Reaktors als auch die möglicherweise feindliche Übernahme durch Poseidon Energy wurden allerdings durch den Fall der Bomben vorzeitig gestoppt. Bei Mary May handelte es sich um eine Produktionsfirma, die vor dem Fall der Bomben Kosmetikbeutel herstellten. Bei Marks Toys handelte es sich um eine Firma, die Münz-Akkad-Automaten herstellte, sowie beispielsweise Pinball-Maschinen. Viele dieser Automaten können in Point Lookout gefunden werden, vereinzelt findet man sie auch in der Mojave-Wüste. Manticore hierbei handelte es sich um eine Druckerei vor dem Großen Krieg. Diese Firma ist nur bekannt, weil eine Autorin namens Tina Hopkins, die ihren Job bei der Produktion von The Silver Shroud aufgab, danach bei eben dieser Firma Manticore anfing. Möglicherweise hat auch diese Firma Comics veröffentlicht oder ähnliche Unterhaltungsprodukte, wir wissen es aber nicht. Manhattan Projects Incorporative. Hierbei handelte es sich um eine Firma, die mit nuklearer Energie arbeitete. Über die Firma selbst ist nicht sehr viel bekannt. Sie hat allerdings den sogenannten Plutonius-Sprengkopf hergestellt, den die stählerne Bruderschaft später in Gravestone finden wird. Diese Ereignisse stammen allerdings aus Fallout-Tactics und sind somit, genauso wie Manhattan Projects Incorporated selbst, nicht hundertprozentig Teil der Fallout-Lore. Eher so hören sagen. Mama Dolces. Bei Mama Dolces handelte es sich vor dem Fall der Bomben um eine Nahrungsmittelverarbeitungsfirma. Zumindest offiziell. Denn in Wirklichkeit handelte es sich bei diesem erfolgreichen amerikanischen Geschäftsmodell um eine Scheinfirma, die chinesische Spionage vor dem großen Krieg in den USA betrieb. Doch diese Scheinfirma war tatsächlich auch sehr erfolgreich und beliebt. Ihr gefrorenes Fertiggericht Süß-Sauer-Stroganov war scheinbar vor allem bei einer jüngeren Demografie überaus angesagt. Dennoch machte die Firma Verluste und diese mussten dringend ausgeglichen werden. So kaufte die Firma unter anderem von regionalen Anbietern Holz auf, um Holzspäne in ihr Essen zu mischen und sie so zu strecken. Und zum anderen wurde der Farbstoff Yellow 21B, der für das Verpackungsdesign benutzt wurde, auch als Gewürz benutzt, um den Essen Farbe und Geschmack zu verleihen. Selbstverständlich war dieser Farbstoff nicht für den Verzehr geeignet. Hinter der Firma steckte allerdings wie gesagt natürlich vor allem die People's Liberation Army, also die Armee von China, die die vielen Filialen dieser Firma als Basis für ihre Operationen nutzte. Sie forschten vor Ort an ihrer Stealth-Technologie, ihrer Tarn-Technologie und an den Liberator-Robotern. Ihr Hauptziel war es allerdings, die nuklearen Startcodes der amerikanischen Siedlos zu finden. Wie lange Chinas Bemühungen auf amerikanischem Boden unter dem Deckmantel einer harmlosen Nahrungsherstellungsfirma schon getrieben wurden, ist zwar unklar, allerdings flog das ganze Unternehmen wenige Monate vor dem Fall der Bomben auf. Mama Dolces geriet in Verdacht, als die amerikanischen Behörden ihren Geldfluss bis zurück nach China verfolgen konnten. Der Große Krieg beendete allerdings jede Ermittlung, genauso wie jede chinesische Aktivität auf amerikanischem Boden. Stand Security Solutions Ein Vorkriegswaffenhersteller, der vor dem Krieg Verteidigungsverträge mit der US-Regierung hatte. Dieser Waffenhersteller ist für das R-91 Assault Rifle bekannt, das für die Nationalgarde und die United States Armed Forces hergestellt wurde. Stretcho Saltwater Taffy Company Hierbei handelt es sich vor dem Fall der Bomben um eine Imbissbude am Dock vom Point Lookout. Dem Namen nach hat das Unternehmen Taffy verkauft. Das ist eine spezielle in den USA sehr beliebte Süßigkeit, die aus sehr weichem und cremigem Karamell besteht. Viel weicher noch als das sehr ähnliche Toffee, das wir hierzulande vielleicht noch am ehesten durch Toffifee kennen, ohne hier Werbung machen zu wollen. Das Saltwater, also Salzwasser im Namen, könnte eine Andeutung dafür sein, dass es sich um gesaltenes Taffy handelt. Vielleicht heißt der Laden aber auch nur so, weil er halt am Hafen liegt. Stewards Department Store Ein Vorkriegskaufhaus, das seinen Standort im Watoga Shopping Plaza hatte. Der Laden verkaufte unter anderem Kleidung, darunter den Untamed Lion Anzug und das Heavensend-Designerkleid. Ein kleines Detail, das noch die sehr starren Geschlechterrollen der Vorkriegs-USA präsentiert. Inspiriert wie vieles in der Fallout-Welt von den Rollenbildern der 1940er, 50er Jahre der USA. Ich persönlich bin ja froh, dass die Zeiten in unserer Welt vorbei sind. Der Laden wurde nach dem Fall der Bomben scheinbar gründlich geplündert. Sullivan's war vor dem Krieg ein kleines Restaurant im Süden Bostons. Das Gebäude wurde nach oder durch den Fall der Bomben stark zerstört. Interiors Labs Interiors Labs war eine Firma, die Steinprodukte herstellte. Sie wurde von Wicked Excavations beliefert. Isla Negra Holdings war eine Holding-Gesellschaft aus Point Lookout. Zu dieser Firma gehörten die Tochterunternehmen Isla Negra Real Estate und die People's Bank of Point Lookout. Dieses Unternehmen ist nur bekannt, da es vor dem Fall der Bomben einen Deal mit Constance Blackhall aushandelte, um das Blackhall-Familienanwesen im Point Lookout zu kaufen und trotz Widerstand der lokalen Anwohnten Bemühungen zu unternehmen, um mehr Tourismus und Modernisierung nach Point Lookout zu bringen. Chelbert Brothers Hierbei handelte es sich um eine Vorkriegsfirma, die sich um die Entzorgung von Abfällen kümmerten. Mehr ist über diese Firma nicht bekannt. Und dann haben wir da noch Chase Moving, eine Umzugsfirma, deren Fahrzeuge man noch ab und zu in der Wüste des Ödlands in Fallout 1 und Fallout 2 vorfinden kann. Mehr ist über diese Firma allerdings nicht bekannt. Die Nougat-Cola-Kooperation wurde im Jahr 2044 von einem Mann namens John Caleb Bradburton gegründet. Dieser hatte zuvor sein eigenes Erfrischungsgetränk Nougat-Cola erfunden, an dessen Formel er zwei Jahre lang herumtüftelte. Obwohl oder vielleicht gerade weil das Produkt aufgrund des hohen Zuckergehalts unheimlich gesundheitsschädlich war, bereits eine Flasche deckte 120% des täglichen Zuckerbedarfs, eroberte Nougat-Cola die Vereinigten Staaten im Sturm. Innerhalb von einem Jahr wurde das Getränk bereits in den gesamten USA flächendeckend verkauft und hatte im Grunde sämtliche Konkurrenten aus dem Markt mehr oder weniger verdrängt. Im Jahr 2049, also gerade mal fünf Jahre nach Markteinführung, begann John Caleb Bradburton bereits mit der Errichtung von Nougat-World, einem Freizeitpark mit Nougat-Cola-Thema. Und bereits ein Jahr später, am 1. Mai 2050, wurden die ersten beiden Gebiete von Nougat-World fertiggestellt. Das Kiddie-Kingdom und Nougatown, USA. Im Verlauf der nächsten 27 Jahre, bis zum Jahr 2077, wurden dann noch die Zonen Safari-Adventure, Dry Rock Glutch, The World of Refreshments und die Galactic Zone hinzugefügt. Doch John Caleb Bradburton ruhte sich auf seinem Erfolg nicht auf. Er war stets bemüht, die Formel von Nougat-Cola zu verbessern, zu optimieren. Und aus diesen Experimenten gingen zahlreiche verschiedene Variationen von Nougat-Cola hervor. So erreichten schon wenige Jahre nach Gründung Nougat-Cola-Sorten mit den Geschmackssorten Kirsche und Orange den Markt. Doch natürlich waren es nicht nur die überaus köstlichen und süchtig machenden Getränke, die Nougat-Cola zu ihrem Riesenerfolg verhalfen. Die Firma war auch bekannt dafür, mit Konkurrenz überaus aggressiv umzugehen. So wurden einige Nougat-Cola-Geschmacksrichtungen auch nur deswegen in den Markt eingeführt, um gezielt anderen Kontrahenten auf dem Markt Konkurrenz zu machen und diese mit der gewaltigen Werbepräsenz von Nougat-Cola zu verdrängen. In anderen Fällen wurden konkurrierende Firmen einfach schlichtweg aufgekauft. Oder es wurde zumindest der Versuch unternommen, diese durch eine feindliche Übernahme zu übernehmen. Wie bei Sunset, Sarzaparilla oder Wimpop. So wurde zum Beispiel auch Nougat-Cola-Wild nur deswegen eingeführt, um Sunset-Sarzaparillas Marktposition zu schwächen, um diese für eine Übernahme vorzubereiten. Doch während Nougat-Cola-Wild überaus beliebt war, konnte es sich zumindest im Südwesten Amerikas nicht gegen den sehr viel traditionsreicheren und älteren Kontrahenten durchsetzen. Dennoch, trotz dieser kleineren Rückschläge für Nougat-Cola, hatten sie den Soft-Drink-Markt der USA in fester Hand. Aufgrund der überaus hohen Beliebtheit eines ihrer Maskottchens, Nougat-Girl, verkauften sie zum Beispiel auch lizenzierte Nougat-Girl-Rocket-Suit-Kostüme, die sich im Jahr 2062 überaus großer Beliebtheit erfreuten. So sehr, dass die Kostümläden, die dieses Kostüm verkauften, nicht einmal ansatzweise die Nachfrage decken konnten. Bis zum Jahr 2067 wurden im Grunde in den ganzen USA Nougat-Cola-Getränkeautomaten aufgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Nicht einmal die große Wirtschaftskrise, aufgrund der zu neigegehenden fossilen Brennstoffe und der Sino-Amerikanische Krieg, konnten die Nougat-Cola-Corporation schwächen. Ganz im Gegenteil, mitten in der großen amerikanischen Wirtschaftskrise wurde in Nougat-World noch Safari Adventure eröffnet. Wo Nougat-Cola einen ganz neuen Geschäftszweig nachging, den die Firma bisher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich geheime Experimente an den Genen von Tieren. Unter anderem wurde der Nougat-Gen, Genetic Replicator, erfunden. Eine Einheit, die perfekte genetische Kopien von Tieren erstellen konnte oder sogar vollkommen neues Leben. Man könnte sagen, dass dies Nougat-Colas erster Schritt in den Technologiesektor war. Und hier endete die Expansion in diese Bereiche des Marktes bei weitem nicht. So wurde im Jahr 2072 in Nougat-World die Galaxy Zone eingerichtet. Hier wurden die neuesten Technologien und Prognosen über die Zukunft der Vereinigten Staaten ausgestellt. Für dieses Unterfangen arbeitete Nougat-Cola mit einigen der größten US-amerikanischen Technologiefirmen wie Robco Industries, die Walter Corporation oder selbst dem US-Militär selbst zusammen. Gleichzeitig konzipierte Brad Burton diese Zone als eine Art Notfallbunker im Falle eines unmittelbar bevorstehenden Nuklearen Kriegs. Und so installierte Nougat-Cola auch das sogenannte Star-Mainframe in der Galactic Zone, das alle Roboter, die unter anderem auch militärischer Natur waren, miteinander verbannt und unter die strenge und direkte Kontrolle von Brad Burton setzte. Damit diese die Galactic Zone verteidigen könnten, sollte es zu Ausschreitungen und Plünderungen kommen. Während Brad Burtons persönlicher Bunker allerdings unter Nougat Town USA von Vault-Tag errichtet wurde. Im Jahr 2076, einem Jahr vor dem Großen Krieg, arbeiteten einige der weltweit anerkanntesten Chemiker und Chemikerinnen in Brad Burtons Labor an, um neue Geschmacksrichtungen für Softdrinks zu entwickeln. Sein Team war überaus bekannt und weltweit anerkannt und so wurde auch das Militär auf diese Chemie-Experten und Expertinnen aufmerksam. Und sie boten Brad Burton einen Deal an. Im Gegenzug dafür, dass sein Elite-Chemie-Team der Regierung beim Entwickeln von neuen chemischen Waffen half, durfte Brad Burton am sogenannten Leap-X-Programm teilnehmen. Einem Programm, das einem auch nach einer nuklearen Katastrophe ewiges Leben bescheren sollte. Die Partnerschaft zwischen dem US-Militär und Nougat-Cola, die nun an diesem Projekt gemeinsam arbeiteten, war als Projekt Kobalt bekannt. Als der alternde Brad Burton, der mittlerweile anscheinend auch große Angst vor einer bevorstehenden Katastrophe hatte, davon erfuhr, dass es theoretisch möglich war, sein eigenes Leben zu verlängern oder gar bis in alle Ewigkeit zu sichern, hatte sein eigenes Überleben und seine eigene Sicherheit für ihn oberste Priorität. Er leitete sämtliche Gelder der unfassbareichen Nougat-Cola-Cooperation in die Hände derer, die am Leap-X-Programm forschten. Er bezahlte nicht einmal mehr sein eigenes Personal anständig, wodurch es auch in Nuka World immer wieder zu Fehlfunktionen und Gefahrenquellen kam. Das Militär war mit dieser Kooperation mehr als zufrieden. Dank Brad Burtons Chemie-Team konnten sie ein neues Isotop von Strontium-90 entdecken, das sich perfekt dafür eignete, neue Power-Rüstungslegierungen zu erschaffen, neue Munition für den Prototypen M42 Fat Man oder das sich sogar zur Herstellung von ganz neuer experimenteller Waffen benutzen ließ. Doch auch Brad Burton selbst sah in diesem neuen Isotop Potenzial und er schuf damit einen mehr oder weniger sicheren Softdrink, den er Nougat-Cola-Quantum taufte. Auch wenn in der Testphase dieses neuen Getränks 62 Personen verstarben, dessen Familien lediglich mit einem Frucht- und Käse-Entschuldigungskorb vertröstet wurden, fand man letztendlich doch ein relativ sicheres Isotop, das für das Getränk freigegeben wurde. Nachdem Nougat-Cola-Quantum in den Regalen der USA gelandet war, beschloss Brad Burt, die letzten Schritte einzuleiten, um endlich Unsterblichkeit zu erlangen. Denn das Lieb-X-Programm ging in die finale Phase. Die Sache hatte nur einen Haken. Diese Unsterblichkeitsmaschine konnte lediglich maximal 7 Kilogramm organische Masse beinhalten und konservieren. Ziemlich genau das Gewicht eines menschlichen Kopfes. Und so ließ der Nougat-Cola-Gründer sich selbst köpfen und seinem Kopf fest mit der neuen experimentellen Lieb-X-Maschine, die unter Nougatown errichtet wurde, verbinden. Sechs Monate später fielen die Bomben. Von der einst so mächtigen Nougat-Cola-Corporation war nichts mehr übrig. Doch die Nougat-Cola-Getränke selbst waren so weit verbreitet, dass sie selbst Jahrhunderte nach dem Fall der Bomben immer noch zu einem der weit verbreitetsten und beliebtesten Getränke im Ödland gehörte. Selbst wenn das Getränk mittlerweile keine Kohlensäure mehr enthält und in den meisten Fällen überaus warm genossen wird, hat es immer noch eine süchtig machende Wirkung auf die meisten Personen da draußen. Eine Zeit lang wurden die Nougat-Cola-Getränke in einer kurvigen Flasche ausgeliefert. Allerdings verlor Nougat-Cola hier einen Rechtsstreit gegen eine rivalisierende Firma, die nicht näher benannt wird und musste ihr Flaschendesign verändern. Seitdem wurde das Getränk in den typischen raketenförmigen Flaschen ausgeliefert. Zu den Firmen, die Nougat-Cola aufkaufte, gehörten unter anderem Marley's Weary Cherry Soda, das unter Nougat-Cola dann zu Nougat-Cherry umgewandelt wurde, das Grape Peer Soda, das zu Nougat-Grape wurde, Sharon's Down-Home Country Lemon, das zu Nougat-Cola Clear wurde, und Packet Full of Joe, was Nougat-Cola als Nougat-Boost einverleibt wurde. Neben vielen weiteren Softdrinks wie Nougat-Cola Victory, Nougat-Cola Twister, Nougat-Cola Dark, Nougat-Cola Quarz und so weiter, wurden natürlich auch viele andere Nougat-Cola-Fan-Produkte vermarktet. So gab es zum Beispiel Nougat-Cola-Brillen, T-Shirts, Hoodies, Nougat-Cola World-Fan-Klamotten und so weiter. Und sie produzierten Spielzeuge wie beispielsweise den Thirst Zapper, die Nougat-Cola Lunchbox, den Nougat-Cola Toy Truck und den Nougat-World Paddleball und auch größere Geräte wie die Nougat-Cola Fridge oder die Nougat-Cola Wending Machines. Doch sie waren, wie schon gesagt, auch im technischen Sektor unterwegs und haben auch tatsächlich Waffen produziert, wie beispielsweise den Nougat-Noug-Launcher, die Nougat-Nougat, die Nougat-Quantum-Grenade, die Nougat-T51-Power-Rüstung und die Quantum-X-01-Power-Rüstung. Zu ihren beliebtesten Maskottchen gehörten Bottle und Cappy, der King-Cola, Nougat-Girl und Naira. Nougat-Cola ist eine deutliche Anspielung an die realweltlich existierende Firma Coca-Cola. Das betrifft nicht nur die Art des Produkts, sondern selbst das Logo und zumindest das alte Flaschendesign. Und auch der Name des Erfinders von Nougat-Cola ist eine Anspielung auf die beiden Namen der Erfinder von Coca-Cola und Pepsi-Cola. Aus John Pemberton und Caleb Bradham wurde John Caleb Bradburton. Pest Be Gone Pest Be Gone war eine Firma, die Insektenvernichtungsmittel hergestellt hat. Einige verrostete Container ihrer Produkte können noch immer überall in Appalachia gefunden werden. PEPGAS Vor dem Großen Krieg in Nordkalifornien und Nirwada eine Kette von Tankstationen. Ursprünglich hat PEPGAS, wie der Name vermuten lässt, Benzin verkauft. Dann haben sie allerdings umgerüstet, um den ansteigenden Elektroautomarkt gerecht zu werden. Die meisten Filialen dieser einstigen Tankstellen-Werkstätte sind mittlerweile verlassen. Doch einige Gruppen haben nach dem Krieg das dort immer noch auffindbare Werkzeug benutzt, um sogenannte Chomp Shops zu eröffnen. Die weiterhin ihren Service für die wenigen postapokalyptischen Autos anbieten, die noch so draußen im Ödland unterwegs sind. So wie beispielsweise der Highwayman, das Gefährt der Hauptfigur aus Fallout 2. Pellman war ein Vorkriegshersteller von Werkzeugen, die für ihre hohe Qualität bei niedrigem Preis berühmt waren. Diese preiswertigen, hochwertigen Werkzeuge kann man allerdings in Fallout nie finden. Die Firma wird lediglich im Fallout 4 Add-on Fahrhaber erwähnt. Parsons Creamery war vor dem Großen Krieg eine Molkerei und gehörte zu Little Cop Creamery. Park, Restaurant & Fountain ist ein für uns unzugängliches Gebäude, irgendwo in Westside in New Vegas. Es handelte sich hierbei höchstwahrscheinlich um ein Restaurant, wie der Name vermuten lässt. Wir wissen allerdings nichts weiter darüber. Paradise Falls Coffee Shop. Hierbei handelte es sich um einen Coffee Shop. Wer hätte es gedacht? The Paradise Falls Coffee Shop war Bestandteil der Paradise Falls Einkaufsmeile vor dem Großen Krieg. Nachdem Paradise Falls allerdings nach dem Fall der Bomben zum Hauptquartier für Sklaventreiber wurde, wurde der Coffee Shop in eine Toilette umgewandelt. Pankor war ein Vorkriegs-Waffenhersteller. Ihre Waffe, der Pankor Checkhammer, eine Kampfschrotflinte, wird immer noch im postapokalyptischen Ödland benutzt. Paxoft LLC war ein Vorkriegs-Software-Hersteller. Ihre größten Errungenschaften waren Speech-to-Text, also ein Programm, das Sprache in Text übersetzen kann, und die sogenannte Journaling-Software, mit der man einfache Audioaufnahmen machen konnte. Ihre Programme waren bekannt dafür, überaus einfach benutzbar zu sein und auch für Menschen ohne technisches Verständnis und ohne Computerkenntnisse benutzbar zu sein. Packet Full of Joe war ein Kaffeeproduzent vor dem Großen Krieg, der von einem Mann namens William Lee gegründet wurde. Die Firma, zusammen mit ihrer hauseigenen Kaffeemarke, wurde dann allerdings von John Caleb Brandburden aufgekauft. Und ihr Kaffeeprodukt wurde in das experimentelle Nuka-Cola-Produkt Nuka Boost umgewandelt. Ornett Obelisks Ornett Obelisks war ein Hersteller von Obelisken, also Steinsäulen. Diese Firma wurde von Vickett Excavations beliefert. Mehr ist über sie nicht bekannt. Old Royal war ein Hersteller von Whisky. Old Possum war dagegen ein Hersteller von Bier. Old Only Grocery war vor dem Großen Krieg ein Lebensmittelladen, der von Nuka-Cola auserwählt wurde, als Testverkaufsstelle für ihr neues Produkt Nuka-Cola-Quantum herzuhalten. Die Firma wird in Fallout 3 lediglich erwähnt. Und dann haben wir da noch Old Appalachia. Ganz schön viele Firmen mit Old im Namen. Und wie die meisten Firmen mit Old im Namen hat auch Old Appalachia Alkohol hergestellt. Den Old Appalachia Bourbon. Weiter geht's mit OEI Motion Pictures. OEI Motion Pictures war eine Filmproduktionsfirme, die Filme wie Love, Set, Sail produzierte. Und wir haben noch mehr Alkohol. Diesmal von Oak Holla. Oak Holla hat ein Bier, das einfach nur Lager genannt wurde, hergestellt. Und das in Appalachia anscheinend relativ weit verbreitet war. Und dann haben wir da noch das NW Disposal System. Eine Vorkriegsfirma, die sich darauf spezialisiert hatte, radioaktiven Müll zu beseitigen. Ihre Trucks sind noch überall im Ödland der Mojave auffindbar. Über die Firma selbst ist allerdings nicht sehr viel bekannt. Nut Island Wastewater Treatment Plant war eine Wasseraufbereitungsfirma, die in der Region Boston tätig war. Das Western Water Treatment Plant, das sich auch auf das Reinigen von Abwasser spezialisiert hat, hat das Wasser von Nut Island Water, Wastewater Treatment Plant, für sein eigenes Wasser ausgegeben, da sie über die Qualität ihres eigenen Wassers aus absolut gerechtfertigten Gründen mehr als besorgt waren. Nach dem Krieg hat sich die Warwick-Familie am alten Klärwerk niedergelassen, um dort den fruchtbaren Boden für den Anbau von Pflanzen zu nutzen. Quincy Quarries war ein Steinbruch, der irgendwann zwischen 2076 und 2077 etabliert wurde und bis Oktober 2077 von einem Vorarbeiter namens Ralph weiterbetrieben wurde. In dem einstigen Marmorsteinbruch hat sich nach dem Fall der Bomben nach und nach radioaktives Wasser gesammelt. Weshalb ein Betreten dieses künstlichen Canyons ohne vorherige Vorbereitung eine ziemlich schlechte Idee ist. Zumindest für nicht mutierte Menschen. Ghoule können die Radioaktivität dagegen als natürlichen Abwehrmechanismus nutzen. So hat sich dort auch eine Bande von Raider-Ghoulen niedergelassen. Doch die Quincy Quarry birgt das ein oder andere Geheimnis. So befindet sich unter dem einstigen Steinbruch der Eingang zur Vault 88, der kurz vor Eintreffen unserer Hauptfigur in Fallout 4 von der Raider-Bande freigelegt wurde, welche nun erfolglos versuchen, in diese Vault einzudringen. Quincy Pharmacy Bei der Quincy Pharmacy handelte es sich um eine Vorkriegsapotheke, die nach dem Fall der Bomben zu einem Tante-Emma-Laden für alles Mögliche umfunktioniert wurde. Der Laden wurde von Yun, Marcy und Kyle Long betrieben, die allerdings fliehen mussten, als Gunner, die postapokalyptische Stadt Quincy, überfielen. In den Ruinen von Quincy finden wir außerdem einen unmarkierten Ort, den man als einen Laden für Alkohol und Spiritosen identifizieren kann, der den Namen The Hole in the Wall trägt. Auch dieser Laden musste allerdings sturmartig verlassen werden, als die Gunner in Quincy einfielen. Das Quincy Diner war ein kleines Diner, also ein typisch amerikanisches Restaurant, das seinen Sitz in der Stadt Quincy hatte. Polovsky Preservation Service Diese Firma hat die weitverbreiteten Polovsky Preservation Shelter hergestellt. Mini-Bunker, die in letzter Sekunde vor einer nuklearen Katastrophe schützen sollten, und das für kleines Geld. Diese Ein-Personen-Bunker kann man überall im Ödland vorfinden, allerdings können wir in den Fallout-Teilen feststellen, dass sie offensichtlich nicht besonders effektiv waren. Pure-Bore war ein Hersteller von Shotgun-Munition. Ihre Produkte können sowohl in Fallout 3, Fallout New Vegas, als auch Fallout 4 und Fallout 76 gefunden werden. Protecto war eine Firma, die überaus stabile Brillengestelle herstellte. Die Prost-Bar war eine Kneipe in Back Bay in Boston. Das Layout dieser Prost-Bar ist ein ziemlich eindeutiges Easter Egg, denn es entspricht ziemlich genau der Bar der Fernsehserie Cheers. Pro-Snap war eine Firma, die sowohl Kameras als auch Kamera-Equipment, wie zum Beispiel Filme, herstellte. Ihre Produkte können auch lange nach dem Fall der Bomben immer noch überall in den USA gefunden werden. Priblos Curious war vor dem Fall dem Bomben ein Laden, der Fanartikel, die sich auf die Kryptiden, die angeblichen Fabelwesen in den Wäldern von Appalachia bezogen, verkaufte. P.P.E. war eine Tochterfirma einer anderen Firma namens Olney Power Works. P.P.E. entwickelte für Olney Power Works die Tesla-Spule und sie forschte an der sogenannten Alpha-Zelle. Platinum Embreator war eine Marke von alkoholischen Getränken vor dem Großen Krieg, die allerdings nur in Fallout 4 erwähnt wird. Wir kennen ihre Produkte nicht wirklich. Plant Diversion Program war ein Videospiel-Entwicklungsstudio, das im Jahr 2071 das Videospiel Atomic Command und im Jahr 2072 das Spiel Automatron auf den Markt brachte. Pizza Parlor war, wie der Name schon sagt, eine Pizzeria, die man vor dem Großen Krieg in Boston besuchen konnte. Nach dem Fall der Bomben wird dieses Gebäude von einer Handvoll Raidern bewohnt. Pirate Pally war ein kleiner Laden nördlich des Jefferson Memorials. Der Laden verlieh Boote, verkaufte Würmer, Eiscreme und sprechende Papageien. Eine kleine Touristenfalle, wenn man so will. Das Pioniercafé war ein Café, dessen Ruine man im heutigen Freeside noch bewundern kann. Genau gesagt gibt es sogar zwei Ruinen, die den Namen Pioniercafé tragen. Beide befinden sich in der Nähe der alten Mormonen-Festung. Warum sollte man zwei Filialen des gleichen Ladens in so unmittelbarer Nähe zueinander eröffnen? Aber gut, vielleicht waren die Vorkriegsmormonen ja große Fans von Pioniercafé. Über Pillar Pushers wissen wir ziemlich wenig. Es war eine Firma, die Steinsäulen herstellte und die von Thicket Excavations beliefert wurde. Genauso wenig wissen wir über die Pinellis Bakery, eine Bäckerei in Concord, die für uns nicht mehr zugänglich ist. Pickaxe war eine Firma, die vor dem Krieg Alkohol herstellte. Nach dem Krieg sind ihre Pickaxe-Pilzner noch immer weit verbreitet im Bereich Appalachia. Pedro Chico war eine Tochterfirma von Poseidon Energy, die sich speziell auf den mexikanischen Markt spezialisierte. Pedro Chico förderte in Mexiko Öl und transportierte dieses dann in die USA. Und das alles subventioniert durch den mexikanischen Staat, der davon nichts wusste. Die Firma brach allerdings schon vor dem großen Krieg zusammen, als ihre Infrastruktur nicht mehr intakt war, nicht mehr funktionierte. Poseidon Energy Poseidon Energy war im Grunde eine Schirmfirma, die viele andere Firmen unter sich vereinigte. Alle hatten im entferntesten irgendetwas mit erneuerbaren oder nicht erneuerbaren Energiesystemen oder aber auch energiebetriebenen Waffensystemen zu tun. Zu ihren wahrscheinlich größten und bedeutendsten Innovationen gehörte allerdings wahrscheinlich das Poseidon Net, eine Art nationales Datentransfersystem, das sofortige Kommunikation zwischen den einzelnen Filialen und Einrichtungen von Poseidon Energy ermöglichte. Also im Grunde so etwas wie ein primitives Internet. Poseidon war in den gesamten USA tief im Energiesektor vernetzt und interessierte sich vor allem für Technologien, die man durchaus auch waffenfähig machten konnte. Poseidon Gasolin war im Grunde der Benzinhersteller in den USA, der auch noch vor dem Fall der Bomben mehrere Tankstellen betrieb. Poseidon Oil hat sich dagegen noch viel mehr auf das Graben und Verarbeiten von Öl spezialisiert. Und Poseidon Energy hat sich vor allem auf Kohleenergie spezialisiert. Hat allerdings auch sehr viel mit alternativen Energiequellen wie Solarenergie oder Ultrazitenergie herum experimentiert. Poseidon Energy konnte seine Machtposition deswegen so gut halten, da sie sämtliche anderen Firmen innerhalb der USA, die auch nur im Entferntesten mit Energieproduktion beschäftigt waren, gerne einmal aufkauften. Aufgrund seiner Größe und zentralen Bedeutung war Poseidon Energy vor dem Krieg selbstverständlich eng mit der US-Regierung verbandelt. Daraus machte niemand ein Geheimnis. Was allerdings nur eine Handvoll Personen wusste, ist, dass Poseidon Energy auch tief mit der geheimen Schattenregierung, der Vorkriegs-USA, verbandelt war. Der Enklave. So wurde natürlich sowohl das primitive Internet Poseidonet, als auch die teilweise fortschrittlichen militärischen Technologien, die Poseidon entwickeln konnte, vor allem für die Enklave entwickelt. Und auch wenn Poseidon nach dem Fall der Bomben als Firma nicht mehr existierte, waren ihre Gebäude, ihre Geräte, ihre Technologie noch überall im Ödland verteilt. Und viele Fraktionen, wie zum Beispiel die Brotherhood of Steel, waren stets bemüht, Poseidon-Anlagen zu untersuchen und zu plündern, da sich in ihnen immer wieder technologische Schätze, aber auch Gefahren befanden. Währenddessen entwickelte die Enklave im Geheimen die Poseidon-Projekte weiter und errichtete auf den Forschungsdaten Poseidons neue Technologien, die selbst die hochentwickelte Vorkriegswelt nicht kannte. Nuka Advantax Nuka Advantax ist eine Firma, die elektronisches Equipment aller Art hergestellt hat. Ihr Hauptsitz war in Canyon City. Die Firma wird lediglich in Fallout Tactics erwähnt. Sie ist also nicht unmittelbar als echter Bestandteil der Fallout Lore zu betrachten, könnte aber irgendwo da draußen tatsächlich existieren. Nova Biochistics Nova Biochistics war eine Firma, die im biotechnologischen Feld unterwegs war. Wir wissen über diese Firma nicht besonders viel, außer dass ein Angestellter dieser Firma den Namen Dr. Frank trug. Dieser kombinierte verschiedene Tierarten miteinander. Er verpflanzte zum Beispiel ein Gecko-Gehirn und verschiedene Drüsen in einen Fischkörper. oder Katzenorgane in eine Maus und Kuhorgane in einen Schwarzbären. Überraschenderweise waren die meisten seiner Schöpfungen tatsächlich lebensfähig, allerdings in der Regel nicht lange, beziehungsweise nicht sehr funktionsfähig. Die Maus mit dem Katzengehirn, wie auch immer das von der Größe her so richtig funktionieren soll, hat sich zum Beispiel selbst verstümmelt, bis sie verstarb. Zudem wurde seiner Forschung ein Dämpfer verpasst, da er in keinem Tierheim mehr Tiere adoptieren durfte. Nova Biochistics wird lediglich in Fallout 76 erwähnt. Wir können also keinen Standort dieser Firma irgendwo im Ödland besuchen. Northwest Ski Equipment war, wie der Name schon sagt, ein Hersteller von Sport, speziell eben Ski Equipment, der seinen Sitz in Appalachia hatte. Auch dieser Hersteller wird im Fallout 76 lediglich erwähnt. Nipton Road Rest Stop war ein kleines Lokal in der Mojave-Wüste, an einer Kreuzung der Interstate 15 und der Nevada State Route 164. Heute wird der kleine Laden nur noch von Red Scorpions bewohnt. Nifty Thrifty's, auch Nifty Thrifty genannt, war vor dem Fall der Bomben ein Pfandhaus im Tacoma Park im späteren Ödland der Hauptstadt. NH&M, eine Abkürzung, die für New Hampshire and Massachusetts stand, war der Name einer Eisenbahnfirma in den USA. Sie betrieb den Eisenbahnverkehr im Commonwealth. Auch wenn von der Firma heute nichts mehr übrig ist, können ihre Eisenbahnwaggons und Lokomotiven noch überall im postapokalyptischen Commonwealth aufgefunden werden. New Appalachia Railroad oder ganz ausführlich The New Appalachia Railroad Transportation Incorporative, NIR, war ein Eisenbahnunternehmen, das für den Schienenverkehr in Appalachia zuständig war. Die New Appalachia Bank oder auch New Appalachian Bank genannt, war Teil des New Appalachian Central Trainyard, zu dem auch die vorher schon genannte New Appalachian Railroad gehörte. Am 28. September 2077 transportierte ein gepanzerter Zug viele Wertgegenstände dieser Bank durch eben den genannten Trainyard. Einige Personen, darunter auch ein Angestellter der New Appalachian Railroad, Al Wozic, beschlossen, diesen gepanzerten Zug zu überfallen. Der Überfall war allerdings nicht sehr erfolgreich. Durch die riesige, von den Räubern verursachte Explosion, wurden mehrere Gebäude beschädigt und Menschen kamen ums Leben. NBC Division Das NBC steht für Nuclear, Biological and Chemical Division, war eine biologische Waffenforschungsdivision von West Tech, die unter anderem auch am Forced Evolutionary Virus geforscht hat. Sie waren es, die 2037 die Forschung an einem Heilmittel für die neue Plage gesucht haben und nebenbei auch chemische Waffen für den Krieg gegen China erforscht haben. Navitron Navitron Incorporated war eine Firma, die Navigationssysteme herstellte. So haben sie unter anderem auch die Navigationssysteme für die Raketen von Repcom hergestellt. Nahant Bar and Restaurant war eine Bar und ein Restaurant unter einem Dach, wie der Name schon sagt. Ein kleines Lokal im Zentrum von Nahant in Appalachia. Montresor war ein Alkoholhersteller vor dem Fall der Bomben. Mano Fanto Corporation war eine Vorkriegsfirma, die irgendwie in den Herstellungsprozess vom Pfannkuchen aus der World 21 involviert war. Sie wird lediglich in Fallout New Vegas erwähnt. Mogul Monster war ein Hersteller von Sportequipment, der vor allem Wintersportequipment wie Skis verkaufte. Wie viele Skihersteller gibt es denn bitte in Appalachia? Modern Industrialist hierbei handelt es sich um eine Firma, die zu den Top 10 Newcomer Venture Capital Manager Organisationen gehörte. Sie wird lediglich im Fallout 4 Add-on Fahrhaber erwähnt. Mr. Chipper war eine Vorkriegsfirma, die Gartenwerkzeuge hergestellt hat, wie beispielsweise den überaus beliebten Woodchipper, der Holz zerhäckseln konnte und überall im Ödland der Hauptstadt und in der Mojavewüste auch nach dem Fall der Bomben noch auffindbar ist. Millers Appliances war Teil des Watoga Shopping Plaza in Appalachia. In dem Laden wurden offensichtlich Elektrogeräte wie TVs, aus aber auch Kühlschränke verkauft. Merle's Very Cherry Soda war ein Softdrink-Hersteller aus den Vereinigten Staaten, die von einer Frau namens Meryl Haverston gegründet wurde. Diese hat nach eigenem Rezept ein Softdrink mit Kirschgeschmack hergestellt, der überaus erfolgreich und beliebt war. So beliebt, dass John Salep Brad Burton die Firma aufkaufte und daraus Nuka Cherry machte. MedTech Laboratories, oft einfach nur kurz MedTech Labs oder einfach nur MedTech genannt, war eine Firma, die sich auf den medizinischen und pharmazeutical Sektor spezialisierte. Sie erfanden viele verschiedene beliebte Nachkriegsdrogen, wie zum Beispiel Mantids oder Fixer. Sie haben außerdem auch eine Reihe von persönlichen Chemiekits erschaffen, wie zum Beispiel My First Infirmary oder auch My First Laboratory. Kleine medizinische Chemiekästen, mit denen man sich beispielsweise selbst diagnostizieren und behandeln konnte. Alles in allem hat sich MedTech vor allem darauf spezialisiert, Krankheiten zu analysieren und zu behandeln. Mean Pastries war ein altes Restaurant in der Nähe des Cabot Houses in North End. Wahrscheinlich hat der Laden früher mal Sandwiches serviert. Heute wird er nur noch von einer einzelnen Katze bewohnt. Robco Industries Diese Firma war vor dem Fall der Bomben einer der größten Hersteller von Robotern, Computern, Software, Luftfahrt und elektronischen Systemen im weiteren Sinne. Gegründet wurde das Unternehmen 2042 von Robert House, dem Mann, der später in New Vegas zu einer Art Cyborg-Supercomputer wurde. Bereits an seinem 22. Geburtstag legte das junge Genie den Grundstein für die Firma, die die Vorkriegs-USA sehr schnell im Sturm erobern würde, nachdem er von seinem Bruder um sein ihm zustehendes Erbe betrogen wurde. Dank seines technischen Talents, seines Unternehmergeists und seines Abschlusses am Commonwealth Institute of Technology machte Robert House Robco Industries in den 35 Jahren ihrer Existenz zu einem der reichsten Unternehmen der Vorkriegswelt. Vor allem im Bereich Robotics und Software wurde Robco zum Rückgrat der technologischen Innovation der Vorkriegswelt. Und es gab im Grunde keinen Terminal mehr, der nicht mit einem Robco-Betriebssystem lief. Die Firma wurde nach dem Vorbild der sogenannten byzantischen Bürokratie strukturiert. Ein politisches System des 5. Jahrhunderts, wodurch die Firmenhierarchie wie ein Labyrinth gestaltet war. Was dabei half, Robert House tatsächliche Tätigkeiten innerhalb der Firma zu verschleiern und Robcos Praktiken schwer nachvollziehbar zu machen. Aufgrund der hohen Qualität und der Zuverlässigkeit ihrer Produkte wurden ihre Softwareprogramme Unified Operating System, MF Boot Agent und Retros BIOS zum Industriestandard. Und ihr Betriebssystem Robco OS wurde zum Standard für Militärcomputer. Zudem gehören einige ihrer Robotermodelle zu den am weitesten verbreiteten in den gesamten 13 Vorkriegs-Commonwealths. Abgesehen von General Atomics gab es kaum nennenswerte Konkurrenz auf diesem Markt. Wenn überhaupt. Einem Forscher bei Robco gelang es irgendwann zwischen 2066 und 2077 unter anderem chinesische Technologie durch Backward Engineering zu entschlüsseln. Und der sogenannte Robert May Flowers Stealth Boy oder kurz einfach nur Stealth Boy war geboren. Eine individuelle Tarntechnologie, die in der USA der Vorkriegszeit einzigartig war und es bis zum Fall der Bomben auch blieb. Robco Industries hatte hier tatsächlich das Monopol. Da große Firmen, die viel Macht angesammelt haben, naturgemäß skeptisch von der Öffentlichkeit beäugt werden, investierte Robco Industries auch viel in ihr öffentliches Image. So arbeiteten sie zum Beispiel mit General Atomics zusammen, um eine imagefördernde Ausstellung im Museum of Technology auf die Beine zu stellen. Im Hintergrund war die Firma allerdings entgegen ihres freundlichen Images für ihre aggressiven Übernahmen von möglichen Kontrahenten um jeden Preis bekannt. So kaufte Robco beispielsweise einen großen Anteil von Repcom Airspace, um Druck auf die Vorstandsmitglieder auszuüben. Diese sollten entweder zu guten Konditionen einer Fusion zustimmen oder nach einer feindlichen Übernahme mit wesentlich schlechteren Konditionen aus der Geschichte rausgehen. Auch wenn der Vizepräsident des Unternehmens bis zuletzt gegen eine Übernahme durch Robco kämpfte, waren seine Bemühungen erfolglos. Seinem Vorstand waren die Hände gebunden. Er wurde als Vizepräsident abgewählt und die Firma wurde vom Giganten Robco geschluckt. Karl Rook, ehemals Mitglied der Robco Security Division, wurde zum neuen Vizepräsidenten. Und er strukturierte die Firma auf Geheiß von Robert House auf militärische Forschung um, um in Kooperation mit der US-Regierung neue, plasmabasierte Raketenantriebe zu entwickeln. Auch die H&H Tools Factory wurde von Robco aggressiv vom Markt gedrängt und Robco setzte seine massiven Ressourcen ein, um den kleinen Werkzeughersteller seine Marktanteile streitig zu machen, um diesen dann billig zu übernehmen. Wahrscheinlich ein Akt der persönlichen Rache an H&H Tools. Denn bei dieser Firma handelt es sich genau um das Unternehmen, das als Erbe Robert House zugestanden hätte, hätte sein Bruder Anthony House ihn nicht darum betrogen. Aber Robco konnte durchaus auch freundschaftliche Kooperationen mit anderen Firmen eingehen, wenn sie es als nützlich erachteten. So arbeiteten sie zum Beispiel gemeinsam mit Vault-Tag an der Pip-Boy-Reihe. Die alle Bunker-Bewohnten mit wichtigen Informationen versorgen sollte. Robco war außerdem am Errichten von Vault 79 beteiligt. Sie installierten ein militärisches Verteidigungssystem in der Vault-Tag-Anlage. Auch mit der Nuka-Cola-Corporation arbeiteten sie gemeinsam am Nuka-World-Vergnügungspark. Und sie errichteten dort die Robco Battlezone, eine Art futuristische Gladiatoren-Arena, in der Roboter gegeneinander antreten. Zusammen mit Arctos Pharma und drei weiteren Unternehmen, die nicht näher genannt wurden, arbeiteten sie außerdem für die United States Space Administration, quasi die NASA der Fallout-Welt, an einem System, das die biologischen sensorischen Daten von Personen im Kryoschlaf unter Null Gravitationskonditionen auslesen können sollte. Und sie arbeiteten auch gemeinsam mit Hornright Industrial und Atomic Mining Service zusammen, um eine ganze Wohnsiedlung und Teile des Vatoga-Nationalparks in Appalachia komplett abzureißen, um dort eine vollautomatisierte Stadt der Zukunft zu errichten. Vatoga. Und last but not least arbeiteten sie gemeinsam mit General Atomics an einer neuen, verbesserten Version des Mr. Handys. Und im Auftrag der US-Regierung kurz darauf an einem gigantischen Kampfroboter mit dem Codenamen Liberty Prime, einer nuklear bewaffneten Superwaffe gegen die chinesischen Invasoren. Zum Mutterkonzern Robco gehörten beim Fall der Bomben Abraxodine Chemicals, die H&H Tool Company, Repcom Aerospace, Robco Enterprise Solution und Robco Customer Support. Die verschiedenen Einrichtungen, die wir in der Fallout-Reihe besuchen können, die zu diesem Mutterkonzern gehören, sind der Robco Auto Catch Nr. 1 in der Gailey Mine, die H&H Tools Factory in Nordvegas, das Repcom Hauptquartier in Henderson, die Repcom Test Site in der Mojave-Wüste, die Robco Facility in Washington D.C., das Robco Research Center in Cranberry Bock, das Robco Sales & Service Center in Boston und die Robco Battlezone in Nuka World. Und zu ihrer langen Liste an Produkten gehörten unter anderem die sogenannte Semi-Autonomous Immobile Weapon Platform, die unter anderem in Vault 79 verbaut wurde und laut der Brotherhood of Steel soll Robco ganz eigene Vaults irgendwo in der Mojave besitzen. Der Asaultron, die Automated Turrets, der Supercomputer Kryptos, die Custom Robotic Assembly Platform, der iBot, der Fetch Collector, ein System mit dem Namen Easy Access i, Liberty Prime, der GX-9000 Mainframe, Bootloader Core Prozessor und Core Prozessor System, der PDQ 88B Securitron, das Hamtech Radio Operations Hobbyist Kit, das House Industries Network, die Pip-Boy Versionen 1.0, 2000, 2000 Mark 6, 3000 und 3000 Mark 6, das Betriebssystem Pip-OS R Version 7.1.0.8, die Protectrons, die dazugehörigen Protectron Pots, das Robo Fuse Kit, der Robco Industries Termlink, der Robco Industries Drive Belt und viele andere verschiedene Geräte, sowie die Terminal-Modelle NX-12, RX-9000, 6550, i601 und 330, das Robco Trespasser Management System, der Sentry Bot, das Star Control Mainframe samt Kerne, der Stealth Boy 3001 und das Unified Operating System. Und zum Schluss noch ein kleiner Funfact, den ich ganz witzig finde, der Name Robco sollte im ersten Fallout ursprünglich dafür stehen, dass die Firma ihre Kunden und Kundinnen beraubt, also im Englischen robbed, Robco, die Raub-Cooperation quasi. Die Idee, dass sie Roboter herstellen, kam erst nach dem Namen. Die Repcom Aerospace, über die haben wir ja schon ein bisschen geredet, da sie letztendlich von Robco Industries übernommen wurden. Mit einer nicht ganz so schönen Übernahme, zumindest für Repcom Aerospace. Die Firma wurde 2054 gegründet und ihr ursprüngliches Ziel war es eigentlich, neue Antriebssysteme für die Raumfahrt zu entwickeln, da diese durch die Energiekrise 2052 ziemlich teuer wurde. Neben konventionellen Brennstoffen forschte diese Firma auch an Antriebssystemen mit nuklearer Fusion oder plasmabasierten Antrieben. Auch wenn die ersten Tests und Experimente dieser Firma eher katastrophal gelaufen sind, hat sich das Unternehmen ganz schön gemausert und aus ihren Fehlschlägen trotzdem noch ziemlich viel nützliche Technologien wie zum Beispiel bessere Temperaturschilde entwickeln können. Allerdings lief es alles in allem nicht sehr gut für Repcom. Deswegen blickten zwei Industriegiganten mit gierigem Blick in Richtung des recht innovativen, aber nicht besonders erfolgreichen Unternehmens. Poseidon Energy und Robco Industries. Das Angebot von Poseidon Energy wurde abgelehnt. Robco Industries dagegen ließ sich, wie schon erwähnt, nicht ganz so leicht abwimmeln. Zwischen 2075 und 2076 kauften sie immer mehr Anteile von Repcom Aerospace. Der Vizepräsident der Firma wollte die Übernahme verhindern. Doch sein Vorstand war im Grunde bereits von Robco gekauft worden. Denn sie standen vor der Wahl, entweder einen ziemlich guten Deal zuzustimmen und somit Teil des Vorstands bleiben zu dürfen oder nach einer feindlichen Übernahme durch Robco einfach entlassen zu werden. Nur Vizepräsident Stiepel weigerte sich, seinen Anteil zu verkaufen. Woraufhin der Vorstand ein Misstrauensvotum gegen ihn eingebracht hat, das auch erfolgreich war. Stiepel trat von seiner Position zurück. Nach der Übernahme ging die Forschung an Raketensystemen weiter. Doch Glück hatte die Firma bei all dem immer noch nicht. Die Forschungen liefen schleppend voran und einige Zeit später kam es zu einem Vorfall, in dem mehrere Kinder eine in einer Spielzeuglampe namens Repcom Shakes enthaltenen Flüssigkeit, die das Isotop 239 enthielt, getrunken hatten, da sie es für Nuka-Cola hielten. Woraufhin diese Werbemaßnahme schnell zurückgerufen wurde. Außerdem wurde aufgedeckt, dass die Firma seinen eigenen radioaktiven Müll nicht gerade ordnungsgemäß geschweige denn legal entsorgte und Umweltschäden heruntergespielt wurden. Schließlich kam es aufgrund von schlechten arbeitenden Bedingungen innerhalb der Firma, Sparmaßnahmen und unqualifizierten Personal zu einer schrecklichen Katastrophe, bei der so viel nukleärer Abfall in die Umwelt entlassen wurde, dass die Aufräumarbeiten Jahrzehnte dauern sollten. Robco Industries war über diese Vorfälle nicht gerade erfreut, gelinde ausgedrückt. Der damalige Leiter der Repcom-Einrichtung Steve Reynolds konnte seinen Job nur behalten, weil er einen guten Freund, Martin Neymeyer, als Sündenbock benutzte. Nachdem die Übernahme durch Robco Industries dann vollständig war, wurde Karl Rook, ein ehemaliger Mitarbeiter der Robco Security Division, zum neuen Vizepräsidenten. Und er kümmerte sich darum, die Sicherheitssysteme der einzelnen Anlagen zu modernisieren und auf Robco Standard zu bringen. Robert House nutzte das Unternehmen persönlich für geheime Waffentests des US-Militärs. Und der experimentelle Plasma-Raketenantrieb von Repcon sollte in eine Quantummaterie-Modulationsbasierende Waffe umgewandelt werden. Doch genauso wie bei den verschiedenen Antriebssystemen geriet auch die Forschung am sogenannten Quantum-Plasma-Modulationsmaterie-Injektionsgewehr ins Stocken. Erst nachdem Karl Rook eher zufällig alte Unterlagen von Poseidon Energy in die Hand fielen, die wiederum selbst vergeblich an einer Plasma-Projektilwaffe forschten, gelang es dem Forschungsteam von Repcom, einen Prototyp namens Urban Plasma Rifle zu erstellen. Aus dieser Forschung entwickelte sich der Q35-Prototyp, der an das Verteidigungsministerium zur Überprüfung weitergeleitet wurde. Währenddessen ging die Forschung weiter, neue Raketenantriebe zu entwickeln, die irgendwann einmal die Erde verlassen und entfernte Planeten besuchen können sollten. Kurz vor dem Fall der Bomben deckte die IT-Spezialistin Sarah Wang auf, dass Julia Masters, eine Angestellte bei Repcom, die für die Finanzen zuständig war, geheime Informationen unter anderem über das Projekt Q35 an unbekannte Abnehmer außerhalb der Firma weiterleitete. Die Vermutung lag auf Poseidon Energy, doch dies konnte nie eindeutig bewiesen werden. Möglicherweise hat ja Poseidon Energy absichtlich ihre Informationen ihres gescheiterten Projektes an Repcom Aerospace geleakt, damit diese an ihren gescheiterten Versuchen weiterforschen konnten, um dann wiederum die Ergebnisse dieser Forschung zurückzustehlen. Aber das ist nur meine persönliche Theorie. Die Auflösung werden wir wahrscheinlich nie bekommen, denn der Große Krieg beendete alle Untersuchungen dieses Vorfalls. Ripper Ripper ist ein Hersteller von elektronischen Werkzeugen. In der Nachkriegswelt sind ihre Ripper-Messer sehr beliebte Nahkampfwaffen und kommen sicher auch als Werkzeuge zum Einsatz. In die Augen! Das ist ein kleiner Insider für alle, die mein Let's Play damals gesehen haben. Rita's Coffee Ein Gebäude, das zu Rita's Coffee gehören könnte, ist im Ödland der Mojave-Wüste für uns nicht auffindbar. Lediglich einige Werbetafeln wurden teilweise als Barrikaden verwendet. Roadside Pines Motel Dieses Vorkriegsmotel hält für uns keine interessante Geschichte von der Zeit vor dem Fall der Bomben bereit. In postapokalyptischen Zeiten dient das Gebäude allerdings als Raiderlager. Rockbreakers Last Gas Eine Vorkriegstankstelle östlich von Vault 87 Rockwell Ein Vorkriegswaffenhersteller, den es auch in unserer Welt gibt. Mit einem Logo, das ganz schön an Atari erinnert, oder? Zu seinen Produkten gehören die im Ödland immer noch sehr beliebten Waffen Rockwell CZ-53 Personal Minigun, die CZ-57 Avenger Minigun, die Rockwell Big Bazooka und die Rockwell CZ-25 Military Minigun. Letztere war für das nie erschienene Fallout 3 mit dem Codenamen Van Buren geplant und ist daher nicht offiziell Teil der Fallout Law. Rockwell Cleaning House Diese Firma hatte ihren Sitz in Washington und teilt ihren Namen nur zufällig mit dem Minigun-Hersteller Rockwell. Mit Waffen hatte diese Firma nichts am Hut. Sie hat Spam-Mails per Post verschickt und dort angebliche Preise von 100.000 Dollar versprochen. RockSolid Brand Eine Vorkriegsfirma, die Energiesysteme für Vault-Tec herstellte. Romington Ein Vorkriegswaffenhersteller. Von ihm stammen sowohl die Pump-Action-Shotgun als auch die Super-76-Kettensäge. Romington ist höchstwahrscheinlich eine Parodie der Echt-Welt-Waffenfirma Remington Arms. Roosters Diese Firma stellte vor dem Krieg den auch im Ödland noch sehr beliebten und verbreiteten Pure Old Rum her. Ratkowski Boats Hierbei handelte es sich vor dem Krieg um ein Hersteller von Jet Skis, die in Appalachia sehr beliebt waren und auch nach dem Fall der Bomben noch überall auffindbar sind, wo es Gewässer gibt. Saddle Up Hierbei handelte es sich um eine Vorkriegsfirma, die das beliebte Salisbury Steak herstellte. Safe and Clean Disposal Offiziell handelte es sich hier um einen ganz gewöhnlichen Schrottplatz. Insgeheim ließ die Firma allerdings radioaktiven Müll von Firmen aus der Umgebung gegen Bezahlung in einem Teich verschwinden, der auf dem Firmengrundstück lag. In der Vollortwelt, wie wir wissen, ja wirklich nichts Ungewöhnliches. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, dass nach allem, was wir in der Nachkriegswelt so finden und lesen können, der Fall der Atombomben letztendlich in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich nicht der Auslöser für die ganze Verstrahlung im Ödland ist, sondern eben diese Praktiken der Vorkriegsfirmen, die radioaktiven Müll, der sehr viel länger strahlt, als Atombomben das Land verstrahlen würden, überall verteilt und gebunkert haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Machen wir weiter mit Saul's Grinders. Hierbei handelte es sich um einen Sandwich-Shop in Begley in Appalachia, der von Sal Jefferson geleitet wurde. Nachdem der Laden 2075 öffnete, wurde er schnell zu einem beliebten Restaurant, da er im Grunde ein Monopol auf Sandwiches in der Region inne hatte. Vor allem die Cranberry-Sandwiches, die nach einem alten Familienrezept zubereitet wurden, waren der Renner. Bis direkt gegenüber, von einem Schulrivalen von Sal, ein weiterer Sandwich-Laden mit dem Namen Big Papa Moe's Lip Smacking Sandwich Shack eröffnet wurde. Vielleicht erinnert ihr euch, die Firma haben wir auch schon behandelt. Sal verlor daraufhin immer mehr Kundschaft, da die Leute nach und nach zur Konkurrenz wechselten. Selbst seine einzige Angestellte Grace verlor er an den Laden des alten Schulrivals. Sal wollte daraufhin natürlich wissen, was die Cranberry-Sandwiches der Konkurrenz so viel beliebter machte als seine eigenen. Und er fand durch eigene Ermittlungen heraus, dass diese radioaktiv verseuchte Cranberries benutzen, was wohl dem Geschmack auf irgendeine Art und Weise zugute kam. Sal schwor Rache an seinen alten Kontrahenten und wollte mit dieser Information an die Öffentlichkeit gehen. Nach den Unruhen in Bayclay stand das Gebäude allerdings bereits leer. Und Big Bad Wolf nutzte es bei seiner Untersuchung des Imposter-Sheep-Squatch-Files als Basis. Sam's Auto Parts Man kann mehrere Schilder dieser Autowerkstatt in New Vegas vorfinden. Die oder das Gebäude, für das diese Schilder erstellt wurden, ist allerdings unbekannt. Sanders Brothers Die Brüder waren Entertainer und führten eine Magie-Show auf. Der einzige bekannte Bruder trug den Namen, wahrscheinlich Künstlernamen, nämlich an Ali Dean und versprach bei seiner Show der Magic and Illusion neue Witze und neue Tricks. Die Brüder sollten ursprünglich im Sierra Madre Hotel auftreten oder haben dies vielleicht auch in der Vergangenheit schon getan. Summer Springs Boarding House Ein Vorkriegs-Boarding-Haus im Westen des heutigen New Vegas. Das Gebäude ist für uns unzugänglich. In der Umgebung halten sich nach dem Fall der Bomben oft gefährliche Kreaturen oder verschiedene Raider-Gruppierungen auf. Falls ihr, so wie ich, nicht wusstet, was ein Boarding-Haus ist. Das ist ein amerikanisches Konzept, eine Art Langzeit-Hotel. Also ein gemietetes Zimmer, das nicht nur auf wenige Tage, sondern viele Wochen ausgelegt ist und eher einer Privatwohnung gleicht. In Deutschland nennt man sowas laut Wikipedia wohl Zuhause auf Zeit oder Monteurzimmer. Sanko Ein Vorkriegs-Brillen-Hersteller. Ich muss schon sagen, beeindruckende Qualität, dass die Brillen einen Atomkrieg überleben und 200 Jahre danach immer noch so gut intakt sind. Sunnyfield Constructions Eine Baufirma, die vor dem Krieg in Appalachia tätig war. Über die Firma selbst wissen wir nur, dass ein Mann namens Antonio Childs einst dort arbeitete, bevor er zu einem Regierungsjob wechselte. The Shamrock Tap House Ein ehemaliges Irish Pub in Boston, das vor dem Krieg von einem Mann namens Patrick Merriweather betrieben wurde. Das Gebäude wurde bereits 1787 errichtet und bereits der Held der amerikanischen Unabhängigkeitskriege, Paul Riviere oder Paul Reaver, soll hier getrunken haben. Das Pub ist bekannt für sein authentisches irisches Essen, seine verschiedenen europäischen Biere und Whiskys und den täglich wechselnden Special Drink. Das Gebäude hatte außerdem Verträge mit der örtlichen Gwinnett Brauerei und wurde von dieser beliefert. Der Besitzer der Lokalität erfand außerdem einen Prototypen eines auf Bier spezialisierten Protektron. Er baute dafür einen herkömmlichen Protektron so um, dass dieser in seinem Inneren eine voll funktionsfähige Mikrobrauerei enthielt, mit der er immer und überall Bier herstellen und kühlen konnte, um den Besuchern seines Pubs stets mit frischem, kaltem Bier zur Seite stehen zu können. Und das sogar mit verschiedenen programmierbaren Rezepten. Zur Unterhaltung war dieser Protektron namens Drinking Buddy sogar mit einer Vielzahl von Witzen ausgestattet. The Sicilian. Hierbei handelte es sich um eine Marke einer fast schon comichaft unproportionalen Espressomaschine, die vor dem Krieg scheinbar weit verbreitet war. The Tops The Tops ist eines der wichtigsten Vorkriegskasinos in New Vegas gewesen. Eines der wenigen Gebäude, das den Fall der Bomben in sehr gutem Zustand überstanden hat. Vor dem Krieg ein relativ normales Casino und Hotel wurde das Etablissement nach dem Krieg zum Hauptquartier der Chairman, einer der drei großen Familien, die über das postapokalyptische New Vegas regieren. Vor dem Krieg gehörte dieser Ort zu einem der beliebtesten Einrichtungen auf dem Stripe. Das Casino war bekannt dafür, jeden Herzenswunsch seiner Kundschaft zu erfüllen. Tanz, Unterhaltung, Alkohol und Glücksspiel aller Art gehörten zum Repertoire dieser Einrichtung. Ihr Kronjuwel war allerdings wohl das Ace Theater, das immer wieder neuen, jungen Talenten eine Bühne bot. Auch nach dem Fall der Bomben sind diese Attraktionen noch fast unberührt von der Apokalypse erhalten. Der ehemalige Raider-Stamm, namens Boot Riders, war anfangs von Mr. House' Angebot, die Stämme von New Vegas zu vereinen, um sich gegen NCR und Legion behaupten zu können, abgeneigt. Ein Stammensmitglied namens Benny war allerdings dafür, das Angebot anzunehmen. Der Anführer der Boot Riders forderte Benny daraufhin zu einem Messerkampf heraus, um den Streit zu schlichten. So wie es bei diesem Stamm damals Zitte war. Benny gewann und der Stamm zog ins The Tops ein und leitete dieses von da an. Vickid Excavations Ein Granitsteinbruch, der in der Region des Nachkriegs Commonwealth seinen Standort hatte. Viele Kunden, über die ganze USA verteilt, kauften Steine bei Vickid Excavations. Nach dem Krieg wurde dieser Steinbruch zu einer Meyerlöck-Farm umfunktioniert, mit dem Ruf, das beste Meyerlöck-Fleisch weit und breit zu produzieren, da das Wasser in dem ehemaligen Steinbruch einen ganz bestimmten Geschmack zum Fleisch hinzufügen soll. Think Machine Eine Firma, die Computer-Kontrollsysteme hergestellt hat, die von Vault-Tag in einigen Vaults eingesetzt wurden. Zwei davon sind die Think Machine 2080X in Vault 106 und die Think Machine 3600R in Vault 112. Ticker Tape Lounge Die Überreste dieses Gebäudes kann man im Nachkriegstheaterbezirk im Boston vorfinden. Das Gebäude ist weitestgehend leerstehend und stark zerstört. Man kann auch erkennen, dass sich hier vor dem Krieg eine Bar und mehrere Essensmöglichkeiten befanden. Mehr ist darüber allerdings nicht bekannt. Tick Knorr & Fields Ein Buchverlag des 19. Jahrhunderts, das in den USA die Bücher von Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne und anderen Autoren und Autoren veröffentlichte. Dieser Verlag existierte auch in der realen Welt. Rheinmetall AG Rheinmetall AG ist wieder eine der Firmen, die auf Echtweltfirmen basiert, nämlich der gleichnamigen Rheinmetall AG, die auch in Wirklichkeit Waffen und militärisches Equipment herstellt. In der Fallout-Welt ist Rheinmetall AG vor allem oder besser gesagt sogar ausschließlich für die Windicator Minigun und die 9mm Maschinenpistole bekannt. Die 9mm Maschinenpistole von Rheinmetall AG kam allerdings nur in der Tech-Demo von Van Buren vor, dem Fallout 3, das nie erschienen ist. Somit ist diese nicht mal offizieller Teil der Fallout Lore. Die Windicator Machine Gun kam allerdings neben Fallout Tactics, das ja auch nur so Semi-Cannon ist, auch in Fallout 2 vor, wodurch Rheinmetall AG eine ganz offizielle Fallout-Firma ist. Weiter geht's mit Reap Marina. Reap Marina war auch im Bootsverleih. Über die Geschichte dieser Firma wissen wir nicht besonders viel. Doch schon wenige Tage nach dem Fall der Bomben wurde dieser Ort von zwei Zwillingsbrüdern namens Eugene und Malcolm eingenommen. Diese reparierten die dort auffindbaren Boote, in der Hoffnung, dem Wahnsinn der Apokalypse entkommen zu können. Die beiden wurden allerdings von wild gewordenen Mr. Handys ermordet, bevor sie die Boote erfolgreich reparieren konnten. Red Rider Red Rider war ein Vorkriegs-Luftgewehrhersteller. Selbst in der Nachkriegswelt werden die von ihnen hergestellten BB-Guns noch als echte Klassiker angesehen. Auch wenn ihre Durchschlagskraft eher gering ist und sie von den meisten Menschen nicht ernsthaft als Waffen zur Verteidigung oder auch zum Angriff genutzt werden, soll es im Ödland Personen geben, die diese Gewehre schon benutzt haben, um mit gezielten Schüssen in die Augen ihre Gegner und Gegnerinnen zu blenden. In die Augen, sage ich da nur. Immer eine gute Strategie in Vollort 1 und 2. Red Rocket Das genaue Gründungsdatum der Red Rocket Corporation, die ihre Red Rocket Tankstellen überall in der Vorkriegs-Usa verteilt hatte, ist nicht genau bekannt. Sie waren allerdings schon weit verbreitet, als Benzin und Diesel noch die Standard-Antriebsarten für Autos waren. Nachdem dann der fossile Brennstoffmarkt komplett zusammenbrach und 2052 der große Resource war, startete, konnte die Red Rocket Station sehr schnell auf nukleare Brennstoffzellen und Kühlmittel umrüsten und gehörte dadurch zu den Early Adaptern einer neuen und überaus erfolgreichen Technologie, die Benzin bis vor dem Fall der Bomben beinahe vollkommen abgelöst hatte. Dies brachte Red Rocket einen riesigen Erfolg ein und sie expandierten ihr Geschäft noch viel weiter. Damit Red Rocket die Gunst der Bevölkerung nicht verliert, waren sie sehr um ihr Image bemüht. Vor allem, wenn es um Umweltschutz und Familienfreundlichkeit geht. Unfreundliches Personal wurde sehr schnell eliminiert. Also gekündigt, in der Vollort-Welt muss man das dazu sagen, sie wurden nicht unbedingt getötet. Aber wer weiß. 2076, also kurz vor dem Fall der Bomben, war die Zufriedenheit bei den Kunden und Kundinnen daher extrem hoch. Doch neben Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft wurde von den Angestellten auch erwartet, dass sie den Abfall so gut es geht reduzieren. Dafür verlieh Red Rocket den erfolgreichsten Ladenkeppen, den sogenannten Trashbuster Award. Ein begehrter Preis, der dazu führte, dass viele Filialmanager den Müll einfach nur verschwinden ließen, mit welchen Mitteln auch immer. Red Rocket Stations sind im Grunde überall in Fallout 3, Fallout 4 und Fallout 76 aufzufinden. In Fallout 3 gibt es ganze 13 Red Rocket Stations. In Fallout 4 mit DLCs 21 und in Fallout 76 gibt es aktuell 11 Red Rocket Stations, die man besuchen kann. Weiter geht's mit Red Racer. Red Racer war ein Spielzeughersteller, der vor dem Krieg Dreiräder herstellte. Sein Sitz war in Washington D.C. Die Red Racer Fabrik kann in Fallout 3 besucht werden. Man findet dort neben den Red Racer Dreirädern auch eigene Red Racer Jumpsuits. Ranch Defender Ranch Defender war ein Vorkriegs Munitionshersteller. Sie haben die 22 Kaliber LR-Kugeln hergestellt, die in der Mojave-Wüste auffindbar sind. Radiation King Radiation King hat viele verschiedene Radios und TV-Geräte hergestellt. Zwei ihrer Einrichtungen können in der Fallout 3 besucht werden. Der Radiation King Laden in Georgetown im Ödland der Hauptstadt und die ehemalige Radiation King Assembly Plant 12, die vor dem Fall der Bomben allerdings in eine Munitionsfabrik umgewandelt wurde. Zu den Produkten gehören verschiedene TV-Sets, das Ham Radio, die Radios und die Jukeboxes. Innerhalb der Fallout-Lore, also in den Fallout-Spielen, handelt es sich hier um eine der ganz wenigen Firmen, die tatsächlich in jedem Hauptteil der Fallout-Reihe einen Auftritt hat. Also Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 und auch in Fallout 76 hat diese Firma einen Auftritt. RNG Processing Services Bei dieser Firma handelt es sich tatsächlich nur um eine Scheinfirma, die ihren Sitz in Appalachia hatte, in dem Gebiet, das nach dem Fall der Bomben als Savage Divide bekannt ist. Unter dieser Fabrikhalle verbarg sich in Wirklichkeit ein Raketensilo für nukleare Sprengköpfe. Der ehemalige Manager dieser Firma, Thomas Glein, hatte mit der US-Regierung ein Abkommen. Die US-Regierung würde die Firma finanzieren, dafür würde kein Wort über die sogenannte Sight Charlie an die Öffentlichkeit gelangen. Der Zugang zum Aufzug, der ein Silo führte, war allen Angestellten dieser Firma streng untersagt. Dafür mussten die Angestellten dieser Firma im Grunde kaum arbeiten und sie erhielten ziemlich lukrative Bonis. Wie zum Beispiel eine dreistündige Mittagspause, in der sie auch nach Hause zu ihren Familien fahren konnten. Natürlich weckte dies bei einigen Angestellten Verdacht, doch niemand wollte seine angenehme Situation tatsächlich hinterfragen. Sandia National Laboratories Die Nationalbibliothek wurde von der US-Regierung vor dem Großen Krieg damit beauftragt, Belange der nationalen Sicherheit und Nuklearwissenschaften zu erforschen. Sie haben unter anderem an einer mobilen Vault mitgeforscht, die einen Aufprall mit 100 kmh überstehen sollte, ohne dass ihr Inneres dabei auch nur ins Wanken gerät. und in einem Feuer von 1000 Grad Temperatur für eine halbe Stunde überstehen könnte, ohne dass sich ihr Inneres erhitzt. Ihre metallische Außenhülle sollte außerdem gegenüber Bohrversuchen, Schweißbrennern und Explosionen immun sein. Der Nachteil dieses extrem robusten Fahrzeugs war allerdings die Untauglichkeit für offenes Gelände in Kombination mit den schlechten Straßen der Nachkriegswelt. Klingt ziemlich cool und interessant und witzig, dass sich dieses auf alles vorbereitete Fahrzeug dann in der Nachkriegswelt einfach nicht mehr bewegen kann, weil daran nicht gedacht wurde. Leider stammt diese Information allerdings nur aus Entwicklungsdokumenten des gecancelten Fallout 3s mit Codenamen Van Buren und ist nicht offiziell Teil der Fallout Law. Aber ich finde die Idee schon sehr lustig. San Francisco Sunlights eine Firma, die Tigarren herstellte. Auch nach dem Krieg sind diese noch auffindbar und beliebt. Unter anderem werden sie von Kellogg geraucht. Sardinia Sun Fine Wines diese Firma war in der Vorkriegswelt ein Weinhersteller aus Appalachia. Das Schild dafür war allerdings schon in den Gamefiles von Fallout 4 auffindbar. Also diese Firma wäre beinahe schon eine im Commonwealth beheimatete geworden. Dann wurde sie allerdings so ein bisschen als verwerteter Rest für Fallout 76 benutzt. Science Center Gift Shop. Ein einfacher Gift Shop in Cambridge, der vollautomatisch von Mr. Handys betrieben wurde. Schlucket Industries. Hierbei handelte es sich vor dem großen Krieg um einen Werkzeughersteller. Zu seinen Produkten gehörten viele automatische Produktionsmaschinen wie die Ammunition Plant, die Armor Forge, der Autolume, der Builder, die Energy Weapon Forge, die Explosive Mill, der Food Processor, die Heavy Weapon Forge, die Pyrotechnics Mill, die Weapon Forge und das Automated Manufactory Control Panel. Außerdem haben sie auch ganz simple Werkzeuge hergestellt wie die Adjustable Wrench, die Combination Ranch und die Ranch. Schirlt. Diese Firma hat vor dem Krieg Propangas transportiert und verkauft. Sharon's Down Home Country Lemon. Eine Softdrink Firma, die von Sharon Lawrence gegründet wurde. Diese stellte vor dem Krieg ein Getränk mit Limonen-Limetten-Geschmack her. Die Firma wurde noch vor dem Krieg wie viele andere von Nuka-Cola aufgekauft. Und aus dem Softdrink wurde Nuka-Cola Clear. Sharp Wit Incorporative. Der Hersteller der hochqualitativen Combat Knives. Shaw & Associates. Eine Talentagentur, die unter anderem Shannon Rivers vertreten hatte. Die wiederum vor allem für ihre Darstellung der Mistress of Mystery bekannt war. Im Jahr 2075 veröffentlichte der Verlag eine Kurzbiografie von ihr und sie übernahm auch den Briefverkehr mit Sharon Rivers Fans für sie. Shanleys Oyster Bar. Vor dem Krieg eine Bar. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Namen nach wahrscheinlich in irgendeiner Form auf Muscheln oder Meeresfrüchte spezialisiert. Aber möglicherweise war das auch einfach nur ein Markenname, der nicht wirklich inhaltlich mit dem, was die Bar angeboten hat, zu tun hatte. Shucky's Clams. Über diese Firma ist wirklich am wenigsten in der gesamten Fallout Lore bekannt. Ihr Logo und Name ist lediglich auf einem Kühlschrankmagneten am Kühlschrank in der Vorkriegsküche aus dem Fallout 4 Intro aufzufinden. Der Name lässt vermuten, dass auch hier irgendwas mit Meeresfrüchten gemacht wurde. Aber es könnte genauso gut eine beliebte Cartoon-Figur gewesen sein. Wir wissen nichts. Sig Sauer. Ein Waffenhersteller aus Vorkriegszeiten. Heimisch in der Schweiz und in Deutschland. Von Sig Sauer stammt die in der Postapokalypse noch weit verbreitete Sig Sauer 14mm Pistole und die P220 Sig Sauer. Ein Waffenhersteller mit demselben Namen existiert auch in unserer Welt. Silver Rush. Ein Casino, das im Jahr 2071 in Las Vegas gegründet wurde und in direkter Konkurrenz zum Atomic Wrangler stand. Nach dem Krieg wurde das Gebäude zu einem Waffenladen der Van Graafs umgebaut und die ursprünglichen Besitzer wurden einfach getötet. Was zu einem kurzen Bandenkrieg zwischen den Van Graafs und den Kings führte, den die Van Graafs mit ihren fortschrittlichen Plasma-Waffen sehr schnell für sich entscheiden konnten. Die Van Graafs führten in ihrem Laden einige der fortschrittlichsten Waffen in ganz New Vegas. Silverstar, ein Munitionshersteller, der die 45er-70er-Gaft-Kugeln ich habe keine Ahnung, wie man diese Munition richtig ausspricht. Es tut mir leid. Aus Fallout New Vegas herstellte. Skeeks Corporation. Bei diesem Unternehmen handelte es sich um eine Tochterfirma von Diamond Incorporative, die seinerseits wieder im Besitz einer Firma, die Computerteile herstellte, war, namens Computech-Tron. Skiomatic, ein Hersteller von Wintersport-Equipment, wie man es in Appalachia auch nach dem Krieg noch vorfinden kann. Skylanes Air, eine Fluggesellschaft der Vorkriegs-USA. Neben gewöhnlichen Passagierflugzeugen bot die Firma insgeheim das Schmuggeln von illegalen Waren in geheimen Bereichen ihre Passagierflugzeuge an. Sie hatten vor dem Krieg zwei bekannte Flugzeugtypen im Einsatz. Die Skyplanes Flight 1665 und die Skyplanes Flight 1987. Slow Comes Joe. Eine Vorkriegs-Restaurantkette, die sich auf Kaffee und Donuts spezialisierte, wobei schon einzelne Donuts die täglich empfohlene Menge von Zucker und Fett überschritten. Ihr Laden war extrem beliebt, so sehr, dass sie teilweise nicht hinterherkamen, um den Andrang von Kunden und Kundinnen zu widerstehen. Dabei wurde ihr Kaffee von Restaurantkritikern als geschmacklos und sauer und bei einem Preis von 28 Dollar die Tasse, wohl auch wegen der hohen Inflation vor dem Fall der Bomben, als viel zu teuer beschrieben. Ihre letzte große Innovation vor dem Fall der Bomben waren die Slow Comes Buzz Bites. Haltbare Donuts, gefüllt mit Kaffee, der durch chemische Komponenten stets heiß bleibt. Dieser wurde allerdings von den Behörden nicht zugelassen, da eine 90-prozentige Chance bestand, bei Konsumierenden schwere Verbrennungen hervorzurufen. Selbst die sehr überspitzte Politik- und Wirtschaftsstruktur aus der Fallout-Welt, die sehr menschenverachtend war und keinen Wert für menschliches Leben sah, sei diese Quote wohl etwas zu hoch. Man findet im ganzen Commonwealth und in Appalachia auch nach dem Krieg noch viele Filialen dieser Kette. Das Slow Comes Joe Corporate Hauptquartier in Malden, in der General Atomics Galleria im Monsignor Plaza, in Cambridge, in Lexington, im Baxter Building, in Watoga, in Morgantown und in Charleston. Smarties Traps & Bait Eine Firma, die Köder und Fallen herstellte und verkaufte. Ihre Köder waren so effektiv, dass Stammhunde Raymond Pribal, der als Gold Customer einen 3% Rabatt auf alles erhielt, von einer Albino-Wölfin und ihren Welpen überfallen und gefressen wurde, als er die Köder bei der Wolfsjagd bei sich trug. Ich persönlich finde das nur fair. Smith & Wessons Ein weiterer Waffenhersteller der Vorkriegs-USA. Sie haben die Smith & Wesson M29, die dazugehörige Speedload-Version und die Smith & Wesson 23-Kaliber-Pistole hergestellt. Dieser Waffenhersteller basiert auf einer Firma der echten Welt. Smiteys Eine Kette von Cocktail-Bars, die bereits 2009 gegründet wurde. Eine Ruine dieser einstigen Ladenkette findet man in Freeside in New Vegas, eine in Westside. Keines der Gebäude ist für uns betretbar. Snap-Off Ein Werkzeughersteller, der das Supertools-Kit verkaufte. Softlock Solution Incorporative Ein Softwarehersteller vor dem Fall der Bomben. Im Speziellen die Herstellungsfirma eines Programms, das Personen über ein Terminal ermöglicht, Schlösser per Fernsteuerung zu öffnen und zu schließen. Sonic Squire Ein Hersteller von Lautsprechern, die sowohl in Appalachia als auch im Commonwealth nach dem Krieg noch auffindbar sind. Southern Cartridge Ein Vorkriegsmunitionshersteller, der 45er Super-Rounds-Kugeln herstellte, die man im Fallout-New-Vegas-DLC Honest Hearts finden kann. Special Win Ein Hersteller von einarmigen Banditen der Vorkriegs-USA. Die Slot-Automaten können sowohl im Bereich New Vegas als auch Appalachia aufgefunden werden. Das finde ich mal ganz nett, denn oft, wenn es so Überschneidungen gibt zwischen den einzelnen Fallout-Teilen, sind die oft technischer Natur. Man hat für Fallout New Vegas Sachen aus Fallout 3 wiederverwendet, man hat für Fallout 76 Sachen aus Fallout 4 wiederverwendet und deswegen gibt es oft Firmen, oft Hersteller, oft Produkte, die halt quasi aus in der Law schwer begründbaren Gründen nur in der Mojave-Wüste und im Ödland der Hauptstadt oder nur in Appalachia und im Commonwealth auffindbar sind und sonst nirgends. Aber hier haben sie tatsächlich die Fallout-New-Vegas-Firma genommen und den Fallout 76 wiederverwendet. Das finde ich doch nett. Das so nebenbei. So was sollten die öfter machen. Das gibt der Welt ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit und ein bisschen mehr Komplexität gefühlt. Das ist schön. Spring Valley, ein Hersteller von den Potato Chips Kartoffelchips, die im Ödland der Hauptstadt und in der Mojave-Wüste weit verbreitet waren. Gerade sage ich's Starlight Theatre Auch als Starlight Cinema bekannt, war vor dem Krieg eine Kino-Kette in den USA. Sie betrieb das Starlight Drive-In-Auto-Kino im Commonwealth und das Starlight Interstellar-Theater in Nuka World. Poster im Ödland bewerben außerdem den 2077 erschienenen Film The Barfly von Marlo Fitz und Sponge Doodley mit Chip Weathers Howl Fund und Rita Teens Scarlet in den Hauptrollen. Ein Film, der von Starlight Cinema selbst präsentiert wurde. Statesman Hotel, ein zwölfstöckiges Vorkriegs-Edelhotel am Vernon Square in Washington, D.C. Nach dem Fall der Bomben dient das Gebäude als Festung für Supermutanten und Zentauern. Steam Whistle Das Unternehmen hat vor dem Krieg Energiesysteme hergestellt, die teilweise auch von Vault-Tec genutzt wurden. Ihr einzig bekanntes Produkt ist die Steam Whistle Mini Geothermal Unit. Stanley, ein Vorkriegshersteller von Bohrmaschinen. Zappajam Hierbei handelt es sich um den Markennamen eines der vor dem großen Krieg produzierten Getränke mit Fruchtgeschmack. Das Getränk an sich ist in der postapokalyptischen Welt von Fallout nicht mehr auffindbar, aber die Flaschen dieses Getränkes werden benutzt, um das extrem potente Heilmittel Hydra herzustellen. Es ist unklar, ob der ursprüngliche Inhalt der Zappajam-Flaschen bei der Herstellung von Hydra eine Rolle spielt, oder ob die leeren Flaschen vielleicht nur aufgrund ihrer ungewöhnlichen Form für Hydra gewählt werden. SuperDuperMart Eine Ladenkette mit Filialen überall an der Ostküste, von Washington bis Appalachia über Lexington und selbst in der Mojave-Wüste können wir Werbung für die SuperDuperMart-Kette finden, auch wenn wir dort keine Filiale vorfinden können. Aufgrund der Werbung scheint es allerdings so, als gäbe es irgendwo in der Mojave-Wüste-Region eine Filiale. Stammkunden und Kundinnen konnten vor dem großen Krieg Teil des SuperDuper Discount-Clubs werden und erhielten dadurch 10% auf alles. Manche Filialen beinhalten neben Einkaufsmöglichkeiten auch eine Cafeteria. Supradent Ein Hersteller von Zahnpasta mit dem Slogan For the little superhero in your life Also übersetzt so viel wie für die kleinen Superhelden beziehungsweise die kleinen Superheldinnen in deinem Leben. Anscheinend zielte diese Zahnpasta-Marke vor allem auf Kinder ab. Suprathaw Ein Hersteller und oder ein Markenname von Frostschutzmitteln. Shawpower Eine Vorkriegsfirma, die geothermale Energiesysteme entwickelte wie das Shawpower Geothermal und das Extra-Shore Power Geothermal Beide Systeme, die von Vault-Tec in einigen Vaults eingesetzt wurden. Surkov Eine Vodka-Marke der Vorkriegs-USA Tewee-Chi Ein Vorkriegshersteller von Weizenmehl Tables & Tops Ein Steintischhersteller mit Sitz in New York. Sie werden von Thicket Excavation beliefert. Tacoma Industrial In der Fabrik von Tacoma Industrial in Washington D.C. wurde vor dem Großen Krieg das beliebte Abraxocleaner-Waschmittel hergestellt. Nach dem Bomben wurde das Fabrikgebäude zu einer Festung der Supermutanten. The General's Steakhouse Vor dem Krieg ein Restaurant in Appalachia, das vor allem vom Personal des nahegelegenen Robco Research Centers besucht wurde. Nach dem Fall der Bomben wurde das Lokal zu einer Suppenküche für die Überlebenden da draußen. Nachdem die letzten Angestellten das Gebäude verlassen hatten, wurde der Ort von wilden Ghulen eingenommen und später von den Free States benutzt, um Zuflucht vor den Verbrannten zu finden. The Jerk Ein Getränkekiosk in Point Lookout The Old Post Eine Vorkriegszeitung, die scheinbar im Raum des Nachkriegs Commonwealths verkauft wurde. Wilson Brothers Auto Repair Eine Autowerkstatt außerhalb von Morgentown, dessen Ruinen noch in The Forest in Appalachia zu finden sind. Diese Autowerkstatt wurde von einem Mann namens Rich Wilson betrieben, welcher hinter dem Shop eine kleine Hütte bewohnte, in welcher man nach dem Fall der Bomben einen Schrein für den Mothman vorfinden kann. Da an diesem Altar eine Maulwurfsratte geopfert wurde, kann man davon ausgehen, dass hier auch nach dem Fall der Bomben noch jemand gelebt hat. Ob es sich hier um Rich Wilson handelt, ist unklar. Vor dem Krieg war dieser außerdem mit Jeff Lane befreundet, seines Zeichens begeisterter Kryptidenjäger, der Rich ein Poster vom Mothman geschenkt hat. Möglicherweise war dies der Einstieg für ihn in die Faszination mit diesem mysteriösen Wesen. Die Werkstatt selbst steht nach dem Fall der Bomben leer. Wer die anderen Brüder sind, deren Existenz durch den Namen der Werkstatt suggeriert wird, ist unbekannt. Veresicope, eine Vorkriegsfirma, die für Vault-Tec an den Energiesystem der Vault gearbeitet hat. Wester's Housewares Vor dem Krieg war der Laden scheinbar so etwas wie ein Haushaltswaren und Apothekengeschäft zugleich, das sich unter anderem auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte. Virtual Strategic Solutions Eine Firma, die als Verteidigungspartner mit der US-Regierung gemeinsam virtuelle Trainingseinheiten herstellte. Von ihnen stammt zum Beispiel die Anchorage Reclamation Simulation, die in Washington D.C. installiert wurde. Sie haben außerdem das VR-System auf der Insel Far Harbor installiert, das später von Dima als Erinnerungsspeicher genutzt wurde. Laut der Enklave in Appalachia spannt sich um die Firma die Verschwörungstheorie, dass Virtual Strategic Solutions Incorporative in Wirklichkeit ein System entwickelte, das die gesamte Menschheit in ihre virtuelle Welt hochladen sollte. Für diese Theorie gibt es allerdings weder Beweise noch lassen die technischen Möglichkeiten der Firma so ein massives Projekt überhaupt zu. Die Sunset Sassaparelia Company Ein Softdrink Hersteller, der vor dem großen Krieg von einem Mann namens Kenneth Aguilar aus der Region Las Vegas gegründet wurde. Und genau im Raum Las Vegas war der einzigartige Softdrink mit dem Namen Sunset Sassaparelia überaus beliebt. Das Unternehmen war in den Vorkriegs-USA schon seit 1918 tätig. Laut dem örtlichen Begrüßungsroboter der Firma Festus wollte ein Besitzer eines Saloons eines Tages einen neuen Softdrink kreieren und er fragte seine Stammkundschaft nach einem Geschmack, den diese besonders gerne in ihren Drinks haben würden. Keiner von ihnen hatte hilfreiche Ideen parat, bis plötzlich ein Fremder am Ende der Bar vorschlug, er solle einen Drink mit Stechwinden auch Sassaparelia genannt Geschmack herstellen. Der Fremde bot dem Saloon-Besitzer sogar noch ein geheimes Familienrezept an, wenn er im Gegenzug dazu jederzeit eine Flasche des neuen Getränks erhalten könnte, um zu überprüfen, ob das Rezept auch wirklich eingehalten wird. Der Saloon-Besitzer stimmte zu, in der festen Überzeugung, dass dieser neue Drink ihn reich machen würde. Am nächsten Tag wollten die Beiden sich wieder treffen, doch statt dem Fremden betrat plötzlich der Sheriff den Saloon und er informierte den Saloon-Besitzer, dass sein mysteriöser Freund von Banditen getötet wurde. Desillusioniert schloss der Saloon-Besitzer den Laden gerade bei Sonnenuntergang, als ihm vor der Tür eine Flasche auffiel, die mit einem blauen Wachsstern versiegelt war. In dieser Flasche befand sich das Rezept für einen köstlichen Stechwindendrink. Der Saloon-Besitzer verkaufte sein neues Getränk, das er Sunset Sacer Perilia taufte und es war ein voller Erfolg. Er bezahlte die Beerdigung des Fremden mit dem Geld, das er mit dem neuen Drink verdiente und seitdem ist in manchen Kronkorken dieser Marke ein blauer Stern zu finden. Manche glauben, diese Tradition kommt vom Saloon-Besitzer, der damit seinen verstorbenen Partner ehren will. Andere sagen, es ist der Fremde selbst, der immer noch, wie versprochen, ab und zu eine Flasche testet und ihnen sein Qualitätssiegel verleiht. Die historische Genauigkeit dieser Geschichte ist anzuzweifeln, schon allein deswegen, weil Festus auch behauptet, vor der Erfindung von Sunset Sassapirilla hätte es nur die Wahl zwischen Wasser und Nuka Cola gegeben. Nuka Cola wurde allerdings erst 2044 erfunden, also ganze 126 Jahre nachdem Sunset Sassapirilla erfunden wurde. Aber vielleicht steckt in dieser offensichtlichen Marketing Geschichte ja ein echter Kern. Wer weiß. Was wir wissen ist allerdings, dass Sunset Sassapirilla an der Westküste der Vorkriegs USA ein überaus beliebter Drink war. Auch wenn die Verkäufe im Osten des Landes kaum nennenswert waren, waren die Verkäufe im Westen und Norden des Landes ein voller Erfolg und auch in Kanada konnte das Getränk Fuß fassen. Die Firma war vor dem Krieg sogar so erfolgreich, dass sie mit Hilfe von Robco Industries Teiler ihrer Produktion automatisierten. Eines Tages berichtete ein TV-Sender darüber, dass eine Studie herausgefunden haben will, dass zu hoher Konsum des Softdrinks extreme körperliche Schäden nach sich ziehen könnte. Sunset dementierte diesen Bericht mit der Argumentation, dass die Menge, die man trinken müsse, um solche negativen Auswirkungen zu erfahren, unrealistisch hoch seien. Auch wenn der Marke scheinbar nicht wirklich schadete, rüstete die Firma nach dem Vorfall massiv ihre PR-Abteilung auf. Einige Zeit später bemerkte die Firma einen plötzlichen Anstieg der Verkäufe um 300%, ohne vorerst erkennbaren Grund. Die PR-Abteilung konnte aber schnell in Erfahrung bringen, dass scheinbar das unbegründete Gerücht im Umlauf war, dass Sunset Sassapirilla einen legendären Schatz für die Person bereithalten würde, die es schafft, eine gewisse Menge Kronkorken mit blauen Sternen zu sammeln. Um die Verkäufe anzukurbeln, bestätigte die Firma schließlich diese Gerüchte statt sie zu dementieren. Zu der Zeit war es auch, als der Roboter Festus installiert und als Maskottchen der Firma etabliert wurde und die Firma änderte ihr Image hin zu einem Cowboy-Thema. Der Name Festus ist übrigens wahrscheinlich eine Anspielung auf eine Figur aus einer 1952 sehr beliebten Radiosendung und später dann 1955 auch einer beliebten TV-Sendung namens Gunsmoke. Neben dem Getränk Sunset Sassapirilla stellte die Firma auch noch Merchandise her, wie zum Beispiel eine flaschenförmige Lampe und die Sunset Fußabtreter. Vor dem großen Krieg wollte Nuka Cola das Unternehmen aufkaufen, doch Sunset wollte um jeden Preis unabhängig bleiben und lehnte ab. Daraufhin entwickelte Nuka Cola den neuen Geschmack Nuka Cola Wild, der als direkte Konkurrenz zu Sunset Sassapirilla eingeführt werden sollte. Dieser neue Geschmack mit Wild-West Thema hat die Testphase in Nuka World allerdings nie verlassen. Der große Krieg kam wie so oft zuvor. Auch wenn das Unternehmen dem Fall der Bomben nicht überlebte, die Geschichte über den legendären Preis, bei dem es sich übrigens um kleine metallene Scherfsterne handelte, überlebten allerdings die Apokalypse und viele Menschen im Ödland der Mojave-Wüste begannen die Kronkorken mit dem blauen Stern zu sammeln, um an den ominösen, mysteriösen, legendären Schatz zu kommen, der je nach Erzählung hochwertige Vorkriegstechnologie, Waffen oder andere unglaubliche Kostbarkeiten beherbergen beherbergen soll. Tiki Tonga Apartments Ein verhältnismäßig gut erhaltener, aber komplett verbarrikadierter und unzugänglicher Apartment Komplex in der Mojave-Wüste. Das ist alles, was wir über diesen Bereich sagen können. Hier gibt es nichts zu sehen, Leute. Weiter gehen. Tim List Ein Vorkriegs-Golf-Equipment-Hersteller. Davon gibt es in der Fallout-Lore spätestens seit Fallout 76 erstaunlich viele, finde ich. Im Entwicklungsteam müssen anscheinend echt ein paar Golf-Fans sitzen, anscheinend. Naja, diese Firma war bekannt für ihre I-O-Matic Golf-Schläger-Reihe. Zumindest sind diese die einzigen, die wir nach dem Fall der Bomben von dieser Firma noch auffinden können. Daher ist anzunehmen, dass diese recht weit verbreitet waren. Außerdem können wir Cappies mit dem Firmenlogo finden. TJM Hierbei handelte es sich um eine Marke für Heim-Stereo-Anlagen. Das wissen wir aus einem Polizeibericht der Cambridge Police Station, die so eine Anlage vor dem Fall der Bomben noch beschlagnahmte. Ein eindeutig identifizierbares Exemplar dieser Anlage ist für uns allerdings nicht auffindbar. Nur eben einen Text darüber. Top Draw Living Ein Hersteller von Steinmöbeln. Dieser Hersteller wurde scheinbar von Vickett Excavation beliefert, wie wir auf einem Terminal von letzterem erfahren können. Der Standort sowie die genaue Art der Steinmöbel von Top Draw Living ist unbekannt. Travel Service Ein wie der Name schon vermuten lässt Vorkriegsreisebüro in den Ruinen von Freeside. Das Gebäude ist nicht zugänglich und wir haben keinerlei Informationen zu dieser Firma. U.S. Gbeetha Eine irische Vorkriegsfirma die bereits seit 1798 dreifach destillierten Whisky herstellt. Union Cartridge einen Vorkriegsmunitionshersteller der Kaliber 45 Autokugeln herstellte. Universal Electric Incorporative Ein Vorkriegshersteller der sich auf elektrische Einzelteile und Systeme wie Lightbox Panels spezialisiert hatte. Sie sind für viele elektrischen Komponenten des Wasteland Workshop DLC verantwortlich. Universal Pyrotechnics Incorporated wieder eine Firma über die wir kaum etwas wissen außer dass sie die Feuerwerk Mortar herstellten die auch nach dem Fall der Bomben noch benutzt werden um Pyrotechnik zu zünden. University Credit Union Das nach dem Krieg zerstörte Gebäude der University Credit Union beinhaltete einst eine Bank die speziell für Studierende und Angestellte der Massachusetts Bay University gedacht war. 2077 wurde die Bank aufgrund der robusten Safe Türen ausgebaut und hinter den Safe Wänden wurde ein spezielles Labor der Universität für Professor Stuart Campbells Forschungen eingerichtet. Uptown Drugs Vor dem großen Krieg handelte es sich hier um einen Drogeriemarkt im heutigen Westside New Vegas. Nach dem Krieg wird das Gebäude von zwei Männer namens Clayton und Tom bewohnt. Die beiden verkaufen unter dem Namen Westside Coop verschiedenste Waren. US Robotics Disposal Eine Firma die 2053 in Boston gegründet wurde, um das wachsende Problem des ansteigenden Robotermülls zu bewältigen. Diese Roboter bestanden aus komplexen Teilen voller giftiger Kunststoffe und Chemikalien und waren alles andere als einfach zu entsorgen. Deshalb hat sich die Firma darauf spezialisiert, defekte, veraltete und zerstörte Roboter und Roboterteile zu verwerten und zu recyceln. Der genaue Standort der Firma ist unbekannt, aber der Robotics Disposal Ground im Commonwealth gehört zu diesem Unternehmen. US Robotics Disposal wird in Fallout 4 erwähnt. Ihre Existenz ist also Kanon. Die Beschreibung der problematischen Roboter-Entsorgung stammt allerdings aus Fallout The Role-Playing Game, also einem Pen-and-Paper-Spiel, das in der Fallout-Welt spielt und ist daher also nicht offiziell Kanon. Kann also sein, dass in der Fallout-Welt das Roboter-Entsorgen tatsächlich nicht ganz so kompliziert ist, wie es der Text erscheinen lässt, aber es klingt plausibel. Welles Boutique Welles Boutique ist eine kleine Boutique im ersten Stock der Welley Galleria in Appalachia im jetzigen Gebiet namens The Mire. Der Kleiderladen verkaufte Kleidung und Stoffe von Gona Gordon, Joan Chloe, Gilbray und Quadriccia oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie man die Namen alle ausspricht. Van Luev Taxidermie Ein Taxidermie-Laden in Louisburg im heutigen Ash Heap. Dieser Laden wurde von Shelley Van Luev an die Baishi Company verkauft, nachdem sie ihn von ihren Eltern geerbt hat und ihr Bruder spurlos verschwunden war. Die Baishi Corporation hat dem Gebäude einen Geheimkeller hinzugefügt, damit der angeblich verschwundene Calvin Van Luev dort an seinen geheimen Experimenten arbeiten konnte. Hier unten wurde insgeheim der Imposter Sheep Squatch entwickelt, um den Sheep Squatch anzulocken, der angeblich schon vor dem Krieg Appalachia heimgesucht haben soll. Das Experiment schlug allerdings fehl und der Imposter Sheep Squatch lief amok. Calvin Van Luev hat den Weltuntergang allerdings überlebt und arbeitet nach dem Fall der Bomben für die Blue Ridge Caravan Company. Wellmars Wellmars war ein Vorkriegsladen in Paradise Falls. Über den ursprünglichen Laden ist nichts mehr bekannt. Das leerstehende Gebäude wird heute von Qatar als Klinik benutzt. Word & Air Wind Power Diese Firma hat Windräder in der Region errichtet, die nach dem Fall der Bomben als Fahrhaber und Umgebung bekannt war. World Tech Corporation Hierbei handelt es sich mit Sicherheit um eine der einflussreichsten Firmen in der Welt von Fallout, mit Hauptsitz am Vermont Square in Washington DC und in Los Angeles, Kalifornien, mit der Telefonnummer 18884 World Tech. Sowohl vor dem großen Krieg als auch danach haben nur sehr wenige Unternehmen in diesem Maßstab zur Prägung der Welt beigetragen. Zumindest was die langfristigen Nachwirkungen angeht. World Tech spielt in jedem Fallout Spiel eine wichtige und entscheidende Rolle, sowohl in der Hauptreihe als auch in den Semi- oder Nicht-Kanon-Spinoffs. Die Aussprache der Firma dürfte immer gleich bleiben, doch die Schreibweise ändert sich öfter. Manchmal wird World Tech ohne Bindestrich geschrieben. Manchmal schreibt man das Tech statt mit C auch mit K am Ende, manchmal auch mit CH. Manchmal fehlt auch der Bindestrich und ein T, also World Tech mit einem T in der Mitte. Meistens wird die Firma allerdings WALT-Tech, also T-E-C, geschrieben. Die World Tech Corporation hatte einen Verteidigungsvertrag mit der Regierung der Vorkriegs-USA und hat eng mit diesem am sogenannten Project Safe House zusammengearbeitet, nachdem die Demonstrations-Walt in Los Angeles ein voller Erfolg war. Dieses Programm sollte Schutzräume für die Population der USA errichten, um diese im Falle einer nuklearen Katastrophe zu retten. Über die World 13 wissen wir allerdings zum Beispiel, dass die Kosten sich für diese eine World bereits auf 645 Milliarden Dollar beliefen, fast 150 Milliarden mehr als der ursprünglich angesetzte Preis. Bis zum Fall der Bomben wurden wahrscheinlich gut 122 Walls gebaut, von denen die meisten fertiggestellt wurden. Diese fertiggestellten Walls hätten gerade einmal 0,1% der Bevölkerung schützen können, wenn sie denn alle vollgefüllt gewesen wären. Trotz Missbrauch von Geldern und Mismanagement innerhalb der Firma gelang es WALT-Tech allerdings tatsächlich neben den Walls einige der höchst modernsten Technologien zu entwickeln, die die Fallout-Welt bis dahin gesehen hatte. Insgeheim hatte WALT-Tech allerdings auch noch andere Pläne mit seinen Walls und den modernen Technologien, die sie entwickelt haben. Denn es ging nicht nur darum, Schutzräume zu bauen, sondern auch darum, Experimente in diesen Walls durchzuführen, um die zukünftige Nachkriegsgesellschaft zu formen. Ethische Befürchtungen innerhalb der Firma wurden als unproduktiv und kurzsichtig abgetan. Kurz vor dem Krieg hat die geheime Schattenregierung der USA dieses Projekt mit in die Hand genommen und die Experimente in den Walls wurden noch weiter ins Zentrum gerückt. Gerade einmal 17 der genutzten Walls wurden zu sogenannten Kontroll-Walls und dienten tatsächlich dem Schutz der Bevölkerung. Alle anderen wurden zu reinen Versuchslaboren, in denen das Überleben der Versuchskaninchen rein optional bis sogar unerwünscht war. Doch nach den vielen Tests und Probealarm vor dem Fall der Bomben nahm den Ernstfall dann niemand mehr ernst. Und beim Erklingen der Notfall-Sirenen vor dem Fall der Bomben haben nur wenige Leute tatsächlich die Walls aufgesucht, für die sie eingetragen waren. Und die meisten Walls blieben daher teilweise unbefüllt. Wie erfolgreich dieses Projekt eigentlich hätte sein können, zeigt das seltene Beispiel der Control Vault 8, die sich 2021 planmäßig öffnete und ihr Gig-Kit benutzte, um eine florierende Nachkriegsgesellschaft zu etablieren. Der genaue Gründungstermin von Walltech ist unbekannt, aber bereits 2031, also über 40 Jahre vor dem Fall der Bomben, finden sich erste Aufzeichnungen zu Walltech. Sie haben damals schon die Morgentown University gekauft und in die Walltech University umbenannt, um dort ihre Elite der Zukunft auszubilden, die Walltech schon 20 Jahre später zu einer der innovativsten und fortschrittlichsten Firmen der Vorkriegswelt machte. Zu den Errungenschaften von Walltech vor dem Fall der Bomben gehörten neben den Walls auch noch Nahrungssynthetisierer, die Nahrung herstellen konnten, das Garteniden-Erstellungskitt, das totes Land in fruchtbare Erde, verwandeln und verstrahltes Wasser säubern konnte, und dass mehrere Anleitungen zum Abbau der Vault zugunsten des Aufbaus neuer Siedlungen enthielt, sowie ein Rezept für eine Art Notfallbeton aus Sand. Das Walltech-Assisted-Targeting-System, kurz WETS, das die Anwendenden im Kampf unterstützt. Die ZAX-KI-Einheit, die fortschrittlichste KI der Fallout-Welt, die menschenähnliches Empfinden entwickelt hat, und das bei extrem übermenschlicher Intelligenz. Den Vault-Dweller-Survival-Guide, der das radioaktive Ödland von Fallout erstaunlich genau vorhergesagt hat, unnützliche Tipps zum Überleben in diesem lieferte, die Tranquility Lane Simulation, die wohl fortschrittlichste Virtual Reality Anlage, außerhalb von Militäreinrichtungen, und verschiedene Technologien, um das Überleben in den Vaults zu sichern, sowie Wasserpumpen, Wasserschips, Reaktoren, und auch das Camp-System, das mobile Basen zum schnellen Aufbau im Ödland bietet. Daneben auch noch viel, viel mehr, von Videospielen über Getränkeautomaten bis hin zu einfachen Spielkarten. Walltech hat vor dem Fall der Bomben außerdem das überaus beliebte Maskottchen Vault Boy, auch Vault Man genannt, und sein weibliches Gegenstück Vault Girl erfunden. Diese waren scheinbar wirklich sehr populär und weit verbreitet. So findet man diese sowohl auf Brotbüchsen, als auch als sammelbare Figuren in der postapokalyptischen Fallout-Welt. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Pip-Boy, dem Robco-Maskottchen für den Pip-Boy 2000. Die Ähnlichkeit dieser beiden Figuren lässt sich tatsächlich auf realweltliche Missverständnisse in der Entwicklung der verschiedenen Fallout-Teile zurückführen. Ursprünglich gab es den Pip-Boy, der intern meistens als Vault Boy oder Fallout Boy bezeichnet wurde, während das Maskottchen von Walltech, das in der Anleitung zum Spiel als Vault Man bezeichnet wurde. Mikro Forte, der Chefentwickler hinter Fallout Tactics, hat diese beiden Figuren allerdings verwechselt und daraus dann den Vault Boy gemacht. Und Bethesda hat in Fallout 3 dann diesen Vault Boy als In-Game-Maskottchen für Walltech und Real-Welt-Maskottchen für Fallout im Grunde genommen und hat dann verwirrenderweise in Fallout 76 den Pip-Boy auch noch als Vault Boy 2000 Plüschtier vorgestellt. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, keine Sorge, das sind bei dem Thema alle. Um diese Vielfalt an Produkten und Technologien zu erreichen, hat Walltech im Verlauf ihrer Existenz viele verschiedene, mehr oder weniger selbstständige Divisionen gegründet, so wie Future Tech, Walltech Game Studio, Walltech Films, Walltech Security und viele mehr. Soweit man weiß, ist von den Verantwortlichen hinter Walltech nach dem Fall der Bomben nichts mehr übrig geblieben. Nur die vielen grausamen Experimente, die sie damals in Auftrag gaben, wurden auch nach ihrem Verschwinden noch durchgeführt. Und so hat Walltech auch nach der Apokalypse noch viel Leid und Grauen verursacht, obwohl die eigentlichen Strippenzieher schon lange von der Bildfläche verschwunden waren. Wimpop Incorporated war ein Vorkriegs-Softdrink-Hersteller. Ihre einzige bekannte Produktionsstätte stand auf dem Gebiet, das nach dem Fall der Bomben als Far Harbor bekannt war oder zumindest das Umland von Far Harbor auf der Insel. Das Produkt der Firma, Wim, hatte also über 100 Jahre Vorsprung, bevor das Konkurrenzprodukt Nuka-Cola auf den Markt kam. Trotzdem hatte Wim nie den großen Erfolg, der Softdrink-Konkurrenz Nuka-Cola Corporation verbuchen können. Nur lokal im Bereich Main, dem Gründungsort der Firma, galt das Trinken von Wim statt Nuka-Cola schon fast als Akt von Lokalpatriotismus. Und dadurch konnte sich das Getränk zumindest regional gegen den übermächtigen Kontrahenten durchsetzen. Auf Landesebene sah das Ganze allerdings ganz anders aus. Dieser lokale Erfolg reichte daher nicht, um Wimpop Incorporated zu finanzieren. Nach der Einführung von Nuka-Cola im Jahr 2044 wurde Wim immer mehr verdrängt und die Zahlen der Firma brachen immer mehr ein. Kurz vor dem Fall der Bomben hatte die Firma bereits 3,3 Millionen Dollar Schulden zu verbuchen. Zudem verlor Wim einen Rechtsstreit gegen Nuka-Cola um den Markennamen Quartz. Und die Investoren verloren nach und nach ihr Vertrauen in den Traditionssoftdrink-Hersteller und verkauften ihre Anteile ausgerechnet an die Nuka-Cola-Corporation, die versuchte Wim durch eine feindliche Übernahme zu schlucken. Damit wollte sich der amtierende CEO Doyle Reed nicht abfinden. Er startete landesweite Kampagnen, darunter eine umstrittene Werbekampagne, in der Power-Rüstungstragende, sogenannte Wim-Botschafter, in Firmenfarben lackiert kostenlose Wim-Proben verteilten. Die Werbekampagne führte große Probleme mit sich. So wurde beispielsweise noch vor Beginn der Kampagne eine Power-Rüstung gestohlen und so geriet im Grunde hochtechnologisches Militärequipment in die Hand von Gott weiß wem. Außerdem gab es Attacken auf Wim-Botschafter. Zudem wurden Lieferwägen von Wim gestohlen oder beschädigt, Personal überfallen und Equipment sabotiert. Es gab zwar keine Beweise dafür, doch bei Wim vermutete man, dass Nuka-Cola hinter diesen merkwürdigen Vorkommnissen stecken könnte, um die Konkurrenz aus dem Geschäft zu verdrängen. Und das nicht zu Unrecht, denn tatsächlich engagierte der Softdrink-Gigant einen Mann namens Aubrey Copeland, um Wim zu sabotieren. Er und sein Team folgten dabei einem Plan in drei Stufen. Erst sollte das Vertrauen der Firma in der Öffentlichkeit geschwächt werden. Dazu hängten die Saboteure und Saboteurinnen außer Betriebsschilde an funktionierende und prall gefüllte Wim-Automaten. Unter den Wim-Flaschen in den Geschäften wurden absichtlich dreckige Flaschen geschmuggelt und Wim-Werbung wurde durch Nuka-Cola-Werbung überklebt. Auch das Ansehen der Firma bei den Investoren sollte geschwächt werden. Deswegen platzierte Nuka-Cola einen Maulwurf bei Wim-Pop. Dieser gab geheime Dokumente über die Probleme der Firma an die Investierenden weiter und versicherte diesen, dass Nuka-Cola trotz der fallenden Aktienkurse einen guten Preis für die Wim-Aktien zahlen würde, wenn sie jetzt verkaufen. In der zweiten Phase sollten die Angestellten bei Wim Angst um ihr Wohlergehen bekommen. Deswegen wurde gestohlen, überfallen und bedroht. Es sollte gerade offensichtlich genug sein, dass sie wissen, dass sie gezielt attackiert werden, aber nicht offensichtlich genug, dass man eine polizeiliche Ermittlung deswegen einleiten könnte. Und in der dritten Phase dann schließlich war der Diebstahl der Formel ihres neuesten Produkts Captain Bland geplant, damit Nuka-Cola noch vor der Veröffentlichung dieses Prototyps ein eigenes Produkt mit gleicher Rezeptur auf den Markt bringen kann. Doch trotz dieser Sabotage-Aktionen hatten die Verantwortlichen bei Wim Hoffnung. Die Werbekampagne Escape into Adventure, also Flüchte ins Abenteuer, kam bei der wirtschaftlich gebeutelten und frustrierten Bevölkerung gut an. 56% der Testpersonen, die die Werbung zu Gesicht bekommen haben, sagten, dass sie sehr wahrscheinlich eine Flasche Wim kaufen würden. Und zudem kam der fischige Geschmack der neuen Marke Captain's Bland sehr gut bei den ersten Testgruppen an. Doch der Fall der Bomben beendete dieses Rennen um den Softdrink-Markt der Vorkriegs-USA. Und all die Sabotage, all die Werbeaktionen und all die Schulden spielten über Nacht keine Rolle mehr. Beide Firmen waren nur noch Artefakte einer anderen Zeit und ihre Ruinen wurden zu Mahnmalen menschlicher Gier. Zu den Produkten, die Wim Pop Incorporated vor dem Großen Krieg produzierte, gehörten Wim, das Flaggschiff der Firma, das aus heimischem Quellwasser und verschiedenen Extrakten und Sirups hergestellt wurde. Wim Refresh, das mit Apfelgeschmack daherkam und eine belebende Wirkung haben sollte. Wim Quartz, das nach Kaugummi schmeckt und das durch einen Rechtsstreit mit Nuka-Cola, wie schon erwähnt, wohl aus den Läden geflogen wäre, wären die Bomben nicht dazwischen gekommen. Und schließlich eben Captain Bland, das durch die Zugabe von bestimmten Fahnen und Hummerschalen einen leicht fischigen Geschmack erhielt, der allerdings eben wohl sehr gut ankam. Auch wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Aber gut, letzterer wurde allerdings, wie gesagt, nie veröffentlicht. Was für Spielende aus den USA ziemlich offensichtlich sein dürfte, hier in Europa aber kaum jemand auf dem Schirm hat, ist, dass Wim auf der Echtweltfirma Moxie basiert. Diese realweltliche Firma ist ein traditionsreicher Softdrink-Hersteller, der schon 1876 gegründet wurde. Und regional in Maine, also genauso wie Wim, ein Kultprodukt darstellt. Und andere Softdrinks-Hersteller haben es deshalb in dieser Region besonders schwer. Bis dann Moxie 2018 von Coca-Cola aufgekauft wurde. Der deutlichste Hinweis dafür, dass Moxie als Inspiration für Wim diente, ist allerdings wohl der 1 zu 1 identische Werbespruch der realen und der fiktiven Firma. The taste of Maine in a bottle. Also der Geschmack von Maine in einer Flasche. Volkswagen Volkswagen ist ein Autohersteller in der Fallout-Welt, der vor dem Fall der Bomben verschiedene Fahrzeuge produziert hat. Welche Fahrzeuge das in der Fallout-Welt allerdings genau waren, ist nicht bekannt. Man kann nur vermuten, dass es sich vielleicht um dieselben Fahrzeuge handeln könnte, die Volkswagen auch in unserer Realität produziert. Das einzige Fahrzeug mit Bezug zu Volkswagen, das wir tatsächlich in einem Fallout-Spiel erleben dürfen, ist der Scouter, den die stählerne Bruderschaft aus Einzelteilen von alten VWs zusammengebaut hat. Dieses Fahrzeug und die Informationen dazu stammen allerdings aus Fallout-Tactics und gelten deswegen nur so als Semi-Kanon, sind also mit viel Vorsicht zu genießen und können im Grunde jederzeit überschrieben oder für ungültig erklärt werden. In dem gecancelten Fallout-Brotherhood of Steel 2 sollte außerdem ein fahrbarer VW Käfer in Vault 93 zu finden sein. Doch da schon der erste Teil nicht offiziell zum Kanon gehört und der zweite nie erschienen ist, ist diese Information nur eine Fußnote. Hierbei handelt es sich um eine Firma, die vor dem großen Krieg Wecker herstellte. Ein Modell, die Atom Time, scheint dabei sehr beliebt gewesen zu sein, denn diese Art von Wecker finden wir im gesamten Commonwealth in verschiedensten Farben verteilt. In Fallout 76 können wir außerdem noch ein Nixi-Röhren-Modell der gleichen Hersteller vorfinden. Walden Drugs, eine Apotheke in Concord. Von dem zweistöckigen Gebäude ist in Fallout 4 allerdings nicht mehr so viel übrig geblieben, das man irgendwie besprechen könnte. Walktronic, ein Vorkriegstaschenuhr-Hersteller. Ihre goldenen Taschenuhren waren in vielen Teilen der Vorkriegs-USA wohl weit verbreitet. So kann man sie nach dem Fall der Bomben noch im gesamten Commonwealth und in Appalachia zuhauf vorfinden. In Fallout 76 kann außerdem eine silberne Version dieser Taschenuhr gefunden werden. Dabei handelt es sich aber höchstwahrscheinlich um ein Einzelstück. Warren Theater. Ein Theater, das vor dem großen Krieg in Bake Bay in Boston betrieben wurde. Die leerstehende Ruine ist noch in verhältnismäßig gutem Zustand. Dieses Gebäude basiert auf dem gleichnamigen Warren Theater, das in der echten Welt in der Warren Street House Nr. 270 in Roxbury steht und dort allerdings schon seit 1968 geschlossen ist. Waschow ist ein Waschmittelhersteller, der die Waschmittelschachteln, die man im Ödland der Hauptstadt und in und um New Vegas herum finden kann, hergestellt hat. Das Waschmittel hatte eine bleichende Wirkung und war vor dem Fall der Bomben im Preis reduziert. Waschow ist eine Immobilienfirma, die sich vor dem Krieg, wie der Name schon vermuten lässt, in Waschow befunden hat. Genau gesagt ganz im Zentrum von Waschow, nämlich direkt am Waschow Shopping Plaza. Mehr ist über diese Firma allerdings nicht wirklich bekannt. Wattoga Times, eine Zeitung, die ihren Standort wohl irgendwo in Wattoga hatte. Der genaue Ort ist allerdings unbekannt. Über die Zeitung und ihr journalistisches Team ist nicht viel bekannt, aber die Zeitung betrieb eine Lotterie, die sogenannte Atomic Lottery, die vor dem Fall der Bomben noch von einer Frau namens Willie May gewonnen wurde, nachdem diese 20 Jahre durchgehend mitgespielt hatte. Ihr Preis war ein 10-Jahres-Vorrat an Blamco Mac & Cheese, Salisbury Steak und Nuka Cola. Also immerhin ein Preis, der nach dem Fall der Bomben sogar massiv an Wert gewinnt, statt wie bei den meisten anderen Lotterien Bargeld, das im Grunde über Nacht wertlos wird. Sehr lange konnte sie sich allerdings wohl leider nicht an ihrem Gewinn erfreuen, denn auch wenn sie die Apokalypse überlebt hat, war ihr Leben in der postapokalyptischen Welt von Appalachia nur von relativ kurzer Dauer. What's Electronics Ein Hersteller, der verschiedene elektronische Artikel produzierte, der seinen Sitz im heutigen Commonwealth hatte. Zu seinen Produkten gehörten der CU-Model Bewegungssensor, das DRATS-Model, ein Geigerzähler, verschiedene Energiezellen, elektronische schlossknackende Werkzeuge, die unter dem Namen Micro-Manipulator Fingerstuff vermarktet wurden, der Play-It-For-Me-Rekorder, der What's Electronic Box Stromgenerator, die What's Electronica Holotapes, das Modell 2043B-Radio, der Farmers Best Friend Kettleprod, die allseits beliebten Fusionskerne und last but not least die WATS-1000 Laserpistole und das WATS-2000 Lasergewehr. What's gehört neben ganz bekannten Firmen wie Vault-Tec oder West-Tec zu den wenigen Firmen, die wirklich über sämtliche Generationen von Fallout-Spielen hinweg immer wieder referenziert werden. So kommt diese Firma schon in Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics und auch in Fallout New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76 vor. Waves Crest Orphanage Ein ehemaliges Waisenhaus, dessen Überreste sich auf der Nachkriegsinsel Far Harbor befinden. Ein relativ kleines zweistöckiges Gebäude bot vor dem Fall der Bomben nicht sehr viel Platz, war aber mit einem Klassenzimmer, einer Kinderkrippe, einem Schlafzimmer und einem Aufenthaltsraum für Kinder vieler verschiedener Altersgruppen ausgestattet. Und es verfügte über einen kleinen Außenbereich mit Nebengebäuden und einem Spielplatz. Heute wird dieses verfallene und verwüstete Gebäude nur noch von einem mutierten Einsiedlerkrebs bewohnt. West Tech, auch West Tech Corporation genannt, ist eine Forschungsfirma, die einen Verteidigungsvertrag mit der US-Regierung abgeschlossen hatte und eng mit dieser zusammenarbeitete. Auch wenn West Tech vor dem Großen Krieg eher im Verborgenen gearbeitet hat, dürfte diese Firma neben Vault-Tec wohl den größten Einfluss aller Firmen auf das Nachkriegsödland gehabt. West Tech wurde bereits 2002 gegründet und besteht seitdem aus zwei verschiedenen Divisionen. Advanced Weapons, also fortschrittliche Waffen, und Biomedical Science, also biomedizinische Wissenschaften. Über die ersten 42 Jahre dieser Firma wissen wir nicht besonders viel. Eines ihrer frühen Projekte war eine Railgun mit der Bezeichnung X-277 Magnetic Rail Cannon. Diese war wohl mal im Museum of Technology ausgestellt. Nach dem Fall der Bomben wurde dieser Prototyp dann aber wohl entwendet. Da dieses Projekt aufgrund der hohen Kosten nie in Massenproduktion gegangen ist, wurde die Forschung an Railgun-Technologie 2044 bereits wieder eingestellt. Als dann im Jahr 2055 die New Plague, die neue Plage, ausbrach, lag der Fokus von West Techs biomedizinischer Division auf die Bekämpfung dieser neuen Pandemie. Währenddessen schloss sich der Waffenarm West Techs 2065 der Power-Rüstungsinitiative an. Auch wenn die ersten Prototypen der Power-Rüstungen im Kampfeinsatz nicht wirklich einsetzbar waren, ebnete diese Forschung letztendlich den Weg für die T-51-Power-Rüstung. Doch nicht nur das. Im Rahmen der Forschung an dieser schweren gepanzerten Infanterieeinheit stellte WALTEC nebenbei auch die ersten Fusionszellen her, was im Jahr 2066 ganz neue Technologien und Forschungszweige ermöglichte. Die Forschung an der T-51 lief allerdings etwas schleppend, und der chinesisch-amerikanische Krieg forderte 2067 schnelle Ergebnisse. Und so erstellte West Tech auf Basis der bisherigen Forschung an der noch nicht vollendeten T-51-Power-Rüstung die T-45D. Im Grunde ein Zwischenmodell, ein unfertiger Prototyp, der allerdings bei der Rückeroberung Alaskas bereits zum Einsatz kam. 2069 wurde dann endlich die erste T-51B-Power-Rüstung fertiggestellt, die die T-45 in allen Bereichen übertreffen konnte. West Tech war es auch, die die erste Laserwaffe produzierten. Auch wenn dieses Feld dann von anderen Industriegiganten wie Wetz Electronics dominiert wurde. Im Jahr 2073 wuchs der Druck auf die Biodivision von West Tech, nach fast 20 Jahren ergebnisloser Forschung an einer Heilung für die neue Plage und nachdem chinesische Biowaffen zu einer steigenden Gefahr für amerikanische Soldaten wurden, wollte die Regierung endlich Ergebnisse sehen. West Tech veröffentlichte daher vorzeitig das Projekt, an dem sie gerade arbeiteten. Ein revolutionäres, generalisiertes Immunitätsviron. In frühen Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass diese Vironen die DNA des Wirtes erfolgreich so grundlegend verändern konnten, dass keine Viren oder anderen Erreger mehr das Erbgut manipulieren oder die Proteinbildung beeinflussen konnten. Die Nebenwirkungen waren allerdings extrem erhöhte Zellteilung, selbst bei Zellen, die sich normalerweise nicht heilen sollten, und massives Muskelwachstum. Major Bennett, ein US-Armee-Offizier, der als Kontaktmann bei West Tech arbeitete, interessierte sich sehr für diese Nebenwirkungen. Er war der festen Überzeugung, dass man diese nutzen könnte, um Biowaffen oder vielleicht sogar Supersoldaten herzustellen. Er befahl sofort weitgehende Experimente, erst an Flachwürmern, dann an Reptilien und kleineren Säugetieren. Die ersten Floater und andere Mutanten erblickten das Licht der Welt. Das Ergebnis dieser Forschung wurde dann FEV getauft. Forced Evolutionary Virus. Im Januar 2076 wurde die Firma West Tech dann im Namen der nationalen Sicherheit enteignet und vollständig in das US-Militär integriert und stand nun unter einem strengen Militärregime. Unter diesem wurden die Experimente mit dem FEV noch einmal massiv verschärft. Verschiedene Biowaffen, die potenziell im Krieg gegen China hätten zum Einsatz kommen sollen, wie beispielsweise die Todeskrallen oder die Snelligaster oder auch das Grafton-Monster, waren Ergebnis dieser Forschungen. An der Westküste wurden währenddessen die ersten Experimente an Menschen durchgeführt, was in der Mariposa-Militärbasis schließlich zu einer Revolte in den eigenen Reihen der Armee führte, was letztendlich die stählerne Bruderschaft hervorbrachte. Und Jahrzehnte nach dem Fall der Bomben wurde das Vermächtnis von West Tech und der Mariposa-Militärbasis zur Grundlage der Forschung des Meisters. Und am anderen Ende des Kontinents auch eine wichtige Basis für die Forschung des Instituts. Ohne West Tech sähe das Ödland wohl sehr anders aus. In den Ruinen der alten Welt würden viel weniger mutierte Bestien ihr Unwesen treiben. Keine Todeskrallen, keine Floater, keine Snelligaster, es gäbe keine Supermutanten und auch keinen Meister. Das Institut hätte womöglich nie Synths der dritten Generation herstellen können. Die Waffentechnologie wäre wahrscheinlich noch viel primitiver und würde sich auf ballistische Schusswaffen beschränken. Es gäbe keine Power-Rüstungen und die stählerne Bruderschaft wäre nie gegründet worden. Weatherby Savings and Loan. Hierbei handelt es sich um eine Bank. Über die Vorkriegsgeschichte dieser wissen wir allerdings so gut wie nichts. Das große und scheinbar auch recht robuste Gebäude dieser einstigen Bank, das in Charleston in Boston errichtet wurde, spielt allerdings nach dem Fall der Bomben noch eine wichtige Rolle für die Reise der USS Constitution. Denn das Gebäude wird vorübergehend zum Landeplatz dieses fliegenden Schiffes und seiner Roboter-Crew. Und später, mit Hilfe unserer Hauptfigur, zur Startrampe derselben. West Virginia Lottery Company. Eine Glücksspielorganisation in West Virginia. Diese landesweite Lotterie wurde kurz vor dem Fall der Bomben von einem und einer gewissen Mr. und Mrs. Orwell gewonnen. Der Gewinn betrag 300.000 US-Dollar. Ich hoffe, die beiden hatten noch ein bisschen was von ihrem Geld, denn ihnen verblieben nur noch 13 Tage, bevor es durch den Fall der Bomben quasi von heute auf morgen wertlos war. Weston Water Treatment Plant. Diese Abwasseranlage wurde im Jahr 2051 gebaut, Bostons veraltete Abwasserverarbeitung zu modernisieren. Dies geschah allerdings mit möglichst billigen Teilen, um Geld zu sparen. Die Wasserpumpe soll laut dem zuständigen Mechaniker das einzige Teil sein, das wohl noch jahrhundertelang halten wird. Und tatsächlich funktioniert diese knapp 200 Jahre nach dem Fall der Bomben immer noch einwandfrei. Um die Anlage profitabel zu machen, lockerte das Management die Wasserreinigungsauflagen und missachtete Arbeiterrechte. Diese mussten beispielsweise regelmäßig Doppelschichten schieben. Dies führte letztendlich zu einem Cholera-Ausbruch in Boston, was durch die PR-Kampagne Western Wellness vertuscht werden sollte. Nach dem Fall der Bomben wurde das Gebäude überschwemmt und Meyerlurks haben sich in den Tiefen eingenistet, während Supermutanten die oberen Bereiche dieser Anlage bewohnen. Westside Cleaners Storage Mehrere Schilder dieser Firma können in Saps Neonscience gefunden werden. Wo genau allerdings die Filialen dieser Trockenreinigungsfirma mal standen, für die diese Schilder gedacht waren, ist unbekannt. White Powder Winter Sports Ein Laden für Sportartikel und vor allem Skiartikel. Seine Überreste sind nach dem Fall der Bomben im Waldgebiet von Appalachia nahe Top of the World aufzufinden. Direkt nach dem Fall der Bomben wurde das Gebäude von einer überlebenden Person bewohnt, die sich gegen verschiedene Raiderangriffe verteidigen konnte. Aber aufgrund von Verletzungen letztendlich verstarb. Danach wurde das leerstehende Gebäude nur noch von wild mutierten Tieren und hier und da mal auch von Supermutanten heimgesucht. Whoop Ass Eine Marke einer Brandgranate, die allerdings nur in Fallout Brotherhood of Steel vorkommt und deswegen nicht als offizieller Kanon betrachtet werden kann. Wicked Shipping Ein Transportunternehmen, das vor dem Großen Krieg Waren per Lastwägen durch das heutige Commonwealth transportierte. Das Unternehmen wurde von Tim und Blake Flynn gegründet. Die beiden Brüder haben illegale Geschäfte mit dem örtlichen Gangsterboss Eddie Winters gemacht. Am Tag, als die Bomben fielen, sollten ihre Trucks im Commonwealth gerade Uranium Pellets an General Atomics, Treibstoffzellen an die Corvega Assembly Plant und Giftmüll an die Mass Fusion Containment Jet liefern. Willys Grocer Ein kleiner Tante-Emma-Laden im heutigen Bereich des Ödlands der Hauptstadt, östlich vom Tenpenny Tower mit einer Red Rocket Zapfsäule auf dem Gelände. Der Laden wirkt von außen winzig, betritt man ihn allerdings, wirken die Verkaufsräume sehr viel größer, als es von außen den Anschein macht. Ob der Laden vielleicht von einem Timelord geleitet wurde, ist unklar. Heute wird er nur noch von Red Kakerlaken bewohnt. Winston Automatoys Ein Vorkriegsspielzeughersteller, der von George Wilson und Arlen Glass im Jahr 2042 gegründet wurde. Die Mission dieses Spielzeugunternehmens soll es gewesen sein, Kindern zu helfen, sich eine bessere Zukunft vorstellen zu können, als die hoffnungslosen Jahre einer Welt verwüstet durch Streit und Krieg. Die beiden Gründer opferten viel Zeit, um dieses Ziel zu erreichen und vernachlässigten dafür sogar ihr Privatleben und ihre eigenen Familien. Zu ihren erfolgreichsten Produkten zählte das Roboterpferd Chidiab Buttercup, das der einst kleinen Spielzeugfirma mehrere hundert Millionen Dollar Einnahmen bescherte. Und das, obwohl das Pferd mit 16.000 US-Dollar pro Einheit einen sehr hohen, wohl der Inflation geschuldeten Preis trug. Im Jahr 2077 übernahm George Winslows Sohn Mack die Leitung des Unternehmens. Dieser teilte nicht das frohe und menschenfreundliche Gemüt seines Vaters. Einige sagen, die Abwesenheit seines Vaters während seiner Kindheit und dass er die Firma stets über den Sohn stellte, habe ihn bitter werden lassen. Und er habe einen Hass gegenüber dem Vermächtnis seines Vaters entwickelt, das er nun übernommen hat. Und tatsächlich strukturierte der junge Unternehmer die Firma neu und richtete sie an neue Marktwirklichkeiten aus. Und da er in den Kriegen auf der Welt einen lukrativen Markt sah, schloss er Verträge mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Er hinterging den Co-Gründer der Firma Arlen Glass, der noch Jahrhunderte später als Ghoul in the Slog lebt, und drängte ihn aus der Firma, um die alleinige Entscheidungsmacht zu erhalten. Als der Krieg zwischen USA und China so richtig entbrannte, rüstete die Firma einiger ihrer Spielzeugfabriken um, um Landminen herzustellen. Eine besonders heimtückische und unmenschliche Waffe, die bekannterweise auch für Zivilbevölkerungen noch lange nach den eigentlichen Kriegshandlungen eine große Gefahr darstellen können. Wilson Automatoys, eine Firma, die gegründet wurde, um Hoffnung in die dunkle Welt zu tragen, wurde über Nacht zu einer Maschinerie des Todes, die das Leben unschuldiger Kinder nicht mehr erhält, sondern nun gefährdet. Saps Neonsign hatte ihr ehemaliges Hauptquartier in den Ruinen von South Vegas. Vor dem Krieg handelte es sich hierbei um eine Firma, die Neonschilder hergestellt hat und dabei vor allem den Las Vegas Stripe mit Schildern beliefert hat. Auch nach dem Krieg waren die damals hergestellten Schilder noch sehr beliebt, aber nicht mehr um die Aufmerksamkeit von Besuchern auf sich zu lenken, sondern vielmehr um sie fernzuhalten. Die Schilder wurden zu beliebten Bauteilen für Mauern und sogar behelfsmäßigen Waffen. Vor allem die Fiends, die die alte Ruine der einstigen Schildfirma nun besetzen, nutzen diese Schilder nun gerne als postapokalyptisches Baumaterial. Yam Yam, eine Vorkriegsfirma, die besonders bekannt für ihre Yam Yam Deviled Eggs war. Getrocknete Eier, die quasi nie schlecht werden und so auch Jahrhunderte nach dem Fall der Bomben immer noch weit verbreitet und genießbar oder zumindest essbar sind. In Fallout 76 können wir im Radio sogar noch eine Originalwerbung für die Yam Yam Deviled Eggs hören, die wahrscheinlich in späteren Teilen in der Zeit verloren ging. Hey, sure are. Watch your hands. Oh, is that a bird's nest hidden in the thicket? Get out of those bushes, Dan. Hold on, I'm going to get me an egg. Careful, Mr. Mosley, those bushes are thorny. Done it again, devilish Dan. Mr. Mosley, what are you doing playing in the bushes? Come on into the house, Dan. Time for your favorite snack. Yum, yum, pure dried whole deviled eggs. Yum, yum! Yummy Flats Energy Consortium, eine Vorkriegsfirma, die Energiewaffen hergestellt hat. Die Waffen dieser Firma waren experimenteller Natur und hatten einen wesentlich höheren Energie-Output als herkömmliche Laserwaffen. Zu ihren größten Erfolgen gehören die YK-32 Pulse Pistol und das YK-42B Pulse Rifle. Yardboy. Yardboy hat vor dem Fall der Bomben Rasenmäher hergestellt. Selbst wenn diese noch funktionstüchtig wären, im postnuklearen Ödland gibt es nur noch wenige Orte, an denen diese nützlich wären. Vintage, hierbei handelt es sich um eine Vorkriegsfirma mit dem Sitz in White Springs. Diese Firma war spezialisiert auf den An- und Verkauf von antiken Möbeln. WV Lumber Co., das ist kurz für West Virginia Lumber Company. Dieses Sägewerk fällte in Appalachia Bäume und verarbeitete diese vor Ort. Im Gegensatz zum sehr stark automatisierten Standort Appalachia beschäftigte diese Sägemühle nur menschliche Mitarbeitende und bezahlte dabei auch ziemlich gut. Nach dem Fall der Bomben wurde der Ort allerdings ziemlich früh schon von Supermutanten überrannt. Schon nach wenigen Jahren wurden diese allerdings dann wieder von den Free Radicals vertrieben, einer Raiderbande, die diese Sägemühle nun zu ihrem Hauptquartier gemacht hat. Rides Inn Eine Hotelkette im Commonwealth. Zu ihr gehören mindestens zwei Hotels, die wir auch nach dem Fall der Bomben noch eindeutig identifizieren können. Ein fünfstöckiges Gebäude in Cambridge und ein dreistöckiges Gebäude in Concord. Winchester Vor dem Krieg ein großer und bekannter Waffenhersteller, der sich vor allem darauf spezialisiert hat, Gewehre herzustellen, die heute noch überall im Ödland zum Einsatz kommen. Zu den bekanntesten Modellen gehören wohl die Winchester Widowmaker Shotgun, die Citykiller Combat Shotgun und das P-94 Plasma Rifle. Winchester ist eine der ganz wenigen Firmen, die auf einer real existierenden Echtweltfirma basieren und trotzdem Teil des ganz offiziellen Fallout-Kanons sind, wie es zuletzt nochmal im Wastelander-Update von Fallout 76 bestätigt wurde. Wonder Glue Wonder Glue ist ein Hersteller für Klebstoff. Sein gleichnamiges Produkt ist seit 2016 auf dem Markt und auch Jahrhunderte danach noch überall im Ödland auffindbar. Und dann haben wir da noch Wohl's Bakery, eine Bäckereifiliale in Las Vegas. Wir können dann mindestens zwei zerstörten Gebäuden in den Ruinen von New Vegas immer noch Schilder dieser einstigen Bäckereikette finden. Einmal in Westside und einmal in Freeside. Beide Gebäude sind unzugänglich, deswegen können wir nicht mehr über diese Kette in Erfahrung bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017